Gehen wir mal raus. 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 Ja, das ist aber ein Hardcore. So, dann haben wir diesen Rubik's Cube auch gelöst. Aber der Rest sieht okay aus. Ja, will ich hoffen. Dankeschön. Kann ich wieder alles runternehmen, oder? Ja, kann sie. Ich tu schnell ein Gürtel, schnell anziehen, sonst hast du mir die Hose hier. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja, ebenso. Wirklich? Du hast dir den Rubik's Cube geklaut? Ja, nee, ist voll cool. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist mein zweiter Charakter. Den ersten habe ich löschen lassen, beziehungsweise ausreisen lassen, weil mit dem gab es einige Probleme. Fällt mir ein. Ich muss ja wieder mein, kurz mein Gürtel, ne, äh, mein Ding, dem. Ich muss kurz essen und trinken einkaufen. Gehen Sie nochmal bitte zu den Kollegen nach da hinten, nehmen Sie einen Hustenbonbon, und dann überlegen Sie nochmal nach da hinten mit mir rum. Okay, der Nächste bitte. Mit erhobenen Händen, das sagt, auf. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ähm, wo, äh, haben Sie einen Kaffeeautomaten, oder, äh, wo Sie den runterlassen, oder, wo kann ich ihn finden? Ähm, Kaffee-Mutten-Sommer. Ich komme mal kurz rum. Ähm, lassen wir mich mal kurz schauen. Ähm, wollen Sie frisch gebrüten, oder? Was wollen Sie genau? Frisch wäre mir lieber, ja, weil... Okay, gut. Dann mache ich Ihnen den fix. Das ist gar kein Problem. Sie können gerne draußen warten. Ich bringe den Ihnen gleich, ja? Oh ja, dankeschön. Genau, das ist kein Problem. Bei der Einreise musst du halt prüfen, dass du auch, ähm, dich gut mit denen unterhältst, dass du RP machst, und so weiter und so fort. Ich habe vergessen zu beinden, dass ich sitze. Ähm, ich beinde das jetzt noch schnell. Ich darf nur nicht vergessen, wo ich es gebeindet habe. Das ist mein größtes Problem. So, auf der Eins. Ich schreibe es mal kurz auf. So, der Herr... Ich hoffe, Milchkaffee ist auch in Ordnung. Ja, passt voll. Danke. Ja? Okay. Ich habe aus Versehen nämlich Milch reingemacht. Nee, das ist gar kein Problem. Okay, so. Dann bitteschön. Dankeschön. Wie kommen Sie von mir? Ähm, fünf Dollar, bitte. Danke. Dankeschön. Das passt. Dankeschön. Das ist sehr nett. Einen schönen Aufenthalt noch. Danke. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Danke. Und Sie sind... Guten Tag, mein Name ist, äh, Hopkins. Äh, Patrick Hopkins. Ja. Okay. Was machen Sie, Hopkins? Ich, äh, ich bin jetzt gerade von Chicago hier angekommen mit dem Flieger. Und, äh, will die schöne Stadt hier anschauen. Hallo? Hey, die schöne Stadt anschauen, äh? Sind Sie sich sicher, dass die Stadt so schön ist, wie Sie meinen, dass das wäre, ja? Ja, das muss man sich immer mal anschauen. Also, echt klar. Man muss dem Ganzen mal einen Versuch geben. Und dann kann man im Endeffekt entscheiden, ob es sich gelohnt hat oder nicht, ähm. Ja, das ist dasselbe wie wenn man irgendwo im Urlaub fliegt. Nicht immer ist es so wie im Katalog dargestellt. Manchmal ist es wirklich so. Sondern, ja, man muss einfach den ganzen ersten Eindruck geben. Okay. Das stimmt, äh? Sind Sie denn weit geflogen hierher? Ach, äh, nur vom Chicago hierher. Chicago, das geht, äh. Sind Sie ein bisschen nervös? Boah, nee. Ich fand Sie nervös, ich kann Ihnen da ein bisschen was geben, aber das ist mir was. Nee, ich bin nur fünf Stunden, äh, Flug hat ein bisschen geschlaucht. Nee, geschlaucht. Ich hab eigentlich das Perfekte für geschlaucht, äh. Äh, Frankfurt FreakTV, danke für den Holland. Mein Lieber Herr, waren Sie schon mal in Holland? Nein, aber meine, ähm, ich hab früher Football gespielt. Meine, äh, ich sag mal, Teamkollegen, die haben hin und wieder CBD-Gras und sowas geraucht für die Entspannung, für die Muskeln. Hast du das hier selber noch nie gemacht, oder? Nee, ich selber nicht. Tatsächlich? Hallo. Tatsächlich, dann wäre es jetzt die Chance, das zu machen, oder? Nee, nee, nicht hier, nichts, äh. Wunderschön. Guten Tag. Wunderschön, oder? Lass mich einfach mal dazu begeben. Natürlich. Das ist schön. Warte, was zum Ausdessen gesagt? Also, wie gesagt, äh, es ist für mich selbst, persönlich, ist kein Bedarf. Also, ich verstehe, ne? Hallo. Wie geht es Ihnen? Beiden. Wie ist das schon gekommen, Herr Schin? Gibt dem Papier, Maika. Mir geht es euch ganz gut. Ganz gut, ne? Den solltest du abziehen. Kann mir jemand helfen? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Bei was denn? Ich habe so eine Packung Glaubeermuffins geholt, und ich kriege, so blöd das jetzt gerade klingt, ich kriege die Packung nicht auf, die ist so blöd verschweißt. Oh, Gott, wenn du schäfst dich hier zu essen, ist schon ein bisschen schwierig. Ja, nur das Problem ist, ich habe gerade meine Hände nicht gewaschen, aber. Sir, könnten Sie mir helfen? Ja, gerne. Gerne kann ich nichts machen. Sie sind ein Lebensretter. Hä? Wenn Sie möchten, können Sie den zweiten haben. Ich glaube, Sie überlegt noch, ob Sie noch beide haben, oder? Ja, ich habe nur kurz, ich habe noch in der anderen Hand den Kaffee, deswegen ist es gerade. Wehe, Sie essen zwei Muffins. Dann bin ich sauer. Und Sie schulden mir. Okay. Dankeschön. Kein Problem, das ist nur, in der anderen Hand hat er natürlich noch den Kaffee und dann ist es ein bisschen. Ach, alles gut. Wie heißt der mein Retter? Mein Name ist Hopkins, Patrick Hopkins. Patrick Hopkins. Vielen Dank. Ja, gerne. Patrick Hopkins, okay. Kommt ihr den Namen bekannt vor, oder? Nee, ich bin nur jemand, ich kann mir keinen Namen merken. Hopkins ist doch ein berühmter Name. Ich mache mir immer so einen Spaß daraus, dass ich, oder was heißt Spaß, aber eine Übung, dass ich halt mir dann die Namen ausschreibe. Und dann kurze Zeit später nochmal überlege, okay, wer jetzt wer, und dann gucke, ob ich mir das gemerkt habe. Und meistens habe ich es mir nicht gemerkt. Also, das ist ja nicht so gut, oder? Nee, das ist ein bisschen schwierig. Sie deprimieren schon ein bisschen, oder? Ja, ich habe mich von dabei daran gewöhnt. Ja, vergesslich, ob man das jetzt so nennen kann. Ja, mit Namen habe ich auch immer ziemlich schlecht. Besonders ist es, schlimm ist es bei Straßennamen, da muss ich irgendwie drei- oder viermal durchgefahren sein, bis ich mir irgendwas merken kann. Oh ja, so geht das mir auch. Aber Städte oder sowas kann ich mir merken, aber es liegt vielleicht eher daran, dass ich früher, also ich habe halt Football gespielt. In Chicago. Und deswegen habe ich gefragt, ob Ihnen der Name bekannt vorkommt. Nee, das habe ich tatsächlich schon noch nicht gehört. Sind Sie berühmter? Ja, ich war halt White Receiver bei den Chicago Bears. Oh. Ist aber jetzt auch schon ein bisschen her. Wie alt sind Sie denn? Ich bin jetzt 30. Oh, ich bin jünger. Ich hätte viel mal geschätzt, tatsächlich. Guten Abend. Ja, danke. Hallo. Darf man sich dazustellen? Natürlich. Und Sie sind da her? Ich bin der Herr Paul Chess. Paul Chess, so wie der Schach, oder was? Ja, genau. Drei Support um mich rum, ohne Scheiße. Bist du denn gut im Schach? Nein, gar nicht. Ich trage nur den Namen. Das ist aber komisch, oder? Muss man nicht eigentlich gut sein, wenn man den Namen davon trägt? Ja, man muss es können, oder? Ich denke mal, ein Vorfahr von mir wird das sicher gut gekonnt haben. Vielleicht war es ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Komper. Wie oft war das jetzt Ur? ich habe keine ahnenforschung betrieben oder so aber kann natürlich sagen sie haben keine ahnenforschung betrieben es ist ein bisschen langweilig anders sein nein ich interessiere ich habe gerade das gelesen der bsg befehle wird noch eingeführt aber ich höre sowieso nicht ob das ist mein bruder da höre ich sowieso nicht drauf ich komme aus der branche ich bin ich eher für die konkurrenzen natürlich wir finden sich das schulgeschehen im arm natürlich wer weiß noch manchmal doch nicht ich weiß dass ich kein bsg mache und so ich werde noch mal studieren ja was kannst du denn oder was machst du gern wenn es nicht wenn er nicht der schatz spieler ist obwohl das so heißt was ist es dann nein ich sehr gerne im internet oder was nein nein gar nicht im internet hätte aber gepasst als IT-Profinanz surfen das ist richtig ich surfe in zweierlei hinsicht aus australien da kann man gut surfen oder was jetzt komme ich ins spiel mein name sydney kommt tatsächlich bekannt vor ja ich komme aus montana und wer sich damit dazu gekommen ist ich bin auch in der liebe hallo ich komme wenn wir gerade schon mal beim thema sind aus west virginia ist für gina hat jemand eine box dabei habe ich nicht mit jetzt bräuchte mir nur noch ein gitarren spieler das ist korrekt das wäre jetzt das wäre ein kleines live konzert hier also das einzige womit ich dienen kann ist dass ich während meinem studium nebenbei so ein bisschen als dj nebenberuflich gearbeitet habe aber ohne mich poet ist das jetzt hier ein bisschen schwierig na gut das stimmt allerdings das ist blöd das ist blöd ja dj welche musikrichtung wenn ich fragen darf sehr viele mashups remixes da aber wirklich in alle richtungen querbeet ah ja verstehe genau die waschmann gerade gefunden hat genau ich mag nur keine originalen songs sage ich mal ich mag das wenn es ein bisschen verändert ist ein bisschen mehr pop aber für veränderungen brauchst du doch die originalen linge um ein bisschen zu mixen oder nicht ja genau ich meine damit dass ich hier reisen nicht die komplette originalversion mag sondern die originalversion ein bisschen aufgepeppt und die bewerten dann ob du mit der story klarkommst mit der steuerung klarkommst die bin jetzt schon zweimal oder dreimal getestet worden ja das ist auch wieder wahr wie heißt du schon der dj ich ich war die aurelia aurelia libo und dann nennst du dich dj libo und dann machst du hier fette party noch schadet oder ja vielleicht also ich weiß es nicht der grund warum ich hier bin ist hauptsächlich ich habe studiert und zwar bin ich bachelor auf arzt und ich würde mich gerne im medienbereich selbstständig machen und ja ich habe eben natürlich mich auch schon immer für musik interessiert ob ich jetzt hier auch wieder als dj nebenberuflich tätig sein werde weiß ich noch nicht oder ob ich vielleicht auch lieber mal ja auf der tanzfläche stehe das muss ich dann so nach gefühl entscheiden vielleicht kannst du ja ein eigenes label hier gründen ja wenn ich die bestanden habe wenn nicht dann habe ich nochmal eine chance ja in west virginia das da war kein platz für noch eine werbeagentur das ja ist ja alles sehr ländlich und deswegen dachte ich ich versuche das hier mal natürlich muss ich mich jetzt hier erstmal kundigen was gibt es schon vielleicht auch erst mal mir einen namen machen wenn ich bei einer etwas größeren firma schon mal anfange hattest du denn künstlernamen schon in west virginia ne künstlernamen hatte ich noch nicht ok das fehlt ja für einen perfekten künstler eigentlich das stimmt ja ja ich habe halt erstmal wirklich so ein bisschen Fuß gefasst in der branche ne ich habe einige zeit für ein unternehmen gearbeitet bei uns in west virginia und ja dann hatte ich halt irgendwann so wirklich die lust danach einfach was eigenes aufzubauen und das habe ich hier jetzt vor zu hause habe ich mich damit noch nicht viel beschäftigt sondern ich habe erst mal geguckt wo geht dann meine reise hin und habe ich mich jetzt ja hier für los santos entschieden ok verstehe ich ja nicht schlecht mhm und was macht ihr alle so warum seid ihr hier urlaub ja dito ja das ist ja auch was ganz schönes ich bin für einen kongreis hier mhm da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen ok das ist ja top schicke kongress nein ich weiß es gerade nicht ja hat er vergessen sich aufzuschreiben glaube ich ja ich müsste das ja irgendwo in meinen mails haben aber irgendwie ich wollte gerade sagen man hat doch sicher einen kalendereintrag mit einer änderung oder so dafür müsste ich mein passwort das könnte man auch das ist ja ein bisschen vergesslich an der schweiz naja ich nein also nein haben wir schon eine sehr schicke derin die ihnen jeden tag ihre termine schickt das ist eine gute idee muss ich mal meinen chef fragen ob ich eine sekretärin kriege aber wenn man das passwort vergessen hat das ist ja bestimmt zu einer der notizdatumente und dann ist es aber keine schicke sekretärin weil sonst lenkt sie sie ja auch noch mehr ab weil ich weiß ich schaue echt scheiße aus mit dem heuschnupfen deswegen habe ich keine kärme an aber eine schicke sekretärin hat man doch gerne oder nicht ja aber dann vergisst du es ja wenn sie dir da einmal mit hohen schuhen und rock auftrag also dann vergisst du es doch brauchst eher so ein ja so ein und im rp möchte ich auch keine kärme anmachen ich gehe mal rauchen ich denke da komme ich mit gerne ok wenn ich rauche und ich gehe mal was zu trinken organisieren ja ich glaube ich würde auch mal noch was zu trinken und essen schauen gut also ich habe keine kämmern wie gesagt erst mal hallo an alle gerade davor noch ich habe danke für ein follow gesagt ich mache gerade die anreise mit patrick hopkins hier ehemaliger wide receiver bei den erstmal bei den oakland riders und dann bei chicago lieber sagt will ja bitte kurz mal nicht laut danke dir ok habe ich vergessen nicht andere essentiell wichtige dinge genau hier sind natürlich die ganzen süßen sachen oh geil warum fangen sie denn so äh danach ist er er hat quasi während dem studium von dings hat er football gemacht hast du irgendwas im gebäck wie viele tatscht aus er es gefangen hat 26 26 wenn du das genau wissen wolltest ich habe du kannst da kannst du mich jetzt sachen fragen es ist halt ich habe ich nie mal in die background story reingeschrieben da kannst du mich dinge fragen das ist halt der wahnsinn also wo 26 bei den bärs und 23 bei den raiders wozu sind die tabletten dann nochmal was eine cherry bomb 23 und 26 oder ist da noch irgendwas eistee oder ist das ach komm nimm ein eistee mit kauf mal neen ring hat er nicht weil weder bei den raiders noch bei den bärs sind sie so weit gekommen die haben du weißt du dass ich bärs fan bin natürlich weiß ich bei den bärs aber bei den raiders ist es so dass es das problem dass er oh geil da gibt es geile sachen ja am liebsten hätte ich schwarz aber dass er bei den ne ne da sind sie das sind die dings in den playoff sind sie ausgeschieden was haben die hier für essen sauer braten mit rotkohl und soße da gibt es nicht mehr so eine lasagne noch mit passt man weiß ja nie wenn man hier alles trifft ich wollte der herr da drüben vielleicht nicht zu lange ja zeit für eine beziehung wegen der geschäfte das wird interessant ja wegen der geschäfte ich bin viel unterwegs und selten zu hause das verstehe ich dass man dann keine zeit für eine beziehung hat wie heißen die damen denn äh rosie rosie ok sarah johnson ja der münchen wärs schon geil am tag miss johnson am tag mr genau wie heißen sie denn michael kandas k-k-k-k-kandas kandas und den damen müssen sie sich nicht den namen aufschreiben oder können sie die merken ich hab den jetzt schon wieder vergessen aber sagen sie das baby damen bitte nicht ok so hat er sich ihren namen aufgeschrieben ja hat er aurelia libo bitte zu schalter 2 wie heißen sie denn äh ich bin äh patrick hopkins das bin ich ach gut das ist jetzt aber nicht so entschuldige ich wollte sie nicht umrempeln ja kein problem entschuldigung was haben sie gesagt ich bin kurz aber das ist jetzt nicht so ja alles gut das war jetzt ein bisschen forsch von der dame es ist jetzt nicht so der komplizierteste name hopkins hopkins nein es ist halt ein ganz äh ein relativ häufiger nachname sogar hopkins gibt es ja nicht irgendwie eine universität oder sowas ja ich glaube es gibt eine hopkins universität ja ich weiß aber nicht gerade in wo warte hopkins oder copkins hopkins ah ok dann habe ich es beim ersten mal falsch verstanden ich habe auch äh hopkins verstanden also ne mit haar mit haar hopkins jetzt sind wir ja schlauer sie haben eine sehr wilde haarfrisur wenn ich das mal so ja danke deshalb ja gefällt mir so ja das war jetzt auch in keinem fall negativ mein sollte das rüber gekommen sein achso das ist mir nur aufgefallen ja definitiv auffällig ich werde öfter auf die haare angesprochen aber das ich hoffe nur positiv ja natürlich das ist auch irgendwie von vorteil weil da kommt man auch gerne mal mit leuten ins gespräch und ja dann kann man auch mal von leuten irgendwas also erfahren sag ich mal oder sich einfach nur einen small talk mit denen führen haben sie schon mal jemanden mit einer ähnlichen frisur getroffen von der farbe oder von schnitt ja von der farbe ja von der farbe ne ich muss kurz überlegen aber ich glaube nicht ne dann haben sie wohl eine außergewöhnliche frisur bei einem eher gewöhnlichen nachnamen ja genau irgendwas muss ja außergewöhnlich sein ne ne es kann sein dass natürlich äh im ich weiß nicht äh beim football und so sieht man ja öfter spieler die sich die haare gerne bunt färben und das habe ich mir halt damals beibehalten haben sie auch mal football gespielt ja habe ich und seitdem tragen sie die haare so ne ich färbe sie immer wieder mal anders aber ich das auffällige hat mir dann doch gefallen weil ja wie gesagt man kommt halt äh also durch die haarfarbe oder durch durch eine außergewöhnliche frisuren kommt man auch immer gerne mit äh mit leuten ins gespräch muss man schon extrovertiert für sein denke ich oder würde nicht gerne so ständig angesprochen werden ähm ja und nein also es kommt halt also wenn man nicht unbedingt lust auf ein gespräch hat dann kann man natürlich das gespräch auch abwenden sagen hier ist mir gerade ein bisschen unangenehm lassen das bitte oder so aber ich kenne auch leute die einfach so rumlaufen und nicht unbedingt ja das so haben wollen weil ich sag mal äh wer mit roten haaren der will jetzt auch nicht unbedingt jederzeit angesprochen werden obwohl es eine natürliche haarfarbe ist ja das stimmt das ist ja nicht so außergewöhnlich naja rein statistisch ist es schon außergewöhnlich ich glaube natürliche rote haare haben nur drei prozent aber drei prozent auf die ganze bevölkerung gesehen sind ja auch nicht so wenig ich würde mich mal entschuldigen mich mal da vorne moment hinsetzen alles klar ja gerne ja das stimmt aber ähm der andere teil ist trotzdem sehr groß aber es sind ja auch sehr viele leute die sich ihre haare dann färben ja stimmt natürlich dadurch ist das dann ja schon wieder ein bisschen verzerrt die statistik ja ja so ein langes gespräch über haare oh gott ich glaub ich bin ich ja tschuldigung die damen ja viel spaß mit dieser außergewöhnlichen stimme dankeschön schönen tag noch ebenso oder guten tag mr hopkins ja genau richtig ok ich benötige ihren reisepass jawoll denn warten sie kurz ich tue kurz den koffer ablegen sehr gerne in der ruhe liegt die kraft einmal hier der reisepass dankeschön wie geht's dir gut junger mann ja ja alles in ordnung soll dir helfen deinem rücken zu verkrampfen versuche zu ziehen ah verdammte scheiße ja danke das wird nicht ganz besser sie vielleicht das gebürt wie komm ich nie raus das sieht nicht gesund aus so 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 jetzt ist besser mr hopkins zum datenabgleich wann sind sie geboren am 25 august 91 der august ist der achte monat korrekt das ist richtig ja ich bin gut jetzt markus sagt bloß nichts ihr vollständiger name ist patrick hopkins das ist so richtig ja und woher kommen sie aus chicago im staat illinois sehr gut dann trage ich das hier so weit ein oh mein kaffee ist glaube ich da ne können sie mir in die hand geben der kollege kann hier ein bisschen warten so super die unfähigen nehmen überhand nen schwarzen kaffee natürlich vielen dank kollege mitschel ja auf einen erfolgreichen arbeitstag viel erfolg mitschel ebenso wo sind wir stehen geblieben ähm sie wollten eintragen dass ich aus chicago in illinois in den usa herkomme oh korrekt ja hier mit ja ne wie war ihr name hopkins her mitschel ist hier mein guter kollege der holt hier immer kaffee und donuts für mich das ja gehört auch dazu ne zum arbeitsleben ja ja es gibt leider keinen praktikanten mehr deshalb muss es der herr mitschel übernehmen oh ok ja das ist einer von den nicht so fähigen aber sagen sie es ihm nicht ins gesicht ne werde ich nicht versprochen herr hopkins der staat des san andreas erhebt eine einmalige bearbeitungsgebühr in höhe von 10 dollern und genau 10 dollern ohne dollar mehr ohne dollar weniger sind sie damit einverstanden ja dann müssten sie mir die 10 dollar bitte in bar geben und am besten passend und ich möchte nicht geld wechseln einmal hier bitte sehr gut alles passend ab in die kasse damit herr hopkins folgen sie mir bitte unaufwändig jawohl ich nehme wieder meinen koffer ja den sollten sie nicht vergessen ja gepäckstücke im flughafen ist immer nicht dass hier noch ein bomb mal haben wegen ihnen ausgelöst wird nein nein habe ich nicht vor ich muss mich immer muten weil mein das tut mir echt laut oh ich muss das facility management mal informieren dass die tür hier geölt wird sie können ihren koffer gerne hier abstellen oh dankeschön möglichst nicht im weg abstellen nicht hier abstellen wo wo dann nicht vor mein regal am besten neben das regal oder hier hin sehr gut hermit verfolgen sie mir bitte zu meinem schreibtisch hopkins immer noch die gute dame ist ein bisschen verplant ist okay ne ja rosie heaton bitte zu zweiter zwei rosie heaton hopkins hopkins ja herr hopkins das meinte ich natürlich wie ist ihr vollständiger name patrick hopkins bitte buchstabieren hier mit jill jeden buchstaben einzelnen und klar verständlich für mich okay p a t p a p p a t p a t romeo ich dachte sie heißen patrick 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 ja ich bestellieren ihnen die buchstaben nach dem nato alphabet das ist in ordnung für sie nein nein okay dann nochmal von vorne romeo nein patrick patrick p mit 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 c k am ende oder mit mit normalem k am ende mit mit c k und ihr nachname hier mitschel hopkins hopkins h o p h o p k i n s k i n s sie waren aus chicago richtig richtig das ist chicago in illinois richtig patrick mitschel romeo hopkins ja genau so ungefähr ich 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 hab schon sehr ahnung die aktuelle telefonnummer hier mitschel äh moment das ist 5 5 5 5 5 5 8 1 6 8 1 6 8 1 6 2 9 1 2 9 1 der 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 bete zum abgleich 5 5 5 5 8 1 6 2 9 1 ist so richtig kodek ihr geburtstaltum ihr hopkins 25.08.1991 Richtig Ja, 30 Jahre alt halt Ja, hab ich doch gesagt, Herr Hoppkins Herr Hoppkins, haben Sie Verwandte, Bekannte, einen verschollenen Bruder, eine verlorene Schwester hier im Staate? Nein, ich kenne hier noch gar keinen Sind Sie Einzelkind, Herr Hoppkins? Nein, ich habe zwei Geschwister Oh, die haben Sie alle zurückgelassen Ja, was heißt zurückgelassen? Der eine ist gerade dabei, dass er Lehrer wird und möchte natürlich auch dort bleiben Und der andere übernimmt quasi, in Anführungsstrichen, das Erbe meines Vaters, indem er auch in der IT anfängt Oh, sind Sie reich, Herr Hoppkins? Ja, ich würde sagen, uns geht's nicht schlecht, aber reich sind wir jetzt noch nicht Ihnen geht es nicht schlecht, aber reich sind Sie auch nicht? Ist so richtig Also würden Sie sagen, Sie gehören zur Mittelschicht? Ja, würde ich so sagen Haben Sie einen Beruf gelernt oder sind Sie so nichts nutzt? Ich habe tatsächlich studiert Oh, was haben Sie denn studiert? Jura Also sind Sie... Haben Sie als Anwalt gearbeitet, Herr Hoppkins? Ja, nur kurze Zeit und auch nur ohne Lohn Also pro bono Also sind Sie doch nichts nutzt? Ich wusste es, wenn ich einen nicht nutze, erkenne ich einen nicht nutzt Ja, ich war davor Footballspieler und habe einige Millionen durch Spiele und sowas geschafft, eingenommen Aber ich habe mir dann eine Wohnung geholt, die habe ich jetzt meinem Bruder gegeben Und habe gedacht, ja, ich muss nicht mehr Geld verdienen und tue lieber soziale Projekte unterstützen Indem, dass ich kostenlos als Rechtsanwalt arbeite für diese sozialen Projekte Oh, Sie sind dann schon Sozialarbeiter? Ja und nein Ja und nein Ich unterstütze es sozial, indem, dass ich frei arbeite Als freier Rechtsanwalt Als freier Rechtsanwalt Hallöchen Guten Tag, Herr Ich wollte nur mal eben Bescheid sagen Falls der Herr, ich bin übrigens freier Makler, mein Name ist Kendrick Jenkins Und ich bin dort vorne am Ausgang Und zwar gegenüber des Feuerlöschers, der dort hängt Bin ich für Sie erreichbar Allerdings wollte ich nur mal eben Bescheid geben, dass ich mal eben scheißen muss Und deswegen, wenn Sie also Interesse an einer günstigen, aber gut gelegenen Wohnung haben, sollten Sie dort vorne am Feuerlöscher, beziehungsweise gegenüber vom Feuerlöscher auf der Seite warten Dann bin ich für Sie gleich nachdem, dann bin ich für Sie gleich da, nachdem ich mein Geschäft verrichtet habe Okay Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg Vielen Dank Ach, das ist ein netter Kollege Ja, scheint nett zu sein So, wir sind dann hier am PC soweit fertig Herr Hopkins, wir können dann hier nach hinten gehen Ich muss mich mal setzen Wollen Sie sich auch setzen? Ja, kann ich machen, wenn Sie wollen Ja, dann können Sie sich gerne neben mich setzen, Herr Hopkins Ich schau mal, wie sich die Gesetze hier von den Gesetzen unterscheiden, die ich hier kenne Also von Stadt Illinois, beziehungsweise von Amerika, von den USA halt Und mal schauen, vielleicht wird das ja was Man kann ja nie wissen, wo einen der Weg hinführt Einer meiner Ex-Männer war auch mal Jurist Er war immer die ganze Zeit auf Reisen und nie verfügbar Sind Sie auch so einer? Eher nicht, also ich werde wahrscheinlich dann eher einer, der auch mal die Freizeit oder sowas genießen will Oh, sehr schön, sehr schön Ja, Sie dürfen in Privatleben nicht wegen dem Beruf vernachlässigen Ja, das ist so richtig, das hatten wir Hatte ich auch, dass ich ja wen vertreten habe, der quasi zur Arbeit gezwungen wurde Da hatte ich mal einen Fall Oh Also ein moderner Sklave Quasi, ja, der wurde durch seinen Arbeitsvertrag, der aber dann nicht rechtens war Den habe ich dann auflösen lassen müssen Und dann sind wir vor das Arbeitsgericht gestoßen Oh, das hört sich nach einem sehr, sehr spannenden Fall an Ja, wir sind da rein, haben unsere Tatsachen vorgelegt und dann sind wir quasi gleich wieder mit einem Sieg rausgegangen Also so spannend war das dann vor Gericht nicht, aber die Vorbereitung an sich war spannend Und Also haben Sie den Prozess für Ihren Mandanten gewonnen Ja, das ist richtig Oh, wunderbar, also sind Sie ja vermutlich ein relativ guter Jurist Ja, geht schon Also ich möchte jetzt nicht hier sagen, dass ich einer der Besten bin Aber als, ja, mit einem frischen Dr. Juris kann man auch nicht viel machen Also es gibt bestimmt erfahrenere und bessere Anwälte als mich Ich habe noch viel zu lernen Sie kennen sich dann vermutlich auch mit Akten aus Ja, ist zwar nicht meine favorisierte Arbeit Weil mit PCs und so Ich bin dann, sagen wir mal In Systeme kann ich mich sehr langsam nur einlesen Oder wie was funktioniert Ich bin dann eher so einer, der Die Akten selbst noch per Papierform haben will Oh, sehr gut Sie können mal aufstehen und hier links neben Ihnen im untersten Fach ist eine Landkarte für Sie Die würde ich Ihnen gerne geben Mhm Nur wenn ich da jetzt hingehe und mich bücke, komme ich vermutlich wegen meinem künstlichen Knie nie wieder in die Höhe Okay Unten links oder rechts? Hier unten in dem Ordner, der waagerecht liegt Ach Ist eine wunderschöne farbige Karte, die habe ich extra für Sie einlaminiert, Herr Hopkins Mhm, ich sehe schon Wunderschön, nicht wahr? Ja, sehr schön Die überreiche ich Ihnen als Anfangspräsent Oh, danke schön Ja, bitte Ich bin sehr großzügig und ich habe keine Kosten und Mühen für Sie gescheut Wollen Sie sich widersetzen oder stehen Sie lieber? Ja, ich kann mich auch gerne widersetzen Sehr gut Sonst wirkt es ein bisschen herablassen, wenn ich hier sitze und Sie müssen stehen Und da ich eine sehr großzügige Frau bin mit einem offenen Herzen, möchte ich das nicht erzeugen Herr Hopkins Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Informationen hier, so als Neuling, okay? Ja, gerne Haben Sie Geld mitgebracht, Herr Hopkins? Ja, ein bisschen was, definitiv Aber den Großteil haben Sie in der Heimat gelassen Ja, ich habe halt ein bisschen was gespendet von meinem Vermögen, mein kleines Apartment habe ich meinem Bruder gegeben, das ich damals gekauft habe Und das Notwendigste quasi habe ich jetzt hier mitgenommen, hierhin Oh, okay Ein paar Klamotten und habe ich jetzt mit dabei Also führen Sie nichts Illegales in den Staaten ein? Nö, nein Oh, perfekt, das war die richtige Antwort, Herr Hopkins Auf jeden Fall, als Bürger unseres wundervollen Staates steht Ihnen eine finanzielle Unterstützung bereit Ja, wie sieht die aus und was umfasst die? Oh, ja wunderbar, dass Sie fragen, denn weil dann haben wir das peinliche Schweigen jetzt auch überbrückt Sie müssen dafür zum DOL fahren Ja, ja, schreiben Sie sich am besten alles schön auf, dass Sie nichts vergessen Ja Ich habe gestern, wo ich stehen geblieben bin Zum DOL oder so soll ich fahren Ach, genau, beim DOL können Sie die finanzielle Unterstützung beantragen, Herr Hopkins Dafür benötigen Sie hier ein Konto des Landes Okay, und wie bekomme ich das? Am besten eröffnen Sie es bei einer hiesigen Bank oder bei einem herkömmlichen ATM Notieren Sie sich am besten dafür dann die Kontonummer Ja Die ist sehr hilfreich Denn Sie benötigen, wie gesagt, ein kiesiges Konto Der wird die finanzielle Unterstützung seitens des DOLs nicht auf externe Konten überweisen Am besten kommen Sie mit dem Bus zum DOL Dann komme ich schon zu meinem nächsten Punkt Der Bus ist nämlich kostenlos, Herr Hopkins Oh, das ist aber gut Ja, eine meiner Lebensweisheiten lautet immer einen Penny sparen, wo man einen Penny sparen kann Ja, das ist eine gute Lebensweisheit Ja, die Nummer des Busunternehmens ist die 100100 100100 Ja, da können Sie anrufen und fragen, wie es mit den Bussen aussieht Aber ich weiß, dass hier am Flughafen auch eine Bushaltestelle sich befindet Außerdem können Sie immer den aktuellen Fahrplan der Busse in unserer Bus-App verfolgen Mhm Ich habe mir sagen lassen, dass es so etwas ähnlich ist wie Social Media Bin mir da aber noch nicht hundertprozentig sicher Ja Ja, muss ich mich dann selbst erst einlesen und einschauen, wie das Ganze funktioniert Ja, so eine andere Kollegin meinte nämlich, dass es hier auch noch Venture gibt Das ist noch ein bisschen mehr Social Media als die Busse Venture, Social Media, okay Ja, ja, da kenne ich mich aber wirklich gar nicht mit aus Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse, da müssen Sie sich ein bisschen rumfragen Mhm Ja, Sie können natürlich auch mit dem Taxi fahren, aber das Taxi kostet Geld und ja Da sind wir wieder beim ersten Punkt Immer einen Penny sparen, wo es einen Penny zu sparen gibt Außer Sie wollen natürlich nicht neben asseligen Leuten sitzen Dann bietet sich natürlich ein Taxi für Sie an Ihr Hauptkind Naja, ich schau mal, wie dann das aussieht, weil wenn Sie nicht gefällt, dann kann ich ja auch wieder aussteigen Ja, wenn sich zum Beispiel eine schlecht riechende Person neben Sie setzt Dann können Sie schnell bei der nächsten Bushaltestelle die Flucht ergreifen und nach draußen rennen Genau Wie wäre denn die Nummer für die Taxiunternehmen, die Sie gerade erwähnt haben? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ist von einem Taxiunternehmen und das andere Taxiunternehmen weiß ich nicht Aber es findet sich vor unserem Flughafen, wenn Sie rausgehen, dann zu Ihrer Rechten befindet sich eine Tafel mit den hilfreichen Telefonnummern Das lege ich Ihnen ans Herz, dass Sie sich die am besten notieren Mhm, okay Haben Sie alles verstanden, Ihr Kind? Ja, habe ich Ich habe noch kurz eine andere Frage Oh ja, natürlich, nur raus damit Ich bin sehr, sehr weise Ja, wie sieht das aus, wenn ich jetzt selbst ein Auto oder so haben will Wie sieht das dann mit den Führerscheinen aus? Ja, Sie müssen natürlich einen Führerschein machen, ja, Kinds Also meiner erzählt nicht hier von Illinois Nö, der erzählt nicht Okay Den haben Sie bestimmt irgendwo auf einem Parkplatz erworben, in dem Sie dreimal um das Licht rumgefahren sind, schätze ich mal Okay Wir haben hier schon ein bisschen höhere Anforderungen, Herr Hopkins Das ist alles in Ordnung Ich will jetzt nicht andere Staaten schlechtreden, aber Illinois ist nicht bekannt für seine außerordentlich schweren Führerscheinprüfungen, Zwinker, Zwinker, Herr Hopkins Ja, ist in Ordnung Sehr gut, Herr Hopkins Dann bekommen Sie noch einen Stempel in Ihren Reisepass, dass Sie keine Schwierigkeiten mit der Polizei bekommen und dann begleite ich Sie nach draußen Ja, gut, passt Herr Hopkins, hier haben Sie einen Reisepass zurück Ja, danke schön Und dann folgen Sie mir unauffällige Richtung Ausgang und ich hoffe, der Herr Makler ist von seinem Trip auf Toilette zurück Nicht, dass der arme Makler unter Verstopfungen leidet Oh ja, hier ist er ja Guten Tag, Herr Jenkins Jenkins, korrekt Genau Hier haben wir den Herrn Hopkins Hopkins Sie dürfen sich dann jetzt über ihn hermachen und ihm eine Immobilie vermitteln Wunderbar, das hört sich doch gut an Herr Hopkins, fallen Sie auf keine Dricks von Herrn Jenkins rein Nein, würde ich doch niemals Ich glaube, der ist ein sehr seriöser Herr So sieht es nämlich aus Ja, der Sanko strahlt Seriösität aus Seriös ist quasi mein zweiter Vorname Klingt immer so blöd, wenn man das sagt Aber ist tatsächlich so Das ist der Willi Dem möchte ich nicht widersprechen, Herr Jenkins Natürlich Ich muss in die Kaffeepause Okay, wunderbar Ich habe meinen Kaffee übrigens immer noch nicht bekommen Oh, ja, der Praktikant war unfähig Ich werde das natürlich sofort klären und ihn zu dir schicken, Kendrick Wunderbar Ich habe Ihren Namen vergessen Nicht schlimm, Frau Bottom Hicken Hickenbottom Ja, genau Okay, wir sollten Du darfst mich Cornelia nennen Okay, Conny Cornelia Genau Und wie darf ich dich nennen? Äh Kendry Kendry Okay Ja, hört sich vernünftig an Kendry Okay Ich versuche mal den Praktikanten zu winden Wunderbar Sehr gut Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Ich Ihnen auch Viel Erfolg, Herr Hopkins Dankeschön Ich warte auf den Tag Ich möchte Sie nicht weiter verwirren Für die Sauberkeit selber sorgt Und dort auch nicht andauernd von irgendwelchem Personal gestört wird Beziehungsweise auch noch Angst haben muss, dass einem nach dem Putzen die Unterhose geklaut wird Und da könnte ich Ihnen natürlich entgegenkommen mit einer günstigen Wohnung im Süden von Los Santos Dem kommenden Szeneviertel der Stadt Sehr zentral ist sehr zentral gelegen quasi zu erreichen mit einem Fahrradladen ist vor Ort Ein 24-7 in der Sie dann auch nachts mal das ein oder andere Hungergefühl beiseite schaffen können Zum Beispiel Es gibt eine wunderschöne Bar Und noch einen Burgerladen direkt in der Nähe Beziehungsweise einen Chickenladen ist es Ich glaube, die haben aber auch Chickenburger Ja, genau Und ja, da könnte ich Ihnen natürlich gerne was anbieten, wenn Sie Interesse haben für 20 Dollar die Nacht Das ist quasi geschenkt Ja, hört sich doch nicht schlecht an Hört sich nicht schlecht an, wunderbar Haben Sie eine Kontoverbindung? Nee, nee, hab ich noch nicht Gut, das ist nicht schlimm Eröffnen Sie einfach Ihr Konto Morgen wird die erste Miete erst abgezogen Das heißt, Sie haben noch genügend Zeit, um alle Vorbereitungen zu treffen Und dennoch heute schon in Ihrer Wohnung einzuziehen Okay, ja, hört sich gut an Hört sich gut an, oder? Ja, gut, also wenn Sie zustimmen, dann würde ich an meinen Rechner gehen Das Ganze eintragen, Ihnen die Schlüssel überreichen Und dann können Sie quasi schon los Ohne großen Zampano Ja, nee, hört sich auch in Ordnung an Wunderbar Wie war Ihr kompletter Name? Patrick Hopkins Okay, Herr Mitchell Nein, Spaß Okay, alles klar, ich bin gleich wieder bei Ihnen Ja, danke Oh Gott, der schickt mich erstmal in die Sau Ich hab So, Herr Mitchell Ich hab dann, äh, die Okay, ich glaub, den werden Sie hier nicht mehr los Nee, den werd ich hier drin nicht los Herr Mitchell, der wird immer bei Ihnen bleiben Sehr wahrscheinlich, so wie das aussieht Ähm, ja, ich hab da was Wunderschönes für Sie vorbereitet Mhm Und zwar So, hab ich hier einmal die Schlüssel für Sie Und, ähm, dann habe ich noch einmal einen Stadtplan für Sie Den Stadtplan hab ich schon bekommen von der Dame Okay, dann nehmen Sie den trotzdem mit Weil hier hab ich Ihnen ein kleines grünes Häuschen draufgeklebt Das markiert, an welchem Punkt Sie Ihre Wohnung finden Mhm Damit Sie nicht, äh, äh, durch die Stadt irren und, äh, äh, verlauter schildern Und allem möglichen Pipapo nicht wissen, wo Sie hin sollen Ja, passt Deswegen gebe ich Ihnen das gerne mit Ja Und, ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in Ihrer neuen Wohnung Und, ähm, kommen Sie gut an Ja, dankeschön Sehr gerne Und der Herr Mitchell ist gerade da vorne rein Okay, dann lassen wir den Herr Mitchell mal da, wo er ist Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Gut, dann nennen, äh, auch Ihnen noch einen schönen Tag Okay, machen Sie es gut Bis dann Huch Huch, da kommt schon der Nächste Guten Tag Ja, natürlich stehen bleiben wir es auch nicht so Ja Ja, ja, ja Das ist nicht schlimm So Und was haben Sie in Ihrer alten Heimat so gemacht? Hallo Hallo Willkommen auf der sonnigen Insel Äh, mit Ihnen Wir begrüßen Sie Hallöschön Äh, ja, hallo Sie fühlen sich überrumpelt? Ja, ein bisschen Das ist okay Was haben Sie denn studiert? Ich glaube, Sie haben Hunger, oder? Sehr schön Tatsächlich habe ich mir gerade, äh, noch was, äh, beim Kiosk-Chronikus Ja, aber davon selbst hat er nicht satt Ja, ich habe jetzt, äh, meine Eltern auch gearbeitet und eine Ausbildung gemacht Und da war Marketing in beiden Berufsteilen Ja, aber jetzt ist mein Koffer schon komplett voll, wenn Sie Das ist schon richtig Ja, äh, ich meine das ganze Leben ist ja quasi Der ist ja zum Trinken Den Tee müssen Sie ja auch nicht in den Koffer stecken, sondern der ist ja zum Trinken Ja, aber ich habe ja hier schon die Hände voll mit dem Koffer Das ist Gassos Ich weiß nicht, ob Sie Gassos kennen Aber der hat Ex-Vater-Tabletten Der sieht so schickig aus Hast du das gesehen, wie ich das sage? Das ist der Tee Das ist der Tee Das hat einem die Spucke weg, was man wirklich flüssen bekommt Also, das ist ein Erlebnis Das ist praktisch angelehnt, so ein bisschen an die Sprache Äh, ja, äh, ja Der Koffer ist voll, ja Der hat beide Hände voll zu tun Also, auf jeden Fall ein Geschmacksergebnis Ja, kriegen Sie doch, ich kriege den Tee gerne Ja, natürlich, dann kriegst du halt den Tee Wenn der Herr nicht möchte Ja, tut mir echt leid Also, falls Sie irgendwann mal wieder verlangen haben Problem Äh, der geht auf Oh, natürlich Auf dich Danke Wie geht's Ihnen? Auf die türkischen Spezialitäten Mir geht's soweit ganz gut Ja, ein bisschen geschlaucht vom 5-Stunden-Flug Aber das ist, ich habe schon gehört, dass es könnte auch länger dauern Genau, wo kommen Sie her? Ich bin aus Chicago Nee, aus Chicago Nee, da komme ich auch her Tatsächlich? Ja Wo haben Sie gewohnt, oder? Mitten aus der Innenstadt Mitten in der Innenstadt Beim Jefferson Park Oh Äh, in die Ecke ungefähr, ja Ja, da hinten hatte ich auch in meinem Department Nee Dann kann es ja sein, dass ich Sie beim Taxi gefahren habe Kann, kann auch gut sein, ja Gut sein, ja Möchten Sie vielleicht jetzt auch ein Taxi? Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ja Können wir machen Ich war sie in Chicago, ich war sie jetzt auch Das ist gar kein Problem Genau Das ist gar kein Problem Wir müssen ja da anfangen, wo wir aufgehört haben So Genau Okay Fangen wir an mit dem Fahrsicherheitstraining Das ist kostenlos Zeit, Ryan, oder? Bitte was? Wie, Ryan, gerade hast du Zeit? Achso Mek, meinst du? Nee, dann, 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 wo sie mitnehmen? Ich habe immer Zeit Ja Und dann, dann, wir haben Zumiratsgeheißen, ich soll, äh, als erstes, äh, ein Zumal zu dem ATM Äh, das ist toll Oh, die kann ich noch gar nicht tun Der Mann kennt sich aus, der weiß, ob sie jetzt ist Oh Okay, sie wissen, wo ich hin muss Äh, DOL, ne? Ja, und davor noch ein, äh, Konto Irgendwie ATM oder so Davor ein Konto, ja, ja, das kriegen wir hin Mach ihnen erst mal ne Koffer rum auf Dann können sie nämlich, ihre Koffer da endlich loswerden Mh Wollen sie sich nicht ganz ertragen so gucken sie mal dann einfach rein ja und dann dürfen sie einsteigen schön ja ja dann noch mal herzlich willkommen in los santos ne wir sind gerade am flughafen wie sie sehen können wir fahren jetzt in richtung innenstadt ja ich habe auch so eine schöne karte bekommen habe ich zweimal bekommen eigentlich einmal von der einreisebeamtin und einmal von dem makler ist aber umso besser ja makler also heißt ja schon eine sozialwohnung bekommen hat ihr habt gesagt das ist eine gute wohnung in einem aufstrebenden viertel in süden süden also in der suchzeit wo ich habe hier keine ahnung er hat mir so ein grünes häuschen auf die karte mit drangemals und meint ich kann sie noch mal kurz hier hat ich vergleiche mal kurz mit dem navi hier vorne wenn es okay machen sie das ist hier ich kenne mich ja nicht so gut aus ja ist für den anfang sehr gut ja ich sage ihnen aber aus erfahrung da sollten sie dann schnell weg ziehen okay wir sind in der suchzeit sind ein paar schlimme finger unterwegs da möchten sie nicht lange bleiben weil wenn sie ansprechen was ist dann besser empfehlenswert ich bin ganz glücklich mit vielleicht wienowood da gibt es das generix wenn sie dich informieren da gibt es wohnungen für 60 dollar oder was sie direkt machen können wenn sie jetzt gar keine lust mehr haben da hin zu gehen die könnten erstmal für die tage hier gleich links zum land ihrer hotel der hotel hat er gesagt ist immer ein bisschen doof weil hier man kann nicht viel lagern beziehungsweise man wird gerne mal ja ja es ist auch nur für für so einige nächte aber bis sie eine wohnung haben aber ich glaube es wäre besser als in der suchzeit da okay aber das müssen sie ja selber entscheiden ja wir sind gerade eben sind wir am stadtpark vorbei gefahren wo sie auch die bank gesehen haben es ist so eigentlich so den zentralen punkt wo sich die leute treffen da gibt es dann auch das geberhaus was wir gerade eben an dem flughafen gesehen haben ja und da gibt es noch den kiosk ganz günstig waren her bekommen getränke weisen alles was es da so gibt und genau hier links oder in dem stadtteil wo wir gerade sind ist little soul da könnten sie auch hinziehen sind auch sehr schöne wohnungen und da haben sie direkt eigentlich die jing yang-tankstelle und da können sie sich schon an der tankstelle was zu essen zu trinken und so holen voll überstopp still drüber ok genau so dann fahren wir einmal erst mal gucken sie mal hier zu rechts ist das dol fahren wir gleich schienen wir fahren aber einmal hierhin wenn sie nämlich da an den automaten gehen können sich eine auto hier ist ein konto machen ok gut genau so lange warte ich dankeschön und schreiben ja ja der hat mich mit meinem ersten charakter auch schon reingefahren natürlich geht jetzt mein stift nicht 1 9 da sind wir wieder ja hallo ich brauche nur ein bisschen weil ich muss ich konnte noch mal aufschreiben 1 gott so ja hallo wünsche euch einen schönen tag dank ihnen auch so gut ja kontonummer haben sie sich aufschreiben ja genau so besser ich glaube da ist jede zahl einmal dabei also perfekt also ich habe ich habe da echt zwei ein bisschen länger gebraucht zum abschreiben aber alles gut so dann fahren wir einmal zum dol da lasse ich sie da raus werden sie von den netten menschen empfangen und dann können sie nochmal anrufen wenn sie wollen nehmen ja die nummer habe ich schon die 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 und dann holt sie eine ab ne ja genau schön ja dann viel spaß noch ne man sieht sich ja wie bekommen sie ich bekomme nichts von ihnen ach so ich schenke ihnen die jetzige fahrt die nächste bezahlen sie dann ach so ja dankeschön dann ein Willkommensgeschenk machen sie es gut ja ich holste den Kofferraum aus dem Kofferraum hin ah das ist eine schöne Idee Kofferraum ist offen wir können sie einfach aufmachen ja dankeschön können sie gleich mal bitte eben zu machen das kriege ich nicht ein Willkommensgeschenk guten Abend guten Abend oder guten Tag ich bin gerade angereist sagt er ist nicht soll mich so dann gleich hier melden haben sie denn schon ein Konto eröffnet ein Konto habe ich eröffnet ja da haben wir sie am Abtas untersuchen ja klar ich zu dir kurz meinen Koffer abstellen hier ne ok so Willen guten Tag hallo haben sie offen sie können hier ja aber ich müsste ähm Moment wir müssen sie einfach untersuchen am besten einmal an die Holzfahrt bitte daher wollen an die Holzfahrt genau ist für sie ok für eine Frau ja in Ordnung gut haben sie eigentlich scharfe spitzen Gegenstände an die ich mich verletzen könnte ne dann wäre ich sie einmal abtasten alles klar dann darfst du ja mal nach vorne gehen jawohl ich nehme meinen Koffer wieder ne genau hohe Dame sagen wir sie einmal an die Holzfahrt bitten guten Tag ja guten Tag äh ich bin gerade eingereist und es hat geheißen ich soll mich hier beim DOL melden ja korrekt ähm sie waren schon bei der Bank und haben ein Konto eröffnet ja hab ich und die Kontenummer auch äh notiert ja sehr gut dann würde ich sie bitten äh bei den beiden Herren auf der Bank äh Platz zu nehmen äh wir kommen gleich auf sie zu äh sie können dort auch gerne ihren äh Koffer unter der Bank verstauen jawohl dankeschön bitteschön Tag ja wunderschön hallo die Nummer ist falsch ähm Moment also 555 ja 96 ja 53 ja 96 555 96 53 96 oh bin ich froh dass der gesagt hat geh weg von der Sau aber ist nicht erreichbar achso vielleicht im Flugmodus ich war im Flugmodus ja ja funktioniert perfekt alles klar ich richte dich auch gleich an so wie war das nochmal Derek Derek ja alles klar sie sind auch heute hier frisch angekommen ja das Sache ja so richtig ja sie mit dem Capx glaube ich sind nach mir rein ja das stimmt das stimmt ja kann ich mich erinnern und hatten sie einen angenehmen Flug ich bin Schlimmeres gewohnt ja ich hatte einen langen Flug aber es ging dann tatsächlich sie waren jetzt nicht der aus Australien oder schon ja doch ah doch doch nicht schachspielende Schachspieler der 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 ja genau ich habe da ich habe da den Kontext nicht so ganz verstanden mit dem Schachspieler nein mein Nachname ist Chess wie das Spiel ah aha ich spiele aber kein Schach ach so ah ist auch gut ja wir haben am Flughafen gerätselt ob vielleicht ein ur 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 wie viel ur war das ich glaube sieben oder so ja äh Urgroßvater äh irgendwann vielleicht mal das Schachspielen erfunden hat das ist eine Überlegung wer da das so ist das kann natürlich sein ich habe aber ich habe auch gesagt ich habe keine keine Ahnenforschung betrieben also wie ich Jazz gehört habe ich jetzt erstmal an die Musikrichtung denken müssen tatsächlich ach so nein nein ja aber dasselbe Prinzip ich bin auch nicht musikalisch ne ich auch überhaupt nicht also ist denn überhaupt jemand musikalisch ja wir hatten vorhin wie hat die geheißen Sydney ne ja äh die war anscheinend DJ DJ ok war das nicht die Aurelia ne die Aurelia war es stimmt Sydney war die andere ach ich äh Gesichter und Namen zu zuordnen dann bin ich echt schlimm ja ich auch ich kann es eigentlich auch nicht aber bei ihr habe ich es mir gemerkt stimmt das war ein außergewöhnlicher Name ja Aurelia da habe ich noch nicht sehr oft gehört aber die war DJ ja hat Ralf seinen Charakter löschen lassen das ist doch Ralf Seiler gewesen von der Stimme bin ich mir nicht sicher wie lange sind sie dann von Australien hierher geflogen ich denke das waren so circa 13 Stunden einen halben Tag ist schon besonders mit dem Vorcheck-In und keine Ahnung dann sind sie heute ja ganz schön früh rauf ja ja ich bin ganz schön früh rauf deswegen möchte ich auch nach dem DOL relativ rasch in ein Hotel ja verstehe ich erst mal hinlegen sich ein bisschen ausruhen und dann mal am Abend schauen was so geht ja genau korrekt die Dame ich wollte mich nicht einwischen ich habe jetzt sogar wie heißt du oder du heißt ich bin Rosie Rosie ein schöner Name danke habe ich tatsächlich auch noch nicht sehr oft gehört mich? ne ne also irgendwas mit Chess habe ich vorhin in der Durchsage auch gehört aber den Vornamen habe ich nicht mitbekommen Paul Paul? Paul ja ok ganz stinklangweilig einfach Paul und der Herr mit den Grünharnen war Patrick richtig? ja richtig und der Herr zu meiner Rechten den kenne ich noch nicht ich bin Derek hi Derek ok ja jetzt sind wir alle wieder hier angespürt ja ein paar werden noch nachkommen denke ich mal ein paar bestimmt so ja ja ich bin vorhin am Kiosk gestanden und da habe ich nur so gehört wie einer so ja wie sie haben illegale Pithäubungsmittel dabei und er ist gleich wieder rausgeflogen wirklich ja ist auch nicht so eine kluge Entscheidung würde ich jetzt mal behaupten ist gleich mal durchsucht worden und dann gleich wieder rausgeflogen aber hat das offen zugegeben oder wie ich habe nicht mitbekommen ich habe nur gehört ja haben sie dafür ein Rezept ja ne sie bringen hier illegale Betäubungsmittel mit rein ist ihnen das klar und dann gehen sie nochmal durch und dann hat es nochmal gepfiffen oder so und dann bin ich schon wieder bei der Kasse gewesen ja okay weil die Wände vom Kiosk darüber waren schon ein bisschen dünn ja verstehe apropos komische Typen habt ihr auch diesen Makler getroffen ja welchen Makler ich wurde vor ihm gewarnt gewarnt ja ja irgendwie so ich habe bei dem jetzt sowas gekocht ja also wirklich oh Gott ja dazu kann ich was sagen Entschuldigung der Taxifahrer hat gemeint so ja hier das ist in der Southside red da bloß keine Typen an sonst bist du dein Geld ganz schnell los such dir eine neue Wohnung ach nee also mein Taxifahrer meinte auch ja ist eine Bruchwude wahrscheinlich aber dass man da kein anquatschen soll hat er nicht gesagt ja nee meiner hat gesagt gehabt ich soll mir am besten äh in ach Gott äh Wienerwurt hat er gesagt ähm Wienerwurt Generik wenn dann Weinwurt ja der hat eine echt komische Aussprache gehabt der Taxifahrer von mir der hat Generik zu mir gesagt da gibt es Generik und da soll ich nachfragen oder ich soll hier in äh Little Soul soll ich äh soll ich schauen da sind äh sind äh Wohnungen was sind Little Soul äh das ist äh so wie wir da hochgefahren sind hier rechts runter die Straße anscheinend ach ist das diese bei dieser bei dieser Tankstelle genau Ying Ying oder so hat er zu mir gesagt das hat er alles so zu mir gesagt da sollen gute Wohnungen sein oder halt da bei diesem Generik mhm verstehe sein Wort laut wahrscheinlich hat er das auch komplett falsch ausgesprochen ok ok verstehe ich hab dem Makler tatsächlich gesagt dass äh dass ich eine eine Wohnung gerne im Norden hätte und er hat dann gemeint ja er hat da kann er mir leider nichts anbieten mhm hat er nur im Süden oder was er hat nur im Süden von Los Santos da ist er ein klasse Makler ein aufstrebendes Szeneviertel hat er zu mir gesagt ja genau das hat er zu mir auch gesagt ja richtig was was sehr belebt ist äh und jetzt äh wo der Taxifahrer mir das erklärt hat kann ich mir da schon darunter was vorstellen ja wie belebt das da ist denke er würde es nur gerne beleben oder denke ich auch er gibt auf jeden Fall sein Bestes ja das stimmt aber schon mit allein mit diesem Sack mit diesen ganzen Geldscheinen drauf der ist ich weiß nicht wo ihr ihn getroffen habt ja aber ich war in so einem Büro mit einer Mitarbeiterin und er kam einfach rein und hat laut losgeschrien hallo bei mir ist er reingekommen und hat gesagt falls hier jemand mich sucht ich bin beim scheißen das hat er auch gesagt er meinte so ja hallo ich bin hier Makler bla bla für Wohnungen im Süden dies das und dann meinte er aber ich muss jetzt erstmal richtig scheißen gehen ja genau also warte dann auf mich und dann gebe ich dir eine Wohnung hast du auf ihn gewartet? ne er ist schon wieder da gestanden ich hab nämlich auf ihn gewartet und dann kam er halt irgendwann raus und ja stimmt du kamst ja nach mir aus dem Flughafen ja ich komm da raus und auf einmal steht da ein Polizist und vier Taxifahrer und was ist ich was ich bin erstmal so wo bin ich hier? ich bin komplett überfallen worden ich kam aus der Tür raus und da standen schon direkt zwei Leute ich dachte so okay was ist jetzt los? und die haben mich direkt angequatscht und so hallo willkommen und dann kam auf einmal noch ein Cop dazu und ich war so okay okay ich wurde tatsächlich auch so überfallen also bei mir haben tatsächlich ich denke waren das sechs Leute waren das acht Leute auf einmal war dieser Cop dann noch daneben ich dachte mir warten die schon auf mich? müssen die mich irgendwie abführen? oder was? wieso hast du was verbrochen? nicht dass ich wüsste also ja ja genau ja ich warst du ja der mit den illegalen Substanzen nee kann nicht sein das kann von der Zeit her nicht mal sein weil er ist direkt nach mir durch ja das geht wir haben die Sicherheitsbeamte aus meinem Kopf an den Rubikswürfel rausgeklaut ja das habe ich mitbekommen das habe ich auch gesehen ja ist egal dann habe ich halt während dem Flug gehabt weil mir langweilig war fünf Stunden fliegen ja den hatte dann die eine Sicherheitsbeamte der war wahrscheinlich auch langweilig aber die eine Sicherheitsbeamtin die hat doch schon die ganze Zeit mit diesem Würfel gespielt oder? ja genau und die andere hat immer gerufen ey pack den Würfel weg die hat immer weitergespielt das waren Geschwister tatsächlich echt? ja die hat gesagt ihre Schwester lässt diesen Würfel nicht mehr los ja ich habe mir gemeint ich habe mir noch gedacht ja gut das waren fünf Dollar oder so ich sage komm ist doch egal ja ich denke es gibt genug Würfel in dieser Stadt ja müssen wir mal gucken ich habe ihr damit jetzt die Schicht verbessert das ist ja dann auch eine gute Sache kann ja auch sein vielleicht bin ich auch deswegen nicht durchsucht worden die hat nämlich nur meinen Würfel aus dem Koffer genommen und dann ist sie und dann hat sie gesagt ja kannst weiter hat sie gefragt ob ich also ich musste durchsucht werden und dann hat sie gefragt ob ich Fische Insekten Vögel oder Reptilien dabei hätte wurde ich auch gefragt ah mann also nicht mehr in der Tasche wo kommt ihr her? Chicago ja ich komme aus Chicago ich komme ja auch aus Chicago ne? oh okay ja der tatsächlich war doch von mir auch aus Chicago okay der hat sogar irgendwo bei mir um die Ecke gewohnt ich habe da beim Jefferson Park gewohnt ich bin echt in der Lower West Side mhm ja Seattle war die Stadt mit diesem Turm oder? diesem ganz Bekannten ja mit diesem einen Turm diese eine Stadt mit diesem einen Turm nein nein ich meine diese eine Stadt mit dem einen Turm ja der Turm der ist halt der Turm ist für Seattle halt das Markenzeichen ja das stimmt schon und in Chicago gibt es doch diesen diesen Kanal oder? diesen langen mit diesen vielen Brücken oder? ich weiß nicht diese eine Stadt mit diesem kleinen Kanal mit den vielen Brücken ja genau also ich 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 Football Mannschaften assoziieren also hier Seattle Seahawks und Chicago Bears und so weiter und so fort okay verstehe ja die Seahawks beste was? nix ja gegen die Seahawks habe ich zwei Stück geworfen ja gefangen ja das kannst du uns ja jetzt so erzählen mhm ja ich hast doch immer verloren klar deswegen habe ich ja auch zuerst bei den Raiders gespielt und danach bei den äh bei den Bears also spielst du professionell oder wie? ne ich habe gespielt ich habe mir dann das Knie verletzt und wäre dann eigentlich in Practice Squads gelandet darauf hatte ich aber keine Lust weil vom Practice Squads wieder rauskommen ist mühselig sagen wir so da musst du extrem hart und extrem gut performen und dann habe ich lieber mein ähm also wenn man ja Football Spieler wird und gedraftet wird muss man ja das zum Grundstudium abschließen weil es ja nix wird mit dem Crafts und nix mit der Profikarriere dann habe ich lieber mein Grundstudium quasi wieder erweitert und bin dann ähm habe dann meinen Doktor Juris nachgeholt Jurra? ja ich habe ein Grundstudium in Jurra zuerst gemacht Hallöchen und Tag hi so ich stelle mal meinen Koffe hin ich bin sofort wieder da ja ich bin einmal kurz auf Toilette jawohl okay jawohl ja du musst direkt ausräumen vielleicht hat der ja Insekten dabei oder Reptilien Anna muss die Security ablenken ne ich bin doch eh mit dem Rücken zu uns und danach habe ich halt weil ich habe genug Geld verdient nach meiner Profikarriere das waren ja auch oh Gott ich glaube vier Jahre und ne sechs Jahre glaube ich waren es ja keine Ahnung irgendwie sowas und da habe ich genug verdient und habe dann auch einfach mit meinem Doktor Juris Pro Bono gearbeitet Pro Bono okay das heißt du hast dann wie ist das mit Pro Bono gibt man dann gar kein Geld oder man verlangt halt kein Geld beziehungsweise man kann halt man kann kleine Dinger bekommen vom ein Fall von mir zum Beispiel war dass einer von seinem Arbeitgeber ausgenutzt worden ist mit einem Arbeitsvertrag der ist halt nicht rechtens gewesen ich bin dann mit vom Arbeitsgericht und wurde dann vom Gericht entlohnt quasi vom Staat und habe quasi nicht das Geld von Arbeitnehmer es wird wahrscheinlich noch ein paar Minuten dauern wie sieht es bei den Herrschaften mit Hunger und Durst aus ich bin versorgt danke Hunger oder Durst haben dann kommen sie ruhig auf uns zu wir wollen ja nicht dass sie hier in unserer Behörde umfallen oder so ich habe noch im Kiosk eingekauft im Flughafen alles klar wie gesagt wenn wir noch was brauchen dann kommen sie einfach zu uns Dankeschön danke aber kurz bevor wir hier gleich alle uns wieder auflösen darf ich mir eure Nummern aufschreiben na klar ja gerne dann mal reih um dann schreiben wir mal alle mit oder ja das wäre glaube ich am besten okay alles klar also meine Nummer wäre die 555 555 96 96 53 53 96 96 Paul hast du auch einen Nachnamen ja Schach das kann ich mir merken okay dann sage ich euch jetzt mal meine Nummer ja also ich bin Rosie mhm hast du auch einen Nachnamen aha Heaten oh Gott also wie Hitze also Heat und dann noch ON hinten dran ah Heaten okay ja ja 555 ja 378 278 278 oder 3 378 378 019 019 da bin ich wieder ja wir haben den Koffer ausgeräumt kein Problem ach super ja dann haben sie mir auf jeden Fall schon viel Arbeit enthält müssen sie nicht mehr so viel schleppen die Insekten haben wir gegessen die Insekten nicht die Insekten okay dann haben wir Derek hast du auch einen Nachnamen Nolan Nolan also Nolan geschrieben aha mhm äh 555 441 441 438 438 so dann ah okay das müssen wir nochmal austauschen da würde ich dich nicht stören ja wir müssen nach kurz kein Problem äh Hedrick Hopkins richtig wie schreibt man das H-O-P H-O-P Hopkins H-O-P K-I-N-S K-I-N-S okay die 555 aha 816 816 291 291 okay perfekt genau okay perfekt sollten sie sich quasi in Ehren halten es gibt nur ja wie sagt man so schön äh einmal erste Bekanntschaften hier am Flughafen und im DOL ja das stimmt ja ja wenn sie dann soweit fertig sind würde ich sie bitten uns zu folgen wir wollen nach oben gehen die alle alle gleichzeitig ja alle gleichzeitig kann ich meinen Koffer hier stehen lassen oder muss ich den mitnehmen ne den können sie hier stehen lassen wie gesagt alles klar ja ja der ist eh leer bei ihm das ist ja den hab ich schon ausgereiht okay dann holen wir den später also dann folgen sie uns bitte ja einmal ist mir schon wieder passiert dass ich mich nicht gemütet habe am Flughafen aber es ist denen nicht aufgefallen Gott sei Dank so können sie sich gerne mal hier hinsetzen genau können sie sich gerne Platz nehmen aber es sind halt irgendwie so dass man sich noch in angenehmer Lautstärke unterhalten kann dass jeder jeden versteht oder prinzipiell wichtig ist dass sie dann quasi mich verstehen ich das mal nachfragen würde verstehen sie mich alle ja sehr schön ich würde schon mal wissen gut ja ist gut wir würden jetzt quasi eine sogenannte Gruppenbelehrung machen über die ja Einzelheiten der Sozialhilfe hier im Staat dazu würde ich sie ja prinzipiell erstmal herzlich willkommen heißen hier in San Andreas und bei uns hier im Department of Labor mein Name ist Dennis Nassir das neben ist mein Kollege Herr Marcela ja das Department of Labor ist im Grunde zuständig für alles rund um Arbeit wir führen ja Unternehmensakten Arbeitnehmerakten Handelsregister und auch die Freelancerakten zukünftig auch sind wir für Vereine zuständig ja und ein sehr großer Teil unserer Arbeit ist tatsächlich die Arbeitsvermittlung bezüglich der Arbeitsvermittlung ich weiß nicht ob sie jetzt schon Kontakt mit Venture hatten nein ich habe nur gehört dass es ein Sozialmedienzeug ist genau Venture Venture ist quasi der Social Hub hier in San Andreas besteht aus mehreren Teilen wenn Sie mal auf Ihrem Handy schauen links oben die weiße Kachel mit dem roten V da öffnet sich dann Venture dann haben Sie auf der linken Seite eine Navigation relevant für diese Belehrung ist prinzipiell eigentlich nur Venture Mail das ist der Papierflieger und Venture Live wo Sie auch Jobangebote finden können Venture Live ist sowas wie ja Kurznachrichtendienst kann man sagen mit Bildern dort finden Sie dann über den Hashtag Jobs Angebote von Firmen die dort auf Venture ausgeschrieben sind sind einige tatsächlich wenn Sie weiter gucken haben Sie dann unten noch so ein Aktenköpferchen in der Navigation links da steht die UL dran das sind wir dort sind quasi alle Stellenangebote ausgeschrieben die über uns geschaltet werden das mittlerweile auch sehr viel ist wie ich sehe das ist sehr erfreulich und ja das wichtigste Tool eigentlich von Venture ist Venture Mail sollten Sie in Arbeit kommen wird Ihnen nämlich hier im Staat ein Arbeitsvertrag zugeschickt vom Arbeitgeber das ist gesetzlich vorgeschrieben und der wird dann quasi wieder zurückgeschickt und dafür brauchen Sie eine Venture Mail und hierfür müssen Sie sich dann einen Zugang erstellen einen Venture Zugang und diesen in der Venture beziehungsweise Wiesel News Geschäftsstelle freischalten lassen das wäre dann vermutlich Ihr nächster offizieller Gang nachdem Sie hier fertig sind den Venture Login also den Venture Namen der sollte zwangsläufig im Klarnamen erfolgen das heißt das ist der Name der auch in Ihrem Ausweis steht Sie können es dann allerdings bei der Freischaltung auch einen Anzeigenamen ja einrichten lassen und wo finde ich das? die Wiesel News beziehungsweise Venture Geschäftsstelle meinen Sie? Mhm das ist wenn Sie zum Beispiel wobei ich weiß nicht ob es schon aktuell ist wenn Sie links auf Venture Sites gehen das ist quasi Unternehmenssuchmaschine Okay unter Prometheus findet man nichts ich weiß nicht ob das schon aktualisiert wurde ich könnte mir aber vorstellen dass es schon wurde Venture San Andreas Geschäftsstelle Geschäftsstelle Palomino Avenue Ecke Linze Circus in Little Soul ja genau habe ich auch gerade das ist im Wiesel News Gebäude selbst drin genau so wie das Bild genau so wie das Bild das ist schon aktuell das war eine ganze Weile nicht aktuell deshalb wollte ich selbst nochmal schauen aber ja das ist quasi dann auch die Örtlichkeit und Sie sehen ja dann wenn Sie auf dieses Venture Sites Profil gehen wo dieser Marker ist auf der Karte das ist quasi zentral in Little Soul gelegen Okay Am besten rufen Sie da auch vorher an ob Sie offen haben Sie sehen ja vielleicht auf der Venture Sites Seite die 11 88 00 ich könnte mir allerdings vorstellen da der Flughafen ja heute angekündigt hat dass er offen ist dass dort auch jemand erreichbar ist dann für die Freischaltung der Accounts Okay Alles klar Ich hatte das Thema schon aufgegriffen wenn Sie in Arbeit kommen wenn Sie in Arbeit kommen sind Sie dazu verpflichtet dieses innerhalb von drei Tagen bei uns mitzuteilen da sonst der Verdacht der Schwarzarbeit aufkommen könnte diese Verpflichtungen haben sowohl Sie als Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber und ja sollte halt der Verdacht aufkommen müsste dem nachgegangen werden und kann durchaus strafrechtliche Folgen haben dementsprechend ja würden wir Sie bitten ja diesem ganzen sehr nachzugehen das ist in Ihrem eigenen Interesse Okay von dieser Meldepflicht ausgenommen sind tatsächlich die sogenannten Minijobs ich weiß nicht ob Sie am Flughafen jetzt eine Karte mitbekommen haben oder auf Ihrem Handy haben viele auch so eine Karten-App wenn Sie da schauen sind auf der Karte weiße Dollarsymbole eingezeichnet das sind diese wie gesagt diese Minijobs man kann nicht wirklich viel Geld mit denen verdienen das ist mehr sowas wie ein Taschengeld aber diese sind von der Meldepflicht ausgenommen das heißt die können Sie so lange und so oft machen wie Sie möchten Sehr gut Gut Okay Dann ja zur Sozialhilfe selbst die Sozialhilfe ist so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen hier in San Andreas sie beträgt 45 Dollar die Stunde für maximal vier Stunden am Tag Überweisungszeitpunkt ist jeweils um 24 Uhr am Folgetag das heißt wenn wir Sie gleich im System anmelden und Sie noch Sozialhilfe halten würden Sie dann um Pima Daumen kurz nach 12 Ihre erste Sozialhilfe erhalten und da würde ich Sie dann auch bitten Hallo Hallo Da würde ich Sie dann auch bitten Okay Sie sind glaube ich jetzt gerade neu dazugekommen von unten Genau richtig man hatte gesagt ich soll mich einfach mit Ihnen stellen Okay das ist insofern ja nicht unbedingt hilfreich weil wir schon mittendrin sind aber okay ich fange nochmal Ich kann den Herrn sonst mitnehmen dann Ja okay dann mache ich nämlich einfach mal weiter Okay machen wir das ein bisschen so Ja ich würde Sie dann einfach bitten morgen oder nach 12 Uhr je nachdem auf dem RTM mal zu schauen ob Sie auch Sozialhilfe erhalten haben es kann immer mal was passieren Sie haben jetzt die Kontonummer dabei wir tragen Sie ein aber vielleicht haben Sie sich auch falsch notiert oder der Bearbeiter trägt Sie falsch ein dann melden Sie sich bei uns und wir gehen dem Ganzen nach und im Zweifelsfall würden Sie die Sozialhilfe auch dann nochmal von Hand überwiesen bekommen Gut wenn Sie dann in Arbeit sind bekommen Sie zusätzlich zu Ihrem Gehalt unter Sozialhilfe auch noch die sogenannte Gewerbehilfe das ist eine Subventionierung des Staates an die Gewerbetreibenden diese beträgt auch 45 Dollar die Stunde für maximal 8 Stunden am Tag und das kann quasi auch auf mehrere Arbeitgeber aufgeteilt werden sollten Sie also mehrere Jobs haben können Sie in mehreren Jobs arbeiten bis Sie maximal diese 8 Stunden erreicht haben an Gewerbehilfe Ihr Gehalt setzt sich dann am Ende zusammen aus den Gehältern die Sie erhalten der Sozialhilfe und der Gewerbehilfe Ausnahme für diese ganzen Regelungen sind allerdings Anstellungen in einer Behörde dort erhalten Sie gar keine Sozialleistungen aber dafür ein entsprechend höheres Beamtengehalt Behörden das schließt uns zum Beispiel mit ein das Department of Labor Department of Justice Police Department Medical Department oder auch das Focusing Unternehmen Cyprus was tatsächlich ja verstaatlicht ist Wie geht's dir? Alles gut? Gut Haben Sie Fragen? Ich denke mal der Herr der gerade auf Toilette war wird wahrscheinlich viele Fragen haben aber das können wir dann gerne im Einzelgespräch nochmal nachholen Dieses blöde Doppelding ich weiß nicht wie ich es wegbekomme ich weiß es war viel Information das tut uns auch leid aber es ist tatsache sehr wichtig für Ihren beruflichen Wertekon Bist du auch auf Lucky Das ist jetzt mein zweiter Jar auf Lucky Muss man erst mal sagen lassen Ja Kann man das irgendwo nochmal nachlesen im Zweifel Bei mir passt alles soweit Aber ja das ist mein zweiter Jar jetzt auf Lucky Tatsächlich nicht So hatten Sie halt Wobei doch im Gesetzbuch müsste es stehen tatsächlich Da sind die Sozialhilfesätze und so weiter Gewerbehilfesätze auch niedergeschrieben und da haben Sie dann auch Zugriff über Venture Das sind ja die Seite der Navigationspunkt Gesetze Okay Okay Und sollten Sie Fragen haben Sie können dann jedes Mal versuchen uns auf der Leitstelle oder auch hier zu unseren Öffnungszeiten zu erreichen Wir versuchen immer gerne bei Problemen zu helfen Wie ist denn die Nummer von der Leitstelle? Das ist die 913 913 Okay Das war als ja wie sagt man Eselsbrücke dreistellig sind Behörden 6-stellig sind 6-stellig ohne Vorwahl sind Leitstellen von Unternehmen und dann 9-stellig mit Vorwahl 555 sind private Telefonnummern Okay Ja ich weiß schon RP ist allgemein Suchtfaktor Wenn Sie dann keine weiteren Fragen haben würden wir einfach von links anfangen denke ich Sie dann noch quasi Hier links oder unser links Das wollte ich auch kurz fragen Ja unser links in dem Fall Ja Okay Also unser links Im Uhrzeigersinn genau und würden ihre Akten anlegen und ja dann noch etwaige Fragen beantworten und sie im System anmelden Ja mein alter Jar ist gemetert worden und ist mir ein ganzes RP zerstört worden dadurch Deswegen habe ich den quasi ausreißen lassen Nehme ich sie mal Okay und dann nehme ich sie mit Ich glaube sie müssen eh noch so eine Teilbelehrung bekommen Ja ich glaube auch Jetzt ist doch klar jetzt kannst du dich hinsetzen Ich dräng mich jetzt nicht vor Ich sag dann schon dass die dass ihr dann vor mir seid Ja Alles gut Ja kein Problem Und wie war ihr Flug Der Flug an sich war okay aber ich mag Fliegen nicht deswegen Ne Ah das ist blöd Wieso nicht Weiß nicht Ist Fliegen nicht voll gruselig Findet ihr fliegen nicht gruselig Warum ist das gruselig So ein riesen Metall Ding was einfach durch den Himmel fliegt Das ist doch Das ist doch Mani Ich hab mich irgendwann dran gewöhnt sagen wir so weil man doch viel rumfliegt dann Aber Also Mein persönlich erster Flug war das und ich bin sehr überzeugt Also ich bin gar nicht überzeugt Wie lange ging der Flug bei Ihnen Bei mir zweieinhalb Stunden Komm aus Miami Ah Miami Ja bei mir ging der auch nicht so lange Also auch sowas in dem Dreh Es ist echt verwunderlich Miami Na gut die Flugkurven und sowas Ich komme ja aus Chicago das ist ja ungefähr dieselbe Höhe Okay Also vom Nord-Süd-Bereich quasi Aber ich habe doch einmal diagonal fliegen müssen Stimmt schon Ah okay Ich hab fünf Stunden fliegen müssen Oder Naja Weil hier durch Zeitunterschied und sowas Ja Zwei Stunden Unterschied nur Aber Fünf Stunden Flug Ah okay Bin quasi um 15 Uhr losgeflogen Bin um 14 Uhr bin ich losgeflogen und um 16 Uhr war ich dann hier Ah okay War auch vielleicht nicht so klug auf eine Insel zu ziehen wenn man Fliegen nicht mag aber Das ist tatsächlich ja unvorteilhaft Rosie hast du schon registriert Was ne also was meinst du wegen Venture oder Ja wegen Venture Er hat er hat geredet und geredet und ich hab mir gedacht okay ich registriere mich mehr also einfach bei diesem da wo du dich anmeldest da bei diesem Papierflieger ja und dann steht da unten in rot ein Zugang aha da hab ich auch schon mal drauf geklickt genau wie heißt du da meinte er muss man klarnamen angeben richtig genau da steht auch oben beschrieben den vor und nach namen alles andere wird nicht registriert wird nicht akzeptiert passwort am besten nicht passwort hernehmen ach man passwort 123 ah perfekt hat geklappt hallo 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 so wer wäre denn die die dame links neben mir wunderbar dann dürfen sie mal aufhören ciao also wenn ich mich da jetzt registriere ja dann hab ich so gesehen schon einen account nur der muss noch freigeschaltet werden ja so wie es er erzählt hat ja da müssen wir dann noch da zu diesen venture hin ok und die machen das dann einfach so frei die die können das wahrscheinlich freischalten ich denke mir mal dass das auch nicht umsonst sein wird naja na gut wo kommen sie also Miami ja ist dann schon ja gut dann sind sie die jetzt ja auch gemohnt denke ich mal oder ja gut ich war ziemlich an der Küste weil ich angel auch gerne und ja ist mir eben ein bisschen was am Flughafen passiert wenn sie das wissen wollen dann kann ich ihnen das einmal erzählen ja klar ich habe ich weiß nicht ob sie das ganz nachvollziehen können ich habe so eine liebe zu fischen und da habe ich mir den schönsten fisch den ich damals mit mir geangelt habe mitgenommen zur erinnerung und ja dann wurde er mir entnommen und zerstreddert das hat mir ziemlich das Herz gebrochen ich weiß nicht sie können das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen oder naja mir haben sie meinen Rubik Würfel geklaut von mir haben sie auch was aus dem koffer genommen das ist blöd und deswegen da bin ich immer noch nicht so ganz drüber weg gekommen aber sie können ja ich weiß nicht wie hier die Möglichkeiten sind aber sie sind ja doch eine Insel kann man hier bestimmt auch fischen oder so ja das habe ich auf jeden Fall vor es wird mir schon gesagt dass es hier irgendwie sowas mit mal angeln gibt das wurde mir auf jeden Fall schon gesagt dann muss ich mich dann noch mal wenn wir hier gleich die beiden gleich wieder kommen einmal nachfragen ich aus wasser rausgefahren und ja dann ist halt ein gewitter gekommen und dann können sie sich vorstellen was passiert ist dann war futsch auf einmal alles weg und dann war es ja dann konnten wir erstmal nichts mehr machen solange nichts schlimmeres passiert ist dann ja also verletzt hat sich zum glück keiner aber das Boot das ist dann natürlich futsch okay muss man schon gucken ich ich habe tatsächlich noch nie gefischt ich weiß nicht ob das was für mich wäre ja also ausprobieren kann man es natürlich immer natürlich also ich bin immer der überzeugung alles erstmal ausprobieren und sich dann jetzt seine meinung bilden und nicht hier von außen beeinflussen lassen ja so ist das richtig ist ja dasselbe beim essen ich habe so gut wie gar nichts bis jetzt gefunden was mir nicht schmeckt aber ich muss das erstmal probiert haben und sag ich auch was von dem stand da probiert der da am flughafen war mit dem fahrzeug ich habe ich habe einen muffin von der dame geschenkt bekommen im flughafen und war deswegen eigentlich noch gesättigt deswegen das ist wie hat das geheißen döner ja das hat die mir eben auch der wollte mir einen tee anbieten aber mit dem koffer hatte ich beide Hände voll und konnte halt keinen tee abnehmen und haben gesagt ja stellen sie halt mal ab und ich so nee ja schwierig ja immer dieses rumgeschleppen und wieder ablegen aufnehmen wollen wir schnell noch nummern austauschen oder ja also gerne kein problem soll ich dem einen sagen oder ja können wir so machen ja alles klar wie ist dein vorname mein vorname ist james james und nachname james phillips mit zwei l äh i l mit zwei l i ja ps ja d555 ja äh 231 ja 069 069 dann rufe ich die schnell an ja mach mal ja perfekt funktioniert so äh patrick hopkins ja warte patrick mit mit zeka und hopkins alles klar ja super ja super ähm 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 ja und sonst ist die anreise gut verlaufen super ja bis 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 auf das mit den fisch ja 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 aber kann ich mir schon vorstellen ich hab denen das erzählt ich hab mir da eine kleine gruppe dazu gestellt und ähm da hab ich denen das auch erzählt ja die können das alles nicht so ganz nachvollziehen der herr links neben mir war eher dran ich hab nur den freien platz geklaut ja dann würde ich das machen ja danke dir dann viel spaß ne ja danke dir dann schauen wir uns mal zusammen ne ja machen wir ciao ich bin gerade am überlegen ob ich nicht bei jedem ich bin gerade am überlegen ob ich nicht bei jedem einreise mit dazu schreibe unten bei e-mail weil ich vergesse das sowieso wieder kenn mich doch muss ich mir mal angucken aber eigentlich kenne ich die funktion noch nicht mal ja äh hier kannst du dir zeigen weil ich bin gerade so wenn ich jetzt hier raufgehe und bearbeiten und hier unten e-mail ich mach das mal kurz dass ich hier dass ich hier einreise rein schreib und ich habe sie bei dem derrick reingeschrieben ne und wenn ich hier nach einreise suche dann sehe ich ihn das das system habe ich mit meinem alten jar genommen dass ich zum beispiel da dazu geschrieben habe mcgill weil ich habe bei mcgill gearbeitet und dann habe ich da unten dann quasi hier oben mcgill eingegeben und dann habe ich da habe ich die leute quasi so gefunden also kannst du wenn du jetzt tausend kontakte hast da drinnen kannst du zum beispiel suchen hey hier einreise wen kenne ich denn alles von der einreise zack ach ja den 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 oder wen weiß ich denn alles der bei der polizei ist pd oder sowas oder beim md weil e-mail wirst du den von den leuten sowieso noch nicht eingeben so blöd wie es klingt und das ist dann schon von vorteil das hat mir sogar dieser derrick der hier mit bei der einreise dabei ist war mein arbeitskollege bei mcgill also ich vermute jetzt einfach die stimme das ist dieselbe stimme das ist der ralf gewesen ich weiß nicht ob er mich erkannt hat auf jeden fall ich glaube das war der ralf und der hat mir das damals gezeigt und dann haben wir beide mit mcgill aufgehört und sind beide zum pd das war wir haben uns im pd wieder getroffen ich weiß nicht warum jetzt er ausgereist ist vielleicht wenn ich mal oc oder sowas erwische kann ich mal fragen ob er das ist das ist der 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 jetzt kommt das ist der derrick hey gucke ist eigentlich die musik zu leise oder ist die laut genug passt so viel leise hinten an das witzige ist ich habe so wie es so eingestellt dass dass ich die musik nicht mal mit aufnehmen im video die wird wahrscheinlich auftauchen aber das ist mir dann egal weil ich werde jetzt auch jeden tag aufnehmen den ich mache egal ob ich jetzt stream oder nicht weil dann kann ich es auch zusammenschneiden wenn was passiert weil jetzt solche dinge wie jetzt gerade wo nix passiert werde ich wahrscheinlich rauskarten das ist ja klar ja das werde ich auch machen nur die einstellung ja jetzt kommt er eh so dann von mir sind wir bitte der hat eine ähnliche haarfarbe als ich wie ich zu den ansprechen wahrscheinlich gute erfahrung können sich hier gerne setzen oder stehen bleiben wie sie möchten ich muss allerdings vorher ihren ausweis sehen bitte ja gerne so einmal hier bitte dankeschön patrick hopkins 25.08.91 ist korrekt ja ist richtig alles klar dann habe ich das so notiert und einmal zurück ich danke Ihnen danke Ihnen dann geht auf die andere Seite und wir legen los die belehrung haben Sie ja soweit mitbekommen ne ich habe alles mitbekommen genau würde ich erstmal weitermachen dass ich Irak da anlege so Patrick Hopkins 25.08.91 wo sind Sie denn geboren? in Chicago auch Chicago okay ja das ist ziemlich witzig ich habe heute drei Leute schon von Chicago hier gesehen ja das ist tatsächlich so höre ich auch heute nicht zum ersten Mal wie ist denn Ihre Telefonnummer? das ist die 555 ja 816 816 291 291 okay kommt ja wir hast eine Pistole geschossen die haben Sie heute auch schon öfter öfter gesagt ja ja das habe ich heute schon dreimal oder viermal gesagt dann bräuchte ich die Kontonummer bitte ja das ist die Moment ähm 198 1 198 ja 74 74 606 606 okay haben Sie eine berufliche Vorerfahrung oder Ausbildung? ähm ich habe ja ich bin Profisportler gewesen und äh ich habe einen Dr. Juris und ich habe ich bin auch quasi eine Grundausbildung bei der Polizei okay okay was für eine Richtung ging die Sportart die Sie da ausgeführt haben? ich war American Football Spieler oh noch dazu ja was wären denn Ihre beruflichen Ziele hier? da stehen Ihnen glaube ich Tatsache viel offen mit dem Hintergrund ja das ist sagen wir so äh ich bin halt ähm ähm ich habe Pro Bono Fälle bearbeitet äh in Jura äh der Schreibtischjob selbst hat mir jetzt nicht unbedingt gelegen was mir aber äh was mir gefallen hat war tatsächlich die Polizeigrundausbildung nur da bin ich leider raus weil ja wie soll ich sagen es waren halt lauter weiße Männer alles Rassisten so gefühlt äh und deswegen bin ich raus weil ich einfach nicht mehr ich bin so diskriminiert worden da drin äh dass ich quasi diese dieser Quotenschwarze bin ähm und das konnte ich mir irgendwann nicht mehr anhören und bin deswegen raus deswegen würde ich weiß nicht wie ist es wie ist es denn hier ist es da eher äh äh geht es humaner zu weil sonst würde ich wahrscheinlich dem PD noch mal eine Chance geben also ich habe äh tatsächlich nicht so viel Kontakt äh außer jetzt äh beruflich ähm weil wir da halt Tatsache auch äh hoffentlich zusammenarbeiten ich würde tatsächlich sagen dass das äh sehr gemischt ist alle Nationalitäten Hautfarben äh äh ja und es ist auch nichts bekannt dass irgendwie Rassismusvorwürfe innerhalb sind oder die Ausbildung oder sowas die Rekruten diskriminiert werden ja gut ich würde jetzt nicht sagen dass äh Rekruten wegen ihrer Hautfarbe oder so diskriminiert werden aber Rekruten werden halt schon rangenommen das ist normal ja ja dass es auch sportlich ist und äh dass die hier erstmal schön laufen dürfen alle und so ja ja das ist das sehe ich nochmal an ja das äh das äh bekomme ich halt tatsächlich mit über äh ja äh der äh Mann einer ehemaligen Kollegin ist äh tatsächlich in der äh Ausbildung tätig im PD ja okay ja nee also äh aber ja ich würde sagen dass es äh generell äh äh sowohl PD als auch äh generell hier im ganzen Staat ist das ist alles sehr offen würde ich sagen sehr liberal ja ja das das hört sich gut an also entweder sowas oder ähm halt äh entweder für den Staat arbeiten äh im Sinne von hier äh Jura kann ich mir natürlich auch vorstellen also dann ehem äh die Partner of Justice ja äh ja ja kann ich mir auch vorstellen wenn es nicht zu viel Aktenarbeit wird weil ich bin relativ ja ja sagen wir mal ja kann man ja dann sehen vielleicht dann ist man ein Praktikum oder sowas dort macht ja inwiefern wäre das vielleicht auch hier für sie interessant also es ist halt äh jetzt nicht unbedingt äh äh ja Anwalt äh oder juristische äh Tätigkeiten das ist mehr so Verwaltung mhm also hier im Department of Labor oder wie? ja zum Beispiel wäre halt auch äh in der Behördenarbeit weil wir sind auch eine Behörde mhm jetzt ist auch mit äh muss man auch Aktenkunde gut sein oder? äh tatsächlich ja okay ja nee das wäre ja kein Problem das kenne ich ja alles vom Studium noch und von meinen Arbeit ich meine Sie sehen es ja gerade dass ich halt hier schon ähm am Aktenerfassen bin für Sie zum Beispiel das ist alles was so ein bisschen dazugehört ja ich habe auch gehört Sie haben hier ziemlich viel Abwechslung mit Vereinen und mit Ihr Firmen und so auch zusammenarbeiten ja tatsächlich das äh man hat also hier ist so neben wahrscheinlich dem Polizepartement und dem Medical Department äh wirklich so der größte Behörungspunkt mit äh ja sämtlichen Bevölkerungsschichten äh des Staates tatsächlich von äh dem ganz normalen Bürger bis zum Chef von anderen Firmen und Behörden äh hat man das hier halt mit allen Leuten zu tun ähm ja also jetzt mal ich würde mir halt sagen erstmal nicht so ähm richtig äh einleben und sich äh so quasi umhören aber das hört sich schon mal alles gut an mhm ja ich wollte es nur erwähnen ja äh weil dann äh kann man auch ganz gerne eine Initiativbewerbung schicken ich glaube aktuell schreiben wir nicht aus ich weiß hab's nicht so im im Auge aber ja Initiativbewerben geht natürlich immer natürlich das A und O und wenn man eine gute Initiativbewerbung macht dann hat man schon mal erst einen guten Eindruck und man ist nicht so von wegen ja wir müssen jetzt ihn einstellen und sowas ich kenne das ja alles weil wenn jetzt gerade Ausschreibungen sind und dann muss man wen einstellen dann muss man vielleicht wen nehmen den man sonst nicht nehmen wird und wenn einer Initiativ ist dann ist er schon auf der Liste drauf und sobald man heißt hey eine Stelle ist frei kann man den ja nehmen eben genau so wird auch hier von der Leitung ausgearbeitet also man bekommt dann halt auch eine Antwort jetzt nicht aber kann ja so nach dem Motto ja wir melden uns wenn wir was frei haben so genau ja ne verstehe ich so dann wäre die Akte soweit durch und hat sie auch angelegt fantastisch ja dann wären wir an und für sich auch schon durch wenn sie keine weiteren Fragen haben ne ich hab soweit keine Fragen ok dann würde ich ihnen quasi eine Chipkarte ausstellen mit der wir sie sich dann im System anmelden also im Sozialhilfesystem ja und dann wären wir quasi fertig ok ja gut dann komme ich gerade nochmal kurz rum und wir gehen nochmal kurz zur Kommode weil da sind die Chipkarten ja so einmal die Chipkarte für mich zum Programmieren und einmal das Formular so ich lege ihnen mal hier ein Formular hin dann nehmen wir eine Kuli da steht quasi jetzt nochmal drauf die Belehrung die sie vorhin erhalten haben quasi Zahlen Daten Fakten dass sie das quasi so verstanden haben und während sie sich das durchlesen und dann bitte unten beim X unterschreiben würde ich quasi ihre Chipkarte programmieren ja passt ich denke mal als ja Dr. Juris wenn sie sich das ganz genau durchlesen ich kann ihnen versichern da steht nichts mit irgendwelchen Organen oder Waschmaschinen drauf ja ne ich muss ich ja hier nochmal neu beantragen wahrscheinlich wenn ich Organspender sein will oder äh ich tatsächlich ja aber ich weiß gar nicht ob es sowas wie einen Organspendeausweis hier gibt oder so ja zur Not ist es wieder auf dem Führerschein mit drauf denke ich mal das könnte tatsächlich sein ich habe da noch nie nachgeschaut ja ähm ja kann man vielleicht mal ich ich kenne mich ja noch nicht so aus hat er geheißen ich muss ja alles hier ich habe alles zu Hause gelassen ja ist auch Führerschein und so muss alles neu gemacht werden hier das wird nicht anerkannt leider ja habe ich auch gehört es ist ja alles kein Problem wenn man es einmal bestanden hat dann besteht man es auch ein zweites Mal ja eben da 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 Hopkins da sind sie sehr schön also hat funktioniert die Chipkarte dann äh okay da ist die Unterschrift nehme ich das Formular an mich Dankeschön und eine Chipkarte für Sie bitteschön Dankeschön dann ja gehen wir mal runter und melden Sie an und dann erhalten Sie auch schon Sozialhilfe da sollten Sie tatsächlich in Richtung Polizei gehen oder DOJ als Staatsanwalt zum Beispiel äh tritt dann halt auch das in Kraft was ich erwähnt habe dass wir Sie halt äh in der Behörde keine Sozialleistungen mehr erhalten mhm das heißt äh ja äh da würden Sie dann ohnehin nochmal hier auftauchen und äh von draußen nochmal Fotos machen ja äh würden Sie dann quasi aus dem Sozialhilfesystem entfernt werden gut äh wenn Sie mal hier schauen neben der Winkelkatze ist ein Kartenlesegerät ja hier die Chipkarte einmal rüberziehen genau einmal rüberziehen müsste grün leuchten am besten ja wenn es dann grün geleuchtet hat sagen wir Sie mir komplett kurz Bescheid hat grün geleuchtet ja ja hat grün geleuchtet ja okay ich sehe es 1753 das heißt ja Sie bekommen quasi ab seit einer Minute Sozialhilfe ja okay gut ja ja dann wenn Sie keine weiteren Fragen haben würde ich ja Sie nochmal willkommen heißen hier in San Andreas und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen danke den wünsche ich Ihnen auch noch und zwar wollte ich erstmal Sozialhilfe beantragen vergesst ihr Ihren Koffer nicht oder Taschen ich weiß nicht was ich will okay alles klar dann noch einen schönen Tag danke ja tschüss ja ah bestell ich mir ein Taxi wo muss ich jetzt hin ich muss schau mal hier ist eine Bushaltestelle Ja. Was hat er gesagt? 100,100. Ich rufe da mal an. Muss ich noch einspeichern. Okay, da geht keiner ran. Der muss auch irgendwo, ja das ist die Posalte-Stelle. Hier ist das Halte-Symbol. Hopkins? Los Santos Transit, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich wollte nachfragen. Ich bin heute hier eingereist und ich stehe gerade an der Bushaltestelle. Über die Bus-App habe ich gesehen, die fahren gerade eine Runde. Little Soul wird angefahren, oder? Nicht Little Soul, hier vor DOL wird angefahren. Wird auch angefahren, genau. Okay, weil von DOL zu Little Soul kann ich ja dann fahren. Ja, das dauert wohl ein bisschen. Also Sie müssten dann einmal komplett durch die Stadt fahren und danach fahren wir dann nochmal am Flughafen vorbei und dann kommen Sie nach Little Soul. Ja, da kann ich Ihnen gerne ein bisschen Informationen über die Stadt geben. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht für den Anfang, oder? Ja, ist bestimmt auch nicht schlecht, genau. Ja, warten Sie da einfach. Ich bin so gegen Little Soul sind Sie gerade. Nee, ich bin gerade im DOL und müsste dann zu Little Soul. Ach, im DOL. Ähm, um Viertel nach bin ich da. Okay, gut, passt. Dankeschön. Tschüss. Jo, bitte. Tschüss. Rancher. LS-Transit. Oh Gott, hey. Dieser Stift. Ah. 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 Benchler, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, äh, Patrick Koppke ist mein Name. Äh, ich hab, äh, bin gerade beim DOL gewesen. Sie haben gesagt, ich soll mich bei Venture registrieren. Und, äh, dann am besten nachfragen, ob wer vor Ort ist, damit wir dann, äh, ich die Freischaltung machen kann. Äh, ja, das können wir machen, aber ich würde bei Ihnen vorbeikommen, tatsächlich. Ähm, ja. Ähm, aufgrund jüngster Ereignisse bei uns. Ähm, ja, wo sind Sie denn gerade? Ich bin gerade am DOL an der Bushaltestelle, weil ich auf den Bus warte, der kommt um Viertel nach. Okay, dann komm ich vorbei. Okay. Schaff ich. Okay, gut. Dankeschön. Dann bis gleich. Ciao, ciao. Bis gleich. Wiederhören. Jüngste Ereignisse? Hä? Welche jüngsten Ereignisse? Ich hab wirklich nichts mitbekommen. Oh, 10ig und... I 10ig. Ähm. 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 Es wie... Es wie... Weh the hell. Mh 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 m der Pazum Amen. Oh, das sieht schon richtig gut aus. So. Ich warte noch auf dem Bus, ne? Check das Auto. Aber mit jüngstem Ereignis kann ich ja auch sein Umzug meinen. Ich glaub, das ist der, oder? Was ne Millionenstanz kann jeder sein. Ich glaub, das sind die zwei, die kommen grad zu mir. Ach. 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 Ach, ja. Ja, genau. Wegen dem Account. Genau. Zweimal vorbeigefahren, beim dritten Mal hat's dann funktioniert irgendwie. Ähm. Ja, die Bushaltestelle hier. Ich hab, äh, ich hab sie nur gesehen. Ja, sie war ein bisschen versteckt. Alles gut. Okay. Ähm, genau. Ich kann sie aber nicht sofort freischalten. Dafür müsste ich trotzdem noch mal zum Büro fahren. Aber da bei uns der Haupteingang aktuell gesperrt ist, ist es ein bisschen schwierig. Deswegen komm ich vor Ort. Ähm. Genau. Wenn ich einmal den Ausweis bekomme. Natürlich. Äh, so. Jeden Dank. Okay. Und Sie wollen eine normale Freischaltung Ihres Accountes? Ähm. Wollen Sie noch einen Username für Ihren Account? Ähm. Geht da einfach nur, äh, ne. Passt Patrick Hopkins, passt. Okay, passt soweit. Gut. Dann kriegst du den Ausweis wieder. Ich hab das EC-Kartengerät mitgenommen. Mhm. Die Freischaltung kostet nämlich 20 Dollar. Da müssen Sie entweder mit Ihrer Karte oder mit dem Handy einmal drüber. Äh, ja. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Dann muss ich das zum ATM. Weil ich da das Geld noch nicht draufgeladen hab. Nee, du kennst mir auch Bargeben. Das ist kein Thema. Okay. Das tut mir echt leid. Ich hab mir grad gedacht so, ja, ne. Ne, ne, alles gut. 20 waren's? 20, genau. Okay. Super. Dann trage ich das noch so ein. Okay. Guti. Dann sollte der innerhalb der nächsten 15 Minuten freigeschaltet sein. Wobei, wenn Sie mir noch Ihre Telefonnummer nochmal geben, dann kriegen Sie auch eine SMS, wenn der Account freigeschaltet ist. Ja. Wo sind ich nochmal? Äh. 555. 816. 2... Okay. Das ist die 555. Mhm. 816. 816. 291. 291. 291. Ja, genau. Okay. Hab ich soweit. Okay. Dann hab ich alles, was ich brauche. Ähm. Genau. Sie bekommen eine SMS, wenn der Account freigeschaltet ist. Okay. Gut. Dankeschön. Ja. Gerne doch. Schönen Abend. Dann Ihnen auch noch. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ah. Mit 1000 Dollar in die Saugsecke und wird auch gleich interessant. Und ich muss noch zu einem ATM, wenn ich gleich einsehe, dass ich das Geld einzahlen kann. Ah. Ah. Vielen Dank. 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 Gleich kommt der Bus. Wenn der Bus dann gleich da ist. Einhornkuchen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 weit sitzen bleiben sie können sitzen bleiben können auch aussteigen das ist mir egal der nächste halt nur park dieses rote gebäude mit kuhlbien so gibt es kaffee kuchen alles mögliche an gebäck spezialitäten dann sind wir hier auch im park ein schöner see schöne aussicht schöne gemütliche plätze und gerade auf der rechensäte gibt smart keys die stellen schlüssel für fahrräder autos motorräder also zu wünschen her zweitschlüssel dann haben wir fährt auf wir müssen nach dem bus tausch deswegen müssen sie dann doch noch mal kurz aussteigen aber lange dann hol ich noch einen bus her dann können wir eigentlich wieder einsteigen und was geht ab man viel zu tun oder so war ich ja heute dann einige flugzeuge deswegen sind wir hauptsächlich auf der city tour hier unterwegs und viel einreiseleitfaden infos für neue ankündige okay okay ja aber es ist alles gut freut mich mal endlich ein paar fahrgäste zu haben bitte nicht so oft genutzt oder wie der nächste halt zentraler umbusbahnhof los santos umstiegsmitglied auf die city 1 sind möglich ja ich sag mal so die meisten die nachher ein fahrrad oder ein auto haben fahren dann fahrrad oder auto oder wenn wir außer dienst fahren dann ein taxi dann kommen nicht so oft fahrgäste also gerade jetzt wenn es neu ankündig sind schon mal öfter aber danach wenn wir dann irgendwann alle mobil sind wird es weniger das merkt man aber ich muss mal eben den bus tanken aber immerhin habt ihr inzwischen diese freshe app und so man ja das ist echt gut wenn sie wollen können sie schon mal aussteigen sich hinten ziemlich vorne an den bus hinstellen dann komme ich danach mit mit dem neuen bus vorbei hei tukai und das auch gehört hinten ja 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 sehr gut können sie nachher aufsammeln mein alter jar hat er drin umrenoviert ist schon traurig gut guten tag hei shit kommst du grad vom flughafen oder wie ja genau woher kommst du mein shit aus chicago 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 ist nice ja und wo da beim das ist ne jefferson park jefferson park war das nicht so ne bonzen gegend man ja nein eigentlich nicht so also es ist eher so mitteldings ich sag mal da wohnt eher so mittelder schicht es ist schon teurer als hier die ganz günstigen sachen außenrum aber gibt ja es gibt auch die ganzen neubauten ja die sind alles schon teuer stimmt schon haben sie ja frisch hingebaut alles neu aber auch mal ein bisschen chicago man dem hab da mit meiner mit meiner mom und so mal gewohnt man in den ding ingelwood oder west ingelwood hieß es glaube ich das ist eher richtung norden glaube ich raus ne war eher so am ne ah das ist nicht so im norden ne war so eigentlich so mitten so ach ja doch doch ne eher südlich so ja ich hab da falsch rum gedacht aber ja weil vorhin habe ich noch wen getroffen aus auch gott wie hat es geheißen west lever ach gott ich ich vergesse es immer sowieso sowas wie bus fahren oder taxi fahren könnte ich nicht glaube ich ich könnte mir nicht merken wo ich hin muss hmm hm kommst du mal von chicago dann hier landet man äh ja ich bin äh ich habe hier ähm als als rechtsanwalt mal gearbeitet ähm aber das ganze hier Büro und keine ahnung ich hab da einfach kein bock mehr drauf und chicago ist ja auch regnerisch viel dann will ich mal erst was im süden angucken mal sonne braucht mal was anderes also tapetenwechsel komplett okay bin jetzt bin jetzt 30 will auch mal was erleben wieder so können wir gerne schon einsteigen wenn sie wollen warum wir eben die eintragung machen gewechselt auf den vier bus so dann geht es auch schon wieder los wo mussten sie jetzt nochmal genau hin das war einmal chamberlain und der andere auch chamberlain aber ich muss noch chamberlain right yeah der andere herr mir auch ok passt der nächste halt stadtpark hier am stadtpark findet sich hier zu unserer rechten das coolschiff fixcafé ist auch relativ günstig auch teilweise sehr gut besucht können sie gerne mal vorbeigehen kaffee trinken oder einen bagel essen oder was auch immer sie wünschen auf der linken seite gibt es auch noch einen stadthelfer da können sie ein bisschen müll sammeln gehen gibt auch ein bisschen geld da sehen sie auch ein zwei food trucks beziehungsweise einen kiosk und einen food truck vom kebab house der auch am flugkaufen vertreten war ebenso gibt es hier günstige hotels für eigentlich jedermann von 50 bis 60 dollar umdreht wenn man sich hier ein hotel zum annehmen mal schauen ob ich lecker auseinander genommen wird wo santos dran sieht kobayashi was kann ich für sie tun kobayashi den kenne ich ja auch eigentlich die haben die route verändert so jetzt bin ich wieder für sie da hier befand sich mal eine diskothek namens karma die hat im moment geschlossen weil der besitzer wohl verstorben ist wirst vielleicht demnächst mal aufmachen weiß es noch nicht die kälte ist gestorben so lange war ich doch gar nicht weg was alles passieren kann in einem halben jahr den nächsten halb auf der rechten seite befindet sich das alte fire department zur zeit ist das geschlossen weil die einen neuen stützpunkt haben ich weiß nicht ob es nochmal aufmacht oder nicht auf der linken seite befindet sich eine tankstelle leider ohne wahre täglichen glas gerade auf der rechten seite befindet sich dann ein tattoo studio falls sie mal ein tattoo haben wollen können sie da gerne eins machen lassen beste tattoo studio ist das dark ink in strawberry ey das weiß ich nicht ich habe keine tattoos ich weiß auch nicht ob ich immer eins machen werde kann ich empfehlen man aber tattoos sind fucking teuer da habe ich auch schon gehört also meine freundin die hat zwei kleine machen lassen das war auch schon echt sehr teuer man hat schon mal dark ink so gambolins und so da kann man so rabatte würfeln rabatte würfeln was hört sich cool an also wenn ich mich mal vielleicht irgendwann mal eins machen lassen werde ich glaube bestimmt mal vorbei hört sich echt gut an der nächste halbzeit des plätz wenn sie hier die straße ganz bis zum ende geradeaus durchfahren befindet sich auf der rechten seite ein fahrradkurier service also fahrradkurier eigentlich nicht unbedingt aber es lohnt sich nur mit dem fahrrad oder mit dem auto da können sie pakete austragen oder briefe austragen kriegen ein bisschen taschengeld wenn sie da die pakete abliefern und nachdem sie ein paar pakete abliefert haben können sie wieder zu dem herrn geben den ihnen den auftrag gegeben hat und kriegen auch nochmal eine kleine belohnung habe ich auch am anfang ziemlich lange gemacht als ich hier drauf auf die insel kam da müssen sie beiden dann auch schon raus dort befindet sich auch in der nähe der bushalstelle unicars wahrscheinlich ist für den anfang noch nicht in dem preisrahmen aber wir haben sehr schöne automodelle manchmal da gibt es auch ein bike shop namens bike house aber wo genau der jetzt gerade ist das kann ich ihnen leider nicht sagen ja das ist ein davis davis okay das ist die einzige bushalstelle die halbwegs der nähe ist naja true that thanks jo bitte ja dann noch einen schönen tag naja falls du mal was erleben willst oder mal irgendwas zu smoken brauchen oder so dann komm einfach nach strawberry ja ja okay merke ich mir gibt es den guten shit in south ls weil viele erzählen immer irgendwie aus aus wespucci und so kommt der gute scheiß man aber deren scheiß ist irgendeine käsekuchensorte oder so heißt der scheiß okay in south ls gibts fucking green magic man irgendwer am flughafen wollte mir versuchen was anzudrehen irgendwas aus holland what the fuck ich habe keine ahnung wo ist denn das manche ich kenne kein holland das ist irgendwo äh hier über den großen teich europa okay haben die mir hat er mir so erzählt ja hier hat das gute zeug daraus hey pass auf dich auf man hat mich ja danke bis dann eben jetzt jemand die 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 Okay, ich hab noch neun Minuten Zeit. Was war das für die Nummer? H14. Hier rechts hinten in der Ecke. Hm, da oben. Alter. Da fühlt er sich ja gar nicht wohl. Schau mal. Einen Burger und ein Bier. Mich interessiert es halt einfach. So. Irgendwo gibt es doch hier noch was, oder? War das noch hier? Nee, da. Hier drin, glaube ich, oder? Ja, ich muss jetzt gleich was trinken. Ja. 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 das taxi hallo guten tag hauptgrenz mein name ich bräuchte bitte ein taxi ich stehe an der ecke von unicars richtung der chamberlain hölzes glaube ich ich muss ans pier irgendwo da an dem pier ja alles klar dann hole ich sie jetzt ja wohl dankeschön tschüss gleich tschüss ja ok du hast mich vielleicht erwischt wie ich jetzt heute mit meinem neuen charakter eingereist bin hallo wie geht's dir danke für den 17 holler ja danke dieser bug ne ich finde nicht raus warum aber ja danke ich hab's bei dir in den chat nicht reinschreiben wollen dass das cj ausreist weil der cj ist hardcore gemetert worden und da hatte ich kein bock mehr drauf und ich wollte dir nicht schreiben weil sonst hast du wieder meter wissen quasi dann im chat und ich weiß ja wie es ist du hast auch gewusst dass er in chicago war ist er halt er bleibt in chicago aber wir haben ja einen neuen aus chicago hier ihn und mit dem wird hoffentlich besser kenkels ein bisschen dann mal gute besserung ich habe ja corona jetzt auch hinter mir und habe wahrscheinlich jetzt long covid deswegen huste ich hin und wieder ich versuche mich zu muten aber es funktioniert nicht so gut ja ja ich weiß ich habe mit dem support auch drüber geredet und es war halt die einzig gute möglichkeit und ich habe jetzt ja ich habe jetzt muss ich überlegen drei monate habe ich warten müssen knapp weil ich jedes mal die termine verpasst habe ich wollte eigentlich schon ostern einreisen aber da haben sie genau die eine woche pause gemacht verstehe ich auch support braucht auch mal pause hat sich gönnen dürfen und jetzt ist es halt heute was geworden vielleicht werde ich auch ich habe sogar schon einen alten char gefunden der der hat also einen alten typen den ich kenne der hat seinen char löschen hat lassen und der ist mit mir gleichzeitig rein jetzt diesen derrick der hat vorher den ralf gespielt ziemlich witzig habe ich nicht gedacht und jetzt gerade die einreise war echt lustig die einreise jetzt gerade ist quasi instant gelaufen ich bin da rein und habe dann die haben mich gefragt hier kannst du das teilen sage ich ja hier dass das ja ein kannst du behalten ja danke dann habe ich was erzählt von mir und so mit namen und habe ich ein paar animation machen müssen und dann bin ich durchgekommen richtig gut guten tag hallo die junge frau gehört zum inventar ach so okay ja passt ich muss irgendwo an den pierwos wohnungen gibt hat es zu mir geheißen ich habe nur den standort per sms bekommen ja das ist bestimmt dass das das backsteinhaus oder es ist richtung pier haben sie zu mir gesagt ich habe keine ahnung ich bin heute erst eingereist ich kenne mich nicht aus ist kein problem ist kein problem sie wollen da auch hinziehen oder ist das eher so ein ja ich möchte da auch hinziehen ich habe von dem markt schon hier eine wohnung angedreht bekommen und der eine taxifahrer hat schon gesagt habt hier lasst es lieber bleiben kündige das ding gleich wieder ja es ist halt ja ja ich habe schon zwei leute glaube ich kennengelernt oder so die und dann so ajo man und keine ahnung und wenn du wie gutes wie kaufen willst das gibt es in strawberry ich dann so ich muss hier weg also eigentlich sind die richtig nett ja ich hatte bis jetzt noch nie probleme mit denen eigentlich nicht auch nicht na also wenn sie den net kommen sind die auch nicht nett zu ihnen also wenn man nicht ins westen ist stochert kommt auch nichts raus der will der will auch ein taxi haben oder wollte an die wollten rüber ja und einmal 9 das ist auch bei mir echt schon ich gehe mal davon aus dass es das backsteinhaus ist ich zur not gegen paar schritte zu fuß ist ja nicht so weitläufig oder unten eigentlich nicht pack steinhaus das backsteinhaus ja das rote backsteinhaus ich bin gespannt ich glaube ich auch neue dinge kennen so in der straße wohn schon mal ich ja das ist sehr gut machen wir hätten wir auf jeden fall das pt ja ja das sieht man auch groß das wappen muss man eben schnell telefon gucken ich habe ich mir jetzt von meinen neuen ausbilder aus angewohnt ich idiot beziehungsweise 9 kameraden wir fangen jetzt alle an alle wo drin sitzen ja ich weiß doch schild ganz wichtig vor allem bei der polizeistation genau ja ich weiß aber das können wir jetzt auch nicht er versuchte eh schon ja passt er versuchte eh schon es ist ja echt gut dass er so sagt ah und schauen mal schnell aufs handy und so damit wir zumindest punkte haben wo wir uns wo er mich abholen kann aber dieses so ist es halt regt mich so auf naja ich bis jetzt habe ich auch wieder ich weiß warum ich wieder auf lucky unbedingt wollte ich war davor ich habe ich habe red dead ein bisschen gespielt rp es ist echt gut es ist echt langsam macht echt spaß aber ich weiß warum ich lucky vermisst habe allein wegen dieser taxifahrt jetzt weißt du wie ich meine ja oh gott es wird halt so schlimm allein mit ähm ich ich habe ich habe so gesagt ja hier charakter mein charakter ist hier hintergrundmäßig äh halt mit ziemlich viel akten und rechtszeug zu verdonen und das erste was mir dieser typ um die ul sagt ja hier wie schaut es aus willst du bei uns anfangen und denke ich mir das ja okay dann fange ich eventuell im deal an ich habe nämlich keine ahnung wo ich anfangen will oder was ich machen will aber trotzdem der typ vom deal war gut willst du bei uns anfangen fand ich gut pass auf naja charne ist glück ja genau so aber ich werde ich habe wieder aus chicago genommen aber diesmal habe ich es richtig gut gemacht ich habe einen ex profi footballspieler genommen einfach mal knallhart weißt schon so von wegen hey kennt ihr mich ich bin gut ich habe gesamt 49 touchstones gefangen und so weiter und so fort also ich mache hier und auffällige frisur habe ich auch schon genommen das war das erste was ich gemacht habe dass ich die frisur hier schön mit strähnchen keine ahnung drecks charakter erstellung aber mit dem bart färbe ich nicht grün musst sowieso schauen ähm die frage kannst mir du beantworten weil ich will einen äh bart haben also ich habe jetzt schon leichten bart es gibt ja aktuell den bug soll man dann zu den frisuren gehen oder nicht weil nicht dass es jetzt durch dieses dieses rockstar update hat es ja einiges zerschossen ich glaube mein bart schaut jetzt auch schon anders aus wie er eigentlich bei einer erstellung war ich weiß nicht ob du das überhaupt beantworten darfst ja es gab doch auch diesen wikinger bart bug dass auf einmal jeder wikinger bärte hatte naja nur technisch spielbezogen ja ich weiß weil mein ich glaube wir haben ja gleich sehen ob meine haare dran sind ob mein bart können wir schnell gucken aber ich glaube mein bart ist weg dass ich gerade babyface habe ich habe glaube ich schon einen bart genommen so wie ein wie ich ein real life habe oh fuck wo ist mein handy ja und falls ich nicht gesagt habe ich wünsche dir auf jeden fall gute besserung nach covid ging es mir nicht gut also ich kann aktuell kann ich jeden verstehen ich habe dich auch immer im lurk an ich weiß nicht ob man das bei mir sieht man manchmal habe ich anonym chat an aber ich bin bei dir echt oft ja und ich mache halt wirklich lurk dass ich halt nur dein stream unten habe ich auf lauten oben den tab stumm geschalten damit ich auch hier schön brav zuschauer zählen und so weiter und so fort weil weil du auch gutes ap machst will aber mich nicht so viel metern lassen das mache ich ja auch bei natschi und so aber jetzt gerade halt nicht weil ich ja nicht weil sonst kriege ich wieder einen bann ist an mir passiert mit mit dem dennis da war meine freundin bei dem im chat drin und dann habe ich einen bann bekommen weil sie was reingeschrieben hat aber war nur eine woche ja deswegen habe ich dieses anonym chat meistens an und muss es dann nur manuell machen dass ich dann raus gehe ich habe wieder online viel spaß ja passiert mir aber auch nicht nochmal so ja passiert mir aber auch nicht nochmal so ne hat es den Bart wieder so so ja topschild jetzt bin ich mal gespannt auf das backsteinhaus kennst du das etwa nicht nö nur unten am strand das das hier links direkt das kleine rote backsteinhaus nein und rot ich kann ja schnell mal am handy schauen ob das mit dem standort von mir übereinstimmt und gott wo haben sie das hingeschickt da 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 aha das ist eine sozialwohnung hallo chefe ja bist du am fahren das vorbeibringen könnten weil er kann nicht weg er wird das auch zahlen ja 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 ne ich habe noch gar nichts gekauft ich bin noch am fahren mal die musik leiser gemacht ich habe keine ahnung er hat Zigarren gesagt und Zigarrellos aber wenn ich gleich in der wohnung bin gehe ich kurz auf Toilette der sitzt im DOL und am DOL ist auch eine Fahrt das wäre wunderbar ja denke ich mal oder achso gerade wie du es geschrieben hast habe ich es leiser gemacht ja ich habe es gemacht weil der spielabsturz war deswegen habe ich es ein bisschen lauter gemacht teuer ne aber ja musst du dir erst bestellen ja ich habe ein bisschen delay ich weiß nicht warum aber ich habe ein bisschen delay drin ähm ja ich habe halt meinen ja dann alles klar ich muss mal weitermachen mal Browser offen weil da ist mein Dashboard läuft aus wie über ich lach es nicht über OBS weil ich mag das nicht über OBS dass das läuft ja sind 16 16 sind es? ok ja kein Problem so dankeschön dankeschön wünsche ich noch einen schönen Tag schönen Tag danke tschüssi tschüss ach Moment ich habe noch eine Frage ja bitte gibt es hier irgendwo eine Bar oder sowas wo man Bierchen trinken kann abends also ja also nicht abends hat also gut der Stadtpark haben wir offen der Kiosk da gibt es alkoholische Getränke oder Alice Pub da kommt man gut mit dem Bus hin ansonsten hier glaube ich in der Nähe wäre noch die Zeche die Ampia ist das genau ok ja weil die anderen haben mich schon gefragt wo man eventuell Bier trinken kann und dann habe ich mir gedacht habe frage ich doch einen Taxifahrer der weiß am besten Bescheid doch oder die Döner Lady ja gut dann dankeschön schönen Tag alles klar bitte tschau tschau schönen Abend danke wir haben gesagt hier ist was frei ha ich nehme die ha ich nehme die ha die kommt mir bekannt vor die kommt mir bekannt vor sehr schön sehr, sehr, sehr geil passt dann warst du in unbequemen Kolomotten raus ich habe ich habe hier eine gruppe mit den leuten vom airport und taxifahrer hat zu denen gesagt hier beim del piero pier und zu mir haben sie generic gesagt und dann haben wir hier ausgemacht dass wir hier sind und dann haben die mir hier diesen standort geschickt also quasi die wohnung dass hier definitiv einiges frei ist und so bin ich quasi in die wohnung gekommen das ist und da quasi alle hier jetzt wohnen die haben sich alle hier in die wohnung genommen bin ich auch hier runter weil der taxifahrer hat generic gesagt und ich denke mir so das kann doch nicht sein dass ich gleich wieder mit meinem anderen char gleich noch mal nach generic gehe es wäre dann quasi ein bisschen meta gewesen aber und dann so passt hier 50 dollar die nacht geil nehme ich und dann haben die auch gefragt wegen bierchen weil generik weiß ich ja genau dass ich dann dass ich dann wieder mit den ganzen leuten alle die im generik gewohnt haben wieder nein hier ist auch alles leer ist auch sehr geil das mittlerweile hirchen fächer ja das ist echt geil besonders warte gut ich habe mir kurz die adresse auf die gruppe ja ansonsten hätten wir uns ja auch nicht kennen gelernt das ist ja das geile muss ich so sagen die gruppe sowohl ist hier am besten atm ich habe keine ahnung wie queme schule ich kann ja ein bisschen spazieren gehen richte zum besten hin von hinten sind wir gekommen habe ich dann den atm rechts oder links gesehen nächste war in der stadt drin was mir gesagt worden ist da unten ist der strand schauen wir mal am strand runden und ob es da etms gibt ich habe letztens wieder mit dem spieler hinter hinter kaleb gequatscht sind wir dann auf red dead wieder gekommen und so über red dead rp und so das ist eigentlich ziemlich cool weil ihm das ist ja judy gibt es ja noch auf dem server was ich weiß aber hier henrik ist ja weggebannt dann der dommel der onkel wie und dinks ist auch weggebannt ich weiß gerade nicht mehr wie es heißt die modi ja sagen wir so es gibt halt gründe ja kaleb gibt es ja auch noch oder ist kaleb ist ja nicht weggebannt was ich weiß ich weiß halt oc dass das halt die es nicht ganz funktioniert hat was er wollte mit seinem mc das ist halt dass sie sich anscheinend aufgelöst haben wieder weil ihm alle weggebannt worden sind weil die dahinter absolut hier power meter hat keine ahnung was alles machen wollten ja ne passt ich habe ich habe halt mich ein bisschen mit ihm unterhalten und habe dann ein bisschen was mitbekommen aber ich nutze es ja hier alles nicht der charakter ich wäre mit dem in die sauf gezogen knallhart und wären wir mit seinem rollkrockenpulli mit mit der anzughose und mit den lackschuhen wäre der dadurch durchgelaufen weil ich hinter dem charakter weiß ich keine gute idee hier hier schnöselzeug rumlaufen aber da der taxifahrer von selbst gesagt hat dass ich weg ziehen soll am besten ist es also gekommen bis gekommen ist ich mache als hier absolut damit ich hier nicht mich selbst meter klar bis ich bin gemätert durch bestimmte dinge weil ich ja schon mit dem charakter drauf war aber ich versuche die halt so weit wie es geht rauszulassen so blöd es klingt ich mache es genau richtig schau mal ich werde auch das tattoo studio von dem einen probieren ich weiß gar nicht habe ich bei dem tattoo ich habe irgendwo ein tattoo bei dem war es der rücken oder was waren es die beine weiß es nicht mehr und ich muss halt extrem aufpassen was mein char weiß und was er nicht weiß und es ist extrem gut dass ihr das hier so viele einweisungen wie möglich machen weil in allem was ich eingewiesen bin kann ich dann verwenden alles was mit das die uel erzählt hat jetzt über venture und dass die zusammen gehören mit wiesel news und das wiesel news hat mir dann ein bisschen was erzählt kann man gucken ob ich jetzt im wiesel news freigeschalten bin ja damit nicht aber gesagt habe ich habe meine er sind es also passt es gibt es eigentlich irgendwas das ist das kann ich halt dann quasi alles nehmen zum beispiel diese gasse hier die die wagers gasse man schaue weiß nicht ich gehe hier gemütlich gerade am strand spazieren mit 948 dollar wir wissen beide dass es nicht gut ausgeht ich habe vergessen aufs konto gleich am anfang wo ich es erstellt habe geld drauf zu schmeißen ich sag's ja wenn jetzt gleich irgendwer um die ecke kommt und mich haupt nimmt dann 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 schreie ich so laut meter aber da ist da ist da kann man bestimmt gut sport machen da hinten sind ja auch hier farfpipes fordert das strand macht bestimmt spaß hey guck mal ein atm mhm 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 und mhm eh du musst ja muster also vorhin war ich am dinx war er ich war ja immer cool isotonisches getränk geil im flughafen da gibt es sachen hier lasagne shepherd's pie keine ahnung das ist brutal wie die hauen die richtig raus es war richtig gut das wo ich gesehen habe mir auch gedacht so geil ihr crispy chicken hat auch dort gegeben aber am flughafen also im flughafen im kiosk da gab es gab so lasagne gab shepherd's pie gab es sauerbraten mit rotkohl was gab es noch keine ahnung also es war ja richtig und ich denke wäre so ja genau am flughafen kiosk gibt solche dinge ich hab ich hab so es ist euer ernst ich kann doch jetzt nicht hier mit 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 keine ahnung mit sauerbraten und rotkohl und keine ahnung was hier vom ding so unterlaufen das einzige der airport lässt sich nicht beliefern du kannst nicht in den airport rein du kannst über diese tür in diesen bereich kannst du nicht rein weil sonst wirst du gebannt das weiß ich halt aus technischen gründen weil dennis es mal erzählt hat in einem stream also ganz am anfang von lucky habe ich bevor ich auf lucky gegangen habe ich seine streams geguckt und wie lucky eröffnet worden ist habe ich quasi wie du dies quasi angeguckt und wenn du dadurch die tür durch gehst wirst du gebannt ja ja ich glaube eher dass die supporter das essen das Essenszeugte rein spawnen weil ich glaube nicht dass eine firma mit shepherd spider rumkommt ja kann sein wir wissen es nicht auf jeden fall bin ich echt ich bin sehr gestanden und denken soll er für sprüchen hat auch gegeben genau hier gibt sachen so laut mit händchen brust ist doch genau deins nimmst du sowas und kauf dir was ein bisschen was in kühlschrank rein ich wollte schon ein seger sagen aber Patrick ja geil wie viel habe ich noch sieben dollar reine energy reine energy hc saft und so wir werden noch 11 habe ich gesagt sieben reicht nur für zwei ja passt ja ne ist in ordnung wenn wenn du schweigst dann dann passt es ja das ist ja genau richtig oh gott was mit leule von auszahlen dog tag feuerzeug ersthilfe kosten würfel komment was ist das snacks und süßigkeiten ja ich brauche die der der typ hat gesagt ich kann den bei dem tattoo laden kann ich kann ich würfeln wenn ich wenn ich rabatte bekomme bei einem tattoo laden fürs würfeln bin ich dabei was haben wir jetzt hk ist nicht auf venture wo war das jetzt werbung ausblenden und was passiert ich sehe nur werbung weil ich gerade autos sehe führerschein brauche ich ich wollte eigentlich wenn ich in der wohnung bin aufs klo ginge habe ich natürlich vergessen dann gehe ich jetzt schnell noch mal ich kann euch jetzt ich möchte auch drei ich möchte keine ich kann nicht mehr das ist es ich kann nicht mehr Und dann gehe ich schnell nochmal dahin, äh nach Hause. Pack die Sachen in den Kühlschrank. Und gehe kurz dann aufs Klo. Und bin ich gleich wieder dran, können wir weiter erkunden. Nicht erreichbar war besetzt, oder? Äh, da wollen wir noch was gucken. Er hat gesagt, dann die UL. Staatsanwalt im Studium. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss mir jetzt merken, dass ich Just Ride anrufen wollte, wegen dem Fahrrad. Das sind gerade Rabattaktionen, hat der Busfahrer gesagt. Ich schalte mir das jetzt gleich auf. Ich habe vergessen, was ich noch machen wollte. Der Rotation Bug ist da. Ich schalte mir das gleich auf. Vielen Dank. 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 Danke. So, dann packen wir mal. Was packt man da jetzt rein? Okay. Die esse ich gleich. Die Gemüsesticks lasse ich drin. Ich lasse ich eine gleich und die andere danach. Klingt doch gut. Klingt doch gut, oder? Notfalls. Notfalls kaufe ich mir noch mal was. Gibt es? Gibt es hier auch einen Hinterausgang? Okay. Okay. Das war ein Fenster. Hier habe ich schon reingeguckt, ne? Ja. 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 Just write. Okay. Ja. 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 Es ist in Ordnung. Okay. Alles klar. ich weiß auch gar nicht gerade ob samstags die fahrschule offen hat weil da geht halt keiner ran ich glaube mich hopkins hallo jetzt noch mal ich habe gerade nachgefragt und bei uns ist gerade keine rabattdaktion soja das ist kein problem hat nur gemein gehabt es kann sein dass irgendwas gehört das in letzter zeit eine rabattdaktion mal war das war dann nicht bei uns sind sie dann auf dem weg dahin oder sind sie schon da ich bin die ich bin heute erst angereist ich bin gerade erst aus meiner wohnung raus die ich gerade bekommen habe ja dankeschön ja ich mir soll ich sagen ich habe noch keine ahnung wie teuer das falle da sind oder allgemein und ich würde einfach vorbeischauen wenn sie offen hätten gerade zwar nicht vor ort aber wenn sie sagen dass jetzt gleich auf dem weg sind dann mache ich mich auch ich muss erst mal schauen wann der bus kommt und wie der bus geht und ja alles gut das passt schon wenn sie eher da sind und ich noch nicht da bin dann rufen sie einfach mal an und dann treffen wir uns sicherlich bald ja genau können wir so machen alles klar gut dann bis nachher danke wie dann willst du wirklich denn die ganze kohle gleich am anfang ausgeben ja willst du ok statt der kunden auf dem vater das immer besser mit wie viel bin ich gestartet ich weiß es gar nicht mehr 20 36 möchte ich selbst im video die nachschauen ja wie viel willst du am ersten tag ausgeben ja ich habe im hotelzimmer ich habe es auch du hast ja gesehen mit welchen klamotten dass ich eingereist bin ich habe alles bis auf den letzten cent im hotelzimmer ausgegeben knallhart weil ich halt gewusst habe das war wieder meter weil ich halt wieder gewusst habe dass ich dann wieder mit neu geld starte ein flughafen ist ja auch in ordnung das ist ja auch so gewollt dass man das vorher weiß steht ja auch im support channel drin so und das habe ich mir hat dann nicht nehmen lassen ja ich habe hier zwei kasse gesehen ich habe hier zwei komplette sätze plus doch einmal zusätzlich schuhe ist ja auch vollkommen legitim ich habe es mir erstmal auch nicht gewusst und bin irgendwie mit fünf dollar noch eingereist oder so dann habe ich mir gedacht so fünf dollar wird für ganz schön eng hier sehen wo eine bus halte nach ich vorhin schon auf der map noch mal gesehen die weiß ich jetzt aber auch nicht ja hier vorne seine das putschi kanäle eine ford rücker ja genau und ich habe mir dann so gedacht so herr ich habe fünf dollar ich hoffe dass ich jetzt hier nicht essen und trinken und sowas noch unbedingt kaufen muss ansonsten bin ich dran das ist bin ich eingereist ich habe heute genau ich habe einen kaffee habe ich gekauft für 20 dollar ansonsten oder einreise was haben wir noch so viel war es nicht ich glaube es waren 1500 dollar und jetzt noch die kaution und sozialwohnungen so noch dazu aber das sind halt eigentlich alles langzeit investitionen muss man so sagen muss man so sehen langzeit investition man ist ja ungefähr da bewegt sich du gerade oder nicht oder fährt ein zweiter bin ich jetzt blöd oder bewegen sich hier nicht aber der gute patrick ist ja auch so dass er pragmatisch denkt und das ganze auch als langzeit investition sieht ich bin damals mit CJ auch ewig viel rat gefahren weil ich mir kein auto leisten konnte ein bisschen bisschen weine ich ja schon meinen brio so sport hinterher der ist ja für den hier nichts der hier würde sich kein brio sport holen das ist ja auch motorrad Die erste Woche, da bin ich auch nur zu Fuß, ja. Boah, und Izzy, du bist schon eher so ein klassischer Typ, ne? Okay, die erste Woche bin ich auch nur zu Fuß und dann habe ich mir Instant Fahrrad geholt und dann bin ich hier schön Zeitzung ausgefahren gewesen. Ein Coupé, da sehe ich ihn, da sehe ich ihn definitiv, Patrick, sowas jetzt nicht, sowas schon eher, oder Cabrio, oder ein Sentinel, ja, definitiv. Na, Motorrad wollte ich eigentlich auch gucken. Also, schauen wir mal, findet man da unter Motorrad? Was? Was? Na, ist doch klar. Da sehe ich ihn nicht drauf. Ich wollte gerade Menschen noch anrufen, ne? Ja. 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 ok der bus kommt schon ja ich bin auch ziemlich viel bus gefahren fällt mir so ein ich bin echt viel bus gefahren am anfang am anfang bin ich echt viel bus gefahren als neuling wenn es halt ein bisschen doof ne die die karte dass man nicht richtig gut filtern kann nach motorrad oder fahrzeug du kannst hier zwar schon einen chopper ja im pd mit meinem alten charme im pd wo ich dringend war ich habe erstmal gleich wegzündung gemacht das ganze magazin schön raus durch die freundscheibe rausgeballert beim sms passiert mir nicht noch mal ja das war wirklich ein lol hier ist ls wir sind schön durchgefahren sind also ich habe er das erste mal habe ich ja die dinge durchgemacht dass ich dir die waffe nicht mehr hand hat dann sind wir ausgestiegen weil wir eine verfolgungsjagd hatten ja wir haben eine verfolgungsjagd und dann sind wir wieder ins auto reingestiegen ich habe eine sms bekommen und habe dann schön in east ls hier schön herum geballert hat mir nicht so cool so ein suv oder ja das sehe ich dich definitiv hier richtig schön anwalt jawohl so ein dubster was kommt norden 910 oder die in portland 999 ok hallo 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 wo darf die reisenden gehen äh da wo es dieses just right ist ah ok perfekt wenn sie eine schöne wohnung sucht also wirklich sehr 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 tolle wohnung gerade für den anfang der schwinglich ist ja 60 dollern ich zeige ihnen wirklich meinen favoriten ja sehr gerne da habe ich echt lange gewohnt also drei monate vier monate habe ich bestimmt gewohnt das schöne da ist man hat ein wirklich schönes schlafzimmer und ein schönes kleines bad man hat ein sofa eine schöne große und man hat eine terrasse mit einem riesigen pool dann kann man da auch noch aus dem parkhaus deck drauf gehen und kann eigentlich okay ich bin jetzt auch heute eingereist und ich habe unten am strand was gefunden und wie sind da so die preise 50 habe ich 50 sogar nur dann haben sie die kleinere wohnung da in diesem hotel auch mit terrasse äh bei diesem backstein haus ja genau da habe ich zwar kein pool aber naja mehr ist direkt vor der haustür ja und was ist das hier äh das hier ist jetzt city hall auf der rechten seite ja da finden gerichtsprozesse statt da ist auch die staatsanwaltschaft und auf der linken seite hier ist das medical department das mount sonder medical department und das fd okay okay mhm ist der ls hier schön rumballern ist ja ganz gut zu machen macht Spaß ja genau der nächste hall die parment of labor ach da waren wir schon ja äh ja wir sind dazu angehalten worden gerade neuankömmlichen ähm so eine art einreiseleitfaden zu geben so zu sagen jetzt wieder bloß anstelle irgendwas zu sagen was da so in der nähe ist was nützlich sein könnte ja das lohnt sich auch vor allen dingen auch mal im Norden und ich kann empfehlen die tour um 18 uhr weil dann schön Sonnenuntergang ist man fährt dann so am strand vorbei an parks vorbei über den highway in den Sonnenuntergang hinein ist wunderschön also 18 uhr nord 1 sollte man mal gemacht haben okay das merke ich mir ja ja muss natürlich dann auch fahren das ist nicht immer der fall aber ich versuche immer die 18 uhr nord tour zu fahren das ist total schön okay der nächste hall gibt es dann im Norden auch viel zu sehen nicht ganz so viel wie in der city aber es ist schöner und es gibt auch viel zu sehen genau ähm hier ist das bau warms mamas wenn man geradeaus ein bisschen links hält da kommt man zum pier am ende des piers befindet sich pettys eis wenn sie ein bisschen rockmusik mögen ja heute abend die heißen fritten sind heute live also wirklich richtig live ja die heißen fritten die straße dann sind wir schon da okay deshalb geht es eigentlich nicht hier waren wir gerade in morningwood da gibt es eine kochschule die bietet montags meistens kochkurse an und in kirche muss man sich da anmelden für die kochkurse genau kostet 150 oder 250 dollar okay da muss ich noch ein bisschen ja das ist nicht ganz günstig aber die brauchen natürlich auch kostzutaten und zeit und sowas ja das stimmt natürlich wie war es gerade rich man da gibt es die safe zone das ist eine lgbtq bar und auch sehr wund und sehr schön ja die busfahrer macht nicht alles super die haben auch montags immer einen queertreff da hier rechts ist ein golfplatz da kann man golffelde sammeln um ein bisschen geld zu verdienen und das war es auch so ziemlich ein rich man wir haben einen riesen golfpark hier der andere busfahrer vorher hat es auch richtig gut gemacht kann man da auch golf spielen oder das soll man demnächst können wir suchen noch golflehrer dann sollte das möglich sein also ich kann das nicht abwenden jetzt kommt der interessante teil hier gibt es so viel also es lohnt sich allein schon an der gegebenheit hier hinzuziehen okay wenn wir jetzt auf die rechte seite gucken hier ist ein italienisches restaurant namens little italy super schöne pizzen, pasta, alles was das italienische Herz begehrt auf der linken seite wo diese leute mit dem gelben Pulli stehen das ist das tiki lala das sind die heißen Fritten die sind sich schon mal vorbereitet weil die nachher spielen ja jetzt geradeaus gucken da ist so ein gebäude mit so einem blauen banner das guckt da so ein bisschen raus da steht auch sehr generic drauf da können sie mal gucken ob da eine wohnung frei ist 60 dollar kostet das ist ein schöner Außenzerrasse ah, müssen wir dann hier aussteigen? ja oder? wär sinnvoll ja okay dann machen wir das mal dankeschön einfach geradeaus das nächste Haus auf der rechten seite das ist so eine schöne Einfahrt okay dankeschön okay gerne dann noch einen schönen Tag vielleicht sieht man sich heute Abend ja tschüss 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 tsch Bargeld hingegangen. Ja genau, Spucci ist super. Wahrscheinlich. Aber da beim Pier ist es nicht ganz so schlimm wie wenn ich jetzt weiter drinnen wohnen würde. Also wenn ich jetzt hier Richtung Lolitas und sowas wohne. Also OEC gesprochen jetzt. Ja hallo. Hi. Wir haben gerade telefoniert glaube ich. Ja ist richtig. Genau Hopkins. Ich wollte einfach mal nachfragen wegen Pfarrer dann wie das da aussieht. Ja komm einfach mal mit. Oh Moment. Mein Handy klingelt. Ach shit. Entschuldige mich kurz. Ja. Ich guck trotzdem mal. Aber mir ist es Warte. Warte. Holzkoffen. Mir ist es noch nicht passiert dass ich überfallen worden bin. Weder in Westpucci noch in Weinwood oder in der South. Ich hätte es ja kommen sehen in der South. Ich bin ja schon in der South unten gewesen mit diesen 1000 irgendwas Dollarn. Da hätte ich es gesehen dass das ihr das hätte ich richtig gefühlt. Ja ich habe schon auf Holz geklopft ne. Ich habe es nicht getriggert. Sorry. Ja kein Problem. Also hier sind die City Cruiser 350 Dollar. Mhm. Ähm dann haben wir da hinten die Mountainbikes für 710 Dollar. Mhm. Und da hinten haben wir die BMX für 400 Dollar. Nochmal. City Bikes waren wie viel? 150. 350. Ja. Okay. Das ist der Stand. Sie haben die Auswahl die hier rum steht haben sie alles oder? Ja. Also wir haben auch noch Wunschfarben aber ich denke mal es soll schnell gehen du willst das Fahrrad jetzt haben deswegen das muss halt dann bestellt werden. Ich glaube das ist nicht die richtige Option außer du willst natürlich dann können wir das auch machen wenn wir das dann aufnehmen die Bestellung. Ich sage mal so ich gucke jetzt ein bisschen rum und dann entscheide ich mich quasi also ob ich jetzt will oder nicht. Ja klar. Guck dich einfach rum. Genau. Danke. Bitte schön. Was denn das für eine Farbe? Ist doch so ein hässliches Braun oder? Oder ist es grau? Wie warum tue ich das? Ja. Ey. Aber es gibt AP. Das gibt geiles AP. Wenn du überfallen wirst. Ich habe es schon wieder vergessen. Alter. 350. 400. Und 750. Ich habe mir ja damals eins von da hinten für 57 geholt. Aber nicht von hier. Und außerdem ey. Der CJ hätte noch einen Gujarin gehabt. Auch gut. die da hinten wären schon geil. Dann musst du erst mal hinarbeiten. Will ich 750. Ja manchmal ich oh Gott war das Judy wurde doch innerhalb von drei Wochen ne von einer Woche dreimal überfallen oder so. Boah das grün hier hinten. Das wäre schon geil. Ich glaube das nehme ich. Kann nicht mit meinem roten Pulli und so immer rumlaufen. Naja CJ mit seinem roten Pulli. Schade. Dieses grün hat was. Oder schlicht schwarz. Sind die da hinten irgendwie reserviert oder so? Also da hinten? Das sind unsere Vermietungsfahrräder. Ach so. Schade. Die sind nur zur Vermietung. Ja. Ja das eine grün hätte mir gefallen. Ja sorry. Nee kein Problem. Die Farbe die hier vorne ist das ganz rechte BMX. Ist das braun? Ist das braun? Ich habe es nicht identifizieren können. Weiß nicht wir können mal kurz hingehen. Es hat so matschig ausgesehen. Ja so khaki. Wenn es überhaupt eine Farbe ist. Ja ich würde sagen schon das ist ein helles braun. Ja so ein beige. Das habe ich nicht. Sonst war da hinten nur das pinke. BMX. Nein das steht nicht zum Verkauf. Nicht? Ja wir haben hier viele. Also die hier stehen auch rum. Das sind entweder von Kunden oder unseren Mitarbeitern. Also deswegen die da hinten. Das ist glaube ich zur Reparatur hier. Okay. Und BMX ist dann welche zu verkaufen? Nur die beiden hier. Nur die beiden hier. Wir haben ja es halt es kommen viele neue Leute viele neue Fahrräder werden verkauft deswegen wir ja langsam dünnst sich es aus was wir anbieten können. Ja klar. Wir bestimmt auch jetzt dann im Laufe der Woche oder nächste Woche neu bestellt wahrscheinlich denke ich mal oder? Ja genau ja aber das dauert natürlich ein bisschen. Wenn dir davon keins gefällt dann können wir wie gesagt auch eine Bestellung aufnehmen mit deiner Wunschfarbe. Ich möchte das Grün da hinten vielleicht das hat mir das mal angetan dann würde ich gerne eins bestellen. Echt ja. Noch kurz vorab muss es unbedingt ein BMX sein oder kann es auch was anderes sein wenn ich dir jetzt ein gutes Angebot mache? Muss jetzt nicht ein BMX sein aber die Fahrräder wäre gut. Ein Kollege von mir hat noch einen schwarzen City Cruiser und zwar der hinten oder schwarz ja schwarz geht auch schwarz geht immer der hier ist halt dann Privatverkauf dann würde ich den kontaktieren und dann ja möchtest du das haben wenn du willst dann halt nicht für so viel wie wir das anbieten natürlich aber ja wenn es ein bisschen billiger ist ist in Ordnung und wenn es auch hier was soll ist also mit hier ich sage dass hier nicht die Bremse ausgeleitet ist und keine Ahnung ich habe das letztens erst repariert also was ich repariert bin es am warten gewesen und da war auch alles in Ordnung von daher ne dann passt es okay dann werde ich dir mal ganz kurz kontaktieren und fragen wie es aussieht weil der ist gerade nämlich am arbeiten und dann komme ich gleich wieder ja ich tue nochmal ja danke ich zeig dir das grün schnell 4 äh ich sag 4 Steinchen hier also ich zeig's dir beim BMX weiter ist der Rahmen ein bisschen dicker aber das Grün hier ja dieses grün richtig schön knalliges giftgrün hier die Strähnchen hier vom Patrick gefällt dir's auch was das grün ja ja das grün hat was muss ich sagen ähm folgendes mein Kollege ist gerade noch am arbeiten wenn du möchtest bringe ich dich dahin der gibt dir den Schlüssel die ihr macht Geld austauschen dann bringe ich dich wieder zurück und dann kannst du Fahrrad mitnehmen wahrscheinlich Bargeld ne ja ja aber da ist direkt ein ATM davor also alles gut ne dann passt dann können wir das so machen okay dann komm mit okay ja quietschgrün aber keine Ahnung mit der Farbe danke schön trage ich jetzt schon auch schon länger also die ja ist mal was anderes bin heute eingereist und bin öfter angesprochen worden schon drauf mhm so dann fahren wir da mal kurz hin äh ja quietschgrün also meine Lieblingsfarbe persönlich ist jetzt rot das war es ja auch bei CJ aber von ihm und wie gefällt es bis jetzt hier ja also es ist halt naja groß ein bisschen erschlagend ja ja wo kommst du denn her aus Chicago also es ist zwar auch eine Großstadt ja aber wir haben halt kein Strand wir haben wenn dann nur lauter also wie hier vor uns nur so hohe Häuser mhm oder andere Viertel halt nur Sozialbauten also großartig Grundfläche oder sowas haben wir auch nicht ich hab gesagt ich hab jetzt auch gehört der Norden soll sehr interessant sein ja der Norden ist richtig nice den kann ich nur empfehlen ja muss ich mal auch der hat der Busfahrer gesagt ich soll mal die Nordlinie fahren bis sehenswert ja der Strand ja der Strand ist auch schön aber da würde ich jetzt langsam um die Uhrzeit nicht mehr lang gehen alleine nachts ok aber ich bin jetzt da runtergezogen wo wohnst du denn genau äh Backsteinhaus Richtung Pier boah sagt mir jetzt nichts aber ich glaube ungefähr wo du meinst das ist direkt beim Pier wenn man schaut und dann links daneben ist das so ein Haus gleich also quasi fast unterm Pier ja würde ich einfach ich glaube wenn man einfach straight nach Hause geht und dann dann wird da nichts passieren aber jetzt nicht irgendwie groß rumdümpeln vom Pd aus kann man direkt gerade runtergehen also ich glaube nicht dass sie jetzt direkt im Pd oder sowas was sein wird die Wohnung die ich zuerst bekommen habe jetzt vom Makler die die war ja in der Southside und da hat der Taxifahrer gleich gesagt schau dass du so schnell wie möglich rausgehst ja es ist sehr gefährlich ist nicht zu empfehlen ja besonders ich bin da mit Rollkragenpulli Lackschuhen und Anzughose rumgelaufen ja das ist dann noch schwieriger der erste sagt so hey jo man willst du Gras kaufen mhm ja ich wohne nicht mal da unten und ich werde trotzdem angesprochen wenn ich vor der Tür stehe nachts also jetzt muss ich mal gucken wo ich hier parken kann kann dir nur empfehlen hier auch gleich mal zu gucken was die haben weil die haben hier gerade liebe ich eine Aktion und wenn du was kaufst dann kriegst du 10% Rabatt auf deinen Einkauf ok ja hier nee Gott ist ja alles voll hier sind ein paar Plätze rechts oder ja wenn wir hier stehen perfekt wie kann ich helfen hallo die Haarfarbe von ihr ist auch nicht interessant hast du vorher mit jemandem anderen schon telefoniert ok dann dann komm einfach mal da hin und ich ruf nochmal meine Chefin an damit ich auch Bescheid weiß um was es geht ok ja werde ich finden alles klar jo bis gleich tschüss ah sorry kein Problem hallo guten Abend guten Abend oh Gott hier ist ja voll na komm mal mit hi Felix hier ist dein Interessent ein Interessent hallo Interessent guten Tag guten Abend Sie wollen das ist ja einfach Kähn mit anderen Haaren Sie haben schon alles soweit fertig gemacht alles besprochen oder also ich habe dir das Rad gezeigt und ihr müsst halt jetzt nur Geld und Schlüssel austauschen genau für was heißt das für was ist das los geworden noch nix musst du sagen noch nix für was ist das Fahrrad denn wert also neu kostet es 350 ja für alle hier genau das wurde echt nicht viel gefahren versprochen ich bin sonst BMXer ich bin halt quasi heute neu eingereist und habe halt noch nicht so viel auf Dings deswegen versteht deswegen gebraucht ist halt schon mal ein Vorteil dass ich billiger sein kann also ja auf jeden Fall und ich weiß halt nicht wie hier wie dass man da quasi dann so sich abmachen kann klar man will immer nicht so großen Verlust haben verstehe ich auch ja deswegen halte ich mit der Kulase komplett an Sie ich fange einfach mal an und sage 200 ist das okay oder weniger nehme ich alles klar ja dann mach das mal fertig und dann bringe ich dich wieder zurück genau haben sie die 200 bei oder ne ich muss kurz an ATM ja ich habe gesagt hier ist ein ATM davor deswegen okay dann gehe ich kurz an ATM und dann alles klar bis gleich jo nehme ich 200 nehme ich ja wir kaufen noch nur an wenn du eins neu mitnimmst das ist schlecht mach die Regeln nicht ich würde die nehmen aber meine Chefin sagt nein ich bin bereit ich hätte dir sofort zwei Fahrräder gegeben ja umsonst ja dann nehme ich sie ne wir können wir gerne das Geld geben genau perfekt ja er hat alles gut bedanke mich ja die gingen eh bei uns nicht so weg dann reiche ich mal den Schlüssel rüber mhm bitteschön ja dankeschön na klar perfekt dann äh bringe ich kurz den Herren zurück machen sie das bitte ich bedanke mich auf jeden Fall okay jetzt los das ist ganz gut und sie haben echt schönes schönes City Cruiser dankeschön kein Geberpaus schneller als Justiz schönen Tag noch ja handeln kann er definitiv also er hat sich gedacht so fast die Hälfte da definitiv also ich hätte also ich hätte es auch so genau ich hab gedacht er sagt jetzt 300 dann sag ich 250 dann sagt er ja siehst du mal direkt am ersten Tag mit Nettigkeit überhäuft ich hab nicht jetzt gleich mit 200 runtergerechnet ich hab jetzt eher so gerechnet er sagt so jetzt 300 oder so 250 oder so dann wie der 200 gesagt hat war ich jetzt erstmal so äh okay einfach zuschlagen nee weil ich will halt nicht dass er zu viel Verlust macht auch mit dem ja nee alles gut wenn er sagt er es ist nicht gefahren sooo das hab ich jetzt nicht erwartet also ich bin nur so ein ja ja ist doch schön ist doch schön definitiv umso mehr dass ich mir sparen kann ja ich hab ich hab so ne nette begrüßung hier auf der Insel nicht bekommen ich musste 350 Dollar zahlen für das Fahrrad ich hätte ich hab auch dann jetzt gerade kurz überlegt ob ich dann also bevor ich das gebraucht angekommen hab ich dann überlegt ob ich nicht äh quasi ein bisschen spar mhm und äh vielleicht dann gleich auf das große äh gehe quasi ja also keine Ahnung ich weiß ja nicht ob du vor hast direkt Führerschein zu machen ja bei mir hat das bei mir hat das halt ein bisschen länger gedauert deswegen war es für mich eigentlich fast schon ein Muss dass ich ein Fahrrad habe und da war mir auch fast egal was das für eins ist hauptsächlich komme einfach schnell von A nach B es war ganz schlimm ich bin am Anfang bin ich drei Tage glaube ich immer nur gelaufen weil Taxi halt teuer und Bus äh ne immer warten und so mhm deswegen als ich dann ein Fahrrad hatte das war so ein Luxus Upgrade ja also der der Busfahrrad hat jetzt gemeint dass man sich am Anfang schon ein Fahrrad oder so holen kann für dann hier den Kurierdienst ja genau das habe ich auch ganz lange gemacht dass das echt gut ist und zu Fuß rendiert sich's null weil man einfach so weit laufen muss bis man die Wege auch weit sind entweder mit dem Fahrrad oder Auto hat er gemeint ja ja bei den Kurierdienst das habe ich am Anfang auch äh ganz lange gemacht und das war hat sich war auch gut also es ist ein schönes Angebot dass man da so ein bisschen austragen kann und dann kann man sich noch ein bisschen was dazu verdienen wenn man am Anfang noch nichts hat mhm ja so dann gucken wir ob der Schlüssel passt ja wie gesagt ich habe es letztens erst äh kontrolliert ob alles okay damit ist und äh wird eigentlich fast auch täglich drüber gewischt von daher mhm schauen wir mal ja passt sehr gut gut dann äh Moment dann sage ich mir danke für die Vermittlung danke bitteschön was auch immer ähm ich habe noch was für dich ach dankeschön das ist aber sehr freundlich Moment ich habe noch was für dich Moment Moment hier bitteschön da waren wir eben beim Funthouse da kannst du vorbeigucken und äh vielleicht gefällt dir ja dann was oh ja wie gesagt 10% auf alles heute ja gut äh werde ich aber definitiv auch vorbeischauen mhm dann mach nur kurz hier am Dings ja ja passt ne ich habe kurz das Namensschild runtergemacht nicht dass es dann heißt ich habe dir was geklaut wenn da auf einmal Felix dran steht ach der steht noch dran oh Mist ja gut ok hab ich jetzt nicht kontrolliert ne ne ich habe ne ich habe ne ich habe an der Visitenkarte sondern an der äh am am Schlossschild also Schlüssel ja ja meinte ich ja ne ist besser wenn dann da nichts steht ja weil sonst würde ich vom PD oder so kontrolliert und dann heißt es hier sind sie viel ja das ist dann nicht so gut ne habe ich kurz gerne gut dann sage ich dankeschön ja ich wünsche noch schönen Abend und gute Fahrt ja danke jetzt noch eine Frage ähm äh wo kann man gut irgendwie äh auf Nacht so Bierchen oder so trinken äh Tiki Lala ist 21 Uhr heute ein kleines Konzert da würde ich dir würde ich dir empfehlen hinzugehen ok dann werde ich das wahrscheinlich machen ok perfekt gut dankeschön schönen Abend noch danke gleichfalls tschüss lala sodala sodala yay handeln kann aber Patrick handeln kann nicht eventiv so so dann gehen wir heute ins Tiki Lala wenn jeder sagt die soll ins Tiki Lala gehen dann schauen wir uns halt die heißen Britten an 21 Uhr nochmal kurz nach Hause was ich komisch finde der Pfirsiche ist die hat mich gerade auch gesättigt so ins Pfandhaus können wir gehen im Pfandhaus gibt es gut äh gibt es Klamotten günstig was auf so angespannt zu sein danke muss man auch so tatsächlich ob das noch ja es kann schon sein dass es wieder durch 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 sollt wie ab jetzt gekommen ist weil ich habe doch vorhin die lasagne gegessen sollte eigentlich auch gut sättigen aber anscheinend ja nicht war der priose schon auch gut auf diese lackierung fahren will ich mit controller nämlich ich muss mir auch noch da die sturmtaste drauflegen also mir so egal sondern dann habe ich vorhin die lasagne gegessen habe jetzt was getrunken ist eigentlich logisch dass ich dann jetzt nicht mehr so hungrig bin und und Hups, wie Kassel. Ja, ich glaube Ich habe irgendwas mal gehört Von der Spielmechanik Bei manchen Dingen ist es logisch Dass du, wenn du jetzt so ACE oder sowas Trinkst Dass das dann quasi auch Dich ein bisschen sättigt Aber überlegen mal Ich habe jetzt gerade was gegessen Und dann ist es weg gewesen Quasi Bei manchen Dingen ist es halt komisch So, dann stellen wir die hier ab Scheiß Controller Da 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 Dann danke dir für den Lörg, bis gleich dann. Dann danke dir, 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 bis gleich dann. Dann haben wir den auch mal geschrieben. Dann danke dir, bis gleich dann. Dann danke dir. Dann danke dir, bis gleich dann. Dann, bis gleich dann. Wer nicht will, der hat schon. Dann, bis gleich dann. Dann, bis gleich dann. Dann, bis gleich dann. Dann, bis gleich. Dann, bis gleich dann. Dann, bis gleich dann. Dann, bis gleich dann. , 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 bis gleich dann. Bis gleich dann. Bis gleich dann. , 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 bis gleich dann. Bis gleich dann. Bis gleich dann. Bis gleich dann. Bis gleich dann, bis gleich dann, bis gleich mal. Auf fashionable das wandern. Entsch 아� Конium. Und jetzt ja, wenn ich da nicht. Das aber, das Ciao. Hat aber dass hier sichる. Das ist gut. 10 Stunden. wie komme ich das zusammen 12 bis 17 sind 5 4 und 4 10 Stunden. Tsch, 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 tsch. Tsch, tsch. Tsch, tsch. Tsch, tsch. 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 Ich bin jetzt heute eingereist, habe auch erfahren, dass Police Officer gesucht werden über die Seite von Venture und ich habe natürlich noch keinen Führerschein, ob Björn unbedingt zwingend einen Führerschein jetzt erstmal braucht. Ach, das bauen sie nicht, hauptsache sie sind auch stets bemüht, um einzubekommen in der Zeit als Reboot. Ich habe jetzt heute viermal versucht anzurufen, aber irgendwie geht da keiner ran. Alles gut, ja, das ist immer schwierig mit den Fortline, kein Problem, wie gesagt, einfach bewerben über die reguläre Seite des SPD unter Venture, genau, und bitte denken Sie an Lebenslauf, kurzer Zeit. Achso, ja, ne, hätte ich ja gedacht. Alles klar, wunderbar, gut, dann danke für die Informationen, schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Danke, wieder. Ja, DOJ? Noch anrufen wegen dem Praktikum. Ach fuck, was war die Nummer. Haben Sie ein Taxi gerufen? Nein, habe ich nicht tatsächlich. Sie haben auch niemanden gesehen, der hier steht, der aussieht als er ein Taxi gerufen hat? Nein, ich habe gerade auch hier draußen telefoniert, da ist auch keiner rumgelaufen oder so. Okay. Gut, dann suche ich mal weiter. Vielleicht Richtung Strand runter, kann das sein? Ja, der Junge meinte ein graues Haus. Ja. Gute Frage, ich weiß auch nicht. Alles gut, alles gut. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Danke Ihnen auch. Ciao. Ciao. Äh. Was wollte ich jetzt noch? Nein, mal noch. Ich fahre da jetzt mal hin. City Hall hat er gesagt, ne? Platsch. Ich fahre da. Wann ein. Ich fahre da. Noch mal. Es ist mal. Es ist besser. Es ist besser. Währende in die Hand-paste. und fangen wir mal in den city hall schauen ob da wer da ist zwecks einem praktikum oder ähnliches 15 mal caps drücken bis es dann endlich fährt er hat wirklich wenig damit gefahren und 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 Ah, bleib jetzt kurz nochmal stehen. Ich bin kurz am Handy, sorry, ich muss kurz für mir das Licht anmachen. Wird mir sonst zu dunkeln. Ich bin kurz am Handy. 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 So, ich muss mir kurz hier um die Ecke fahren, damit ich kurz nicht am besten nicht angesprochen werde Ich bin kurz am Handy. Ich bin kurz am Handy. Ich bin kurz am Handy. Ich bin kurz am Handy eingereist und ich soll überall alles neu machen, denke ich mal, dass ich auch eventuell bei mir in der Krankenakte bestimmte Dinge hinterlegen muss, oder? Genau. Da gehen Sie am besten die Treppe hoch. Gehen Sie die Treppe hoch, den langen Flur lang, dann sehen Sie noch ein paar Mitarbeiter und dann lassen Sie Ihre Personenakte vervollständigen. Okay. Ich müsste auch zwischendurch kurz das Klug. Ist es auch oben? Genau. Dann sagen Sie oben Bescheid. Dann ist gleich jemand da, der Sie auf Toilette bringt. Genau. Dankeschön. . Dankeschön. 하고. Was ist dasHey, либо Sie haben zu移鹿? Der Sie ist ja nur so Ruf für Sie in den workloadsen? Conse parce? Ich war hier drin noch nicht. Also mit meinem alten Schau auch nicht. Schon cool. Hallo. Guten Abend. Ich soll mich hier quasi melden. Ich bin heute eingereist. Ja. Und wegen Krankenakte Sachen anlegen lassen und sowas. Ja, sehr gerne. Dann machen wir das direkt einmal. Ja, ich muss aber ganz kurz zwischendurch, ganz schnell kurz auf Toilette, wenn es in Ordnung ist. Ich bin nämlich mit dem Radio gewandelt. Deswegen, wenn Sie mir kurz sagen... Ja, kann ich Ihnen zeigen. Einen kleinen Moment. Irgendwie die auch nach oben? Ja, ja. Okay. Dann dürfen wir Sie einmal in den Aufzug folgen. Okay. Tut mir echt leid. Das ist so. Alles gut. So. Dann sind Sie sicherlich noch sehr erschöpft von dem langen Flug, oder? So lange war es jetzt auch nicht, aber ja. Ach so. Wo kommen Sie denn her? Aus Chicago. Es sind fünf Stunden Flug nur. Na, okay. Aber ich bin Nachmittagsflug... Also ich habe lange ausgeschlafen, bevor ich geflogen bin. Na, okay. Hier die Tür ist es. Genau. Ich warte kurz auf Sie, ja? Ja, dauert nicht lange. Alles gut. Kein Stress. Ich bin kurz weg. Ganz kurz. Ich bin kurz weg. Ich bin kurz weg. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt muss ich kurz das so machen. Und so, und so. Okay, dann gehen wir wieder runter. Ach so, ja. Waren Sie denn schon beim DOL? Äh, ja, da war ich schon. Ach, perfekt. Sie sind ja richtig fleißig. Ja, ich bin, ich habe auch schon ein Fahrrad heute gekauft. Auch schon? Okay, warte, wie lange sind Sie jetzt hier? Äh, warten Sie, äh, ich muss kurz überlegen. Äh, bin um 16 Uhr hier gelandet. Ja, wow. Bin um 17 Uhr quasi aus dem, ähm... Ja, ich gehe kurz einmal rum. Ja. 17 Uhr bin ich, glaube ich, aus dem Flughafen hier raus. Oh, nicht schlecht. So, dann gucken wir mal. Ich muss einmal die Vorlage mir kopieren. So, dann bräuchte ich einmal einen Personalausweis von Ihnen. Natürlich. Einmal hier bitte. Patrick Hopkins. Richtig. Klar. Okay. Herr Hopkins, haben Sie irgendwelche Allergien? Ja, ähm, gegen, äh, Katze, also Katzenhaar, oder Katzenspeichel, äh, was das halt ist, und, äh, gegen, ähm, Pferde. Sonstige Allergien? Allergien, keine. Okay. Äh, kennen Sie Ihre Blutgruppe? Ähm, das ist, ich muss kurz überlegen, äh, null positiv. Alles klar. Ähm, sind Sie geimpft? Haben Sie so die Standardimpfungen? Ähm, oh Gott. Äh, ja, die Standardimpfungen habe ich alle. Entschuldigung, ich habe kurz überlegen müssen. Alles gut. Ansonsten kann man sich die auch hier jederzeit auffrischen lassen. Äh, einen Beruf haben Sie wahrscheinlich noch nicht? Ja, aktuell halt nicht. Mhm. Ähm, möchten Sie denn schon Notfallkontakte eintragen? Wie auf der Insel? Ich kenne halt so gut wie keinen, deswegen noch nicht. Okay. Nee, gar kein Problem, das ist auch erfahrungsgemäß. Ja, gegen Flugkatze. Sobald Sie jemanden haben, äh, den Sie als Notfallkontakt gerne eintragen möchten, äh, würden wir auf jeden Fall dringend empfehlen, ne? Falls Sie mal hier landen, dann kann eben jemand informiert werden. Ja. Aber jetzt, äh, am ersten Tag ist es vielleicht noch ein bisschen frisch. Ja, genau. Oh, dann, das haben wir, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, von denen wir wissen sollten? Ja. Ähm, ich hatte, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, ich bin, ich habe mir die Patella-Szene mal gerissen. Ja, das war, oh Gott. Haben Sie da im Nachhinein noch Beschwerden? Ähm, nein, also da habe ich keine Beschwerden, nur das, äh, ich bin halt damals durch, äh, es wurde mein Stipendium damals verwertet im College, aber, das ist, ähm. Ähm, und ich habe mir mal, ähm, am Oberschenkel hatte ich einen Muskelfaser, das war 2020, war das. Also, die Patella-Szene war links, und Oberschenkelmuskel war rechts, um es genau zu sein. Also, ich weiß nicht, wie genau das Sie sagen wollen. Okay, schreibe ich mal dazu. Äh, Patella-Szenenriss war links, sagten Sie. Richtig. Hm? Okay. Ähm, Ihr Geburtsdatum bräuchte ich noch einmal. Äh, der 25.08.91. 25.08.91. Ihre Telefonnummer? Äh, wollen Sie Medikamentenunverträglichkeit auch haben, oder? Äh, ja. Das wäre sonst, äh, hinten unten bei den... Achso, nee, dann machen wir Ihre Reihenfolge. Ja, passt. Ja, okay, dann die Telefonnummer noch einmal. 555. Mhm. 816. 816. 291. 291. Und Ihr aktueller Wohnort? Ähm. Ganz grob, Vespucci, Downtown, Weinmutsch. Bei Del Piero Pier, äh, Pier da unten? Ja, Mauer Vespucci. Okay. Alles klar. Und, äh, Sie haben eine Medikamentenunverträglichkeit? Ja, richtig, äh, Ibuprofenunverträglichkeit. Okay, das ist sehr wichtig. Paracetamol vertrage ich. Mhm. Ähm. Aspirin auch? Aspirin ja. Ähm, Diclofenac auch nicht, weil es ja dasselbe Gruppe. Mhm, alles klar. Das trage ich direkt bis in den Titel ein. Okay, dann... ... gucke ich nochmal ganz kurz durch, ob wir soweit alles haben. Das sieht soweit gut aus. Dann vervollständige ich die Akte. Okay. Und dann bekommen Sie noch Ihren Personalausweis zurück. Dankeschön. Okay, kann ich sonst noch was für Sie tun? Äh, nee, das war alles. Ich hoffe, das passt so. Auf jeden Fall. Okay. Falls Sie jetzt hier bei uns behandelt werden, dann, äh, ist quasi schon alles vorbereitet. Ja, fast nicht, dass ich irgendwann hier, äh, ohnmächtig aufschlage und ich werde mit Ibuprofen, äh, vollgepumpt und die Leute wundern sich, warum... Kann ich verstehen. Das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis, auf jeden Fall. Ja, es ist mir auch immer sehr wichtig, dass die Leute das gewusst haben, dass ich Ibuprofen... Ja, natürlich, natürlich. Wir wollen da ja keine Fehlbehandlung machen. Ja, nee, äh, vom Oberschenkelmuskel, ähm, merke ich halt auch mittlerweile nichts mehr, aber das ist halt auch schon, äh, zwei Jahre ist es knapp her. Aber trotzdem, manchmal verfolgt es einen doch. Ja, ich hab's mal mit reingeschrieben, ähm, falls da mal irgendwie was mit sein sollte, wissen wir dann Bescheid. Mhm, okay, gut. Gut, passt. Dann Dankeschön. Ja, sehr gerne und einen schönen Abend noch, ne? Danke, äh, ist... Herzlich willkommen. Danke, äh, das war hier hinter mir runter, oder? Äh, genau, hinten die Wendeltreppe einfach wieder runter und dann sind sie direkt im Eingangsbereich. Okay, gut, Dankeschön. Sehr gern, tschüss. Schönen Abend, tschüss. Ja, ist wichtig. Medikamente und so. Ich weiß nicht mal, also, ich weiß, oh, ich seh nicht mal, wo die Partellersehne ist, aber ich weiß, dass sie's nachts sehen kann. Vielleicht spiel ich's auch irgendwann mal wieder aus. Alles gebäude ist schon geil. Gucken wir mal, wo die Partellersehne ist, oder? Ja, und Katze, ich bin nicht gegen Flugkatzen erlegisch, ich bin wirklich gegen Katze erlegisch. Partellersehne. Ah, der ist am Knie. Parteller links. Ah. Oh, das gehört zum Vorderen, äh, zum Knie. Gut, dass ich das auch weiß. So. Schauen wir mal, ob die City Hall jetzt erreichbar ist. So. So. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Hier ist der Haupteingang, da kommen sie rein. Ich weiß allerdings nicht, ob der gerade offen ist. Vorhin war gerade zu, aber ich bin kurz nochmal hier im Medik-Department gewesen. Aber ich bin... Ja, also rein theoretisch müsste da vorne der Eingang sein. Wir haben da leider auch keinen Schlüssel dazu, sonst würde ich aufmachen. Nee, das ist kein Problem. Ich probiere es einfach nochmal, ansonsten muss ich es halt dann die Tage nochmal probieren. Ja, okay. Aber dann wissen sie zumindest schon mal, wo es ist. Ja, genau. Dankeschön. Gerne. Kein Problem. Ah, jetzt ist es offen. Na, Bind? Okay. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe eine Frage zum DOJ. Kann man theoretisch auch ein Praktikum machen? Es sind Stellen ausgeschrieben, wo er als Staatsanwälte und als Richter. Ob man da ein Praktikum machen kann vorab, bevor man sich quasi direkt darauf bewirbt, oder wie sieht es aus? Gute Frage. Keine Ahnung. Gute Frage. Also ich denke, so ein Praktikum an sich. Ich kann mir vorstellen, dass das möglich ist, aber ja. Ja, ich bin heute hier eingereist und habe halt die Stellenausschreibungen gesehen. Sagen wir es so, ich habe den Dr. Judas gemacht, habe halt ziemlich viel Bürojob quasi gemacht und das war mir zu viel Aktenarbeit. Also direkt nur Bürositzen und nur Akten wälzen. Das war mir halt dann, ob das hier genauso ist oder ob ich eventuell auch mehr andere Dinge zu tun haben kann. Was genau wollen Sie denn tun? Richter, Staatsanwalt, Verwaltung? Ähm, ich würde eher Richtung Staatsanwaltschaft wahrscheinlich tendieren. Ob es denn auch mit, ähm... Staatsanwaltschaft ist zum einen natürlich viel Akten wälzen, klar. Mhm. Aber natürlich hat man auch, äh... Es wird ja jedes Strafverfahren vor Gericht auch ausgehandelt, also... Ist man auch viel vor Gericht und, äh... Zwischenzeitig befragt man noch Zeugen. Mhm. Also ja, das ist so die Tätigkeit, aber, äh... Ja. Die sind hier gerade, äh... Richterschaft. Ach so. Ja. Ja. Aber, ja, ich bin halt, wie gesagt, äh, neu hier. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist ja nicht schlimm. Müssen Sie halt gucken, wenn Sie uns zum Beispiel Praktikum als Staatsanwalt machen möchten, dann gehen Sie doch mal zu dem Herrn mit dem Zopf. Das müsste ja Hunter sein. Der ist Generalstaatsanwalt. Ja. Ach so, okay. Und wie sieht es jetzt bei der Richterschaft aus, wenn ich schon mal hier bin? In der Richterschaft? Ähm... Ja, kann ich nicht sagen, ob da ein Praktikum möglich ist, weil... Weiß ich nicht, aber... Ich kann es mal erfragen. Mhm. Oder hier die Dame neben mir. Kümmerst sich drum. Genau, ähm... Ich würde vorschlagen, dann bräuchte ich mal... Würde ich mir ja Ihren Namen aufschreiben? Ja. Und eine Telefonnummer dann dazu. Haben Sie kurz Ihren Ausweis? Natürlich, hier einmal. So... Patrick Hopkins. Patrick Hopkins, genau. Hopkins sagt mir irgendwas. Haben Sie Ihre Verwandtschaft auf der... Nee, Hopkins ist so ein häufiger Name. Das ist... Ich glaube, einer der... Nee, zehn häufigsten. So, die haben Sie erst mal Ihren Ausweis zurück. Danke. Dann haben Sie eine Telefonnummer. Ja, die wollte ich gerade raussuchen. Äh... Das ist die 555-816. Moment, 555-816, ja. Und 291. 291. Gut. Habe ich soweit. Wir werden das erfragen und werden uns bei Ihnen melden. Genau. Wollen Sie Ihre Vorerfahrung... Also, ich habe einen Dr. Judith in Chicago gemacht. In Chicago. Ist die Stamme aus Chicago, oder? Ja, genau. Das können Sie dann ja gegen... Falls in Ihre Bewerbung schreiben. Ja, weil... Genau. Falls... Falls noch nachgepackt wird. Ich weiß ja, wie es immer läuft. So, hey, kann ich ein Praktikum machen? Nee, was hat die Erfahrung? Oh, habe ich nicht gefragt. Ja, genau. Ähm... Wir würden uns melden, wenn wir was in Erfahrung gebracht haben. Mhm. Ja, nee, dann frage ich auch... Herr mit dem Zopf, haben Sie gesagt, hier links hinter mir, oder? Das müsste Herr Hunter sein. Nein. Genau. Wegen Staatsanwaltschaft, aber dann... Dass ich mir das zumindest mal ansehen kann. Ja. Nachfolgen. Nachfolgen schadet nicht, deswegen bin ich einfach vorbeigekommen. Genau. Ja. Genau, gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ebenso. Ebenso. Danke. Tschüss. Ich soll kurz bei Ihnen mit den Zopf, sind Sie Staatsanwaltschaft? Ja. Entschuldigung, dass ich so reinplatze und störe. Es ist neu, also bitte keine komplizierten Fragen. Ja. Ich wollte nur nachfragen, ob es möglich ist, theoretisch mal einfach ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft zu machen. Ich bin neu, ich bin heute eingereist und habe eben Stellenausschreibung gelesen, dass eben Staatsanwaltschaft gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft sucht keine Personalmehr, aber die Anwaltschaft sucht Personalmehr. Also ich sage mal so, grundsätzlich ja, ein Praktikum können wir tatsächlich anbieten und ja, die Anwaltschaft sucht auch. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Hopkins, Patrick Hopkins. Patrick Hopkins, okay. Wo haben wir es denn notiert? Patrick Hopkins. Okay, dann melde ich mich in Kürze bei Ihnen, dann war ein kleines Gespräch und genau, da kriegen wir es bestimmt hin. Okay, ja, gut. Brauchen Sie eine Nummer auch noch, oder? Die habe ich schon. Die haben Sie quasi von der Kollegin, die gerade die Berichterstattung auch aufgeschrieben hat? Genau, richtig. Ich wollte gerade sagen, das ist ja übergriffig jetzt, wo ist denn die Nummer her? Genau, nein, also dann unterhalten wir uns doch mal und dann, ja, finden wir doch bestimmt zusammen. Nee, passt, kein Problem. Dann danke schön. Gerne, gerne. Dann sind wir noch schön nach. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, toll, toll, toll. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, vielleicht wird es doch wieder. Also vielleicht wird es doch Anwalt. Man weiß nicht, wo es mich hintreibt. Müssen wir gucken. Wo wollte ich noch nachfragen? Sind die jetzt nicht online? So. Gerade drehe ich davon. Hi, Patrick. Hi, du, ich am besten bei Venture anrufen, der, wo ich dann hier angerufen habe, hat gemeint so, er kommt nicht in die Türen rein. Er ist dann quasi zu mir gefahren und hat dann bei mir quasi das abgebucht und ist dann nochmal zu Venture gefahren am PC und hat mich dann erst freigeschalten. Also musst nicht hinfahren. Muss ich nicht hinfahren? Nee, du musst einfach... Okay, ja gut, ich habe es gerade eben probiert bei Venture, aber die sind nicht erreichbar. Achso. Dann wird der wahrscheinlich... Er hat auch zu mir gesagt, hier in 15 Minuten und gebraucht hat er irgendwie 6 Stunden gefühlt. Also gerade vorher habe ich erst die SMS bekommen, dass ich freigeschalten bin. Okay. Also wahrscheinlich eher anrufen oder vielleicht mit Glück hinfahren. Ich habe auch schon ein Fahrrad gekauft. Ich habe ihn getroffen. Du hast auch schon ein Fahrrad? Ja, ich habe ihn getroffen. Er hat gesagt, hier schau mal zu Just Rides. Bin ich bei Just Rides vorbei und sagt sie so, ja hier, ich hätte auch einen Kumpel, der verkauften Gebrauchtes, dann habe ich ihn Gebrauchtes jetzt gekauft. Ja, gut. Wie viel hast du gezahlt? 200. 200 geht eigentlich voll klar. Ja, 350 kostet das Ding neu. Das Ding ist fast nicht gefahren. Sieht auch echt tipptopp aus. Und 200 kann man schon mal machen. Ich meine so 200 für ein Fahrrad ist ein guter Preis. Ja, das habe ich auch gesagt. Er so, ja hier wollen wir handeln und sage ich, ja okay, fang du an mit Dings. Und dann sagt er 200. Sag ich, ja brauchen wir nicht handeln, ich nehme es jetzt 200. Weil ich will ihm halt nicht, keine Ahnung wie viel Verluste reindrücken. Er hat auch gesagt, hier du bist neu in der Stadt, machen wir 200, passt 200, mache ich. Haben wir auch danach gedacht, so handeln kann ich. Handeln kannst du, ja. Ne, passt. Genau, ich habe die Wohnung auch da, bei diesem Backsteinhaus. Ja. Ich bin im sechsten Stock oben. Ja gut, ich bin im zweiten. Ja, ist aber kein Problem, ne, mit dem Aufzug. Aber Nachbar ist Nachbar. Ja, genau. Ne, passt. Dann, ich bin jetzt eh gleich dort. Warte, um 21 Uhr fang das anscheinend an. Wenn du, wenn, dann komme ich jetzt gleich runter und kann man zu zweit da hoch dann, mit dem Taxi oder so. Wenn du Bock hast. Ja, 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 ich muss noch mein restliches Geld auf mein Konto packen, weil ich laufe noch mit einigen rum. Und dann komme ich auch. Das nächste, pass auf. Das nächste, wo ich vorhin, ich bin auch noch mit hier, glaube ich, 1000 Dollar in der Tasche rumgelaufen, war, da ist ein Supermarkt, wenn du am Strand entlang gehst. Da ist ein großer Supermarkt hinten. Also, nicht Richtung Pier, sondern die andere Richtung. Da ist ein Supermarkt dann. Okay, ich glaube der Busfahrer hat irgendwas gesagt, mit einem Supermarkt im Strand. So wie bei Hinterblulitas oder sowas. Ne, keine Ahnung, was da alles ist. So hat das uns erklärt. Ich bin dem, ich bin den Strand einfach entlang gelaufen, um zu gucken und dann ist dann bei dem Supermarkt direkt ein ATM gewesen, ja. Ja, okay. Also, die... Ja, ich hab mir gedacht, die Schau mir den Stand entlang. Geh ich da mal noch einkaufen, ein bisschen. Ja, hab ich auch gleich mitgenutzt. Alles klar, dann schreiben wir uns nochmal zusammen, bis wir später. Jawohl, ich laufe jetzt gerade noch irgendwo zu einer Stelle, wo ich am besten erklären kann und dann komme ich auch zum Tequila-Hala. Dass ich halt ein Taxi rufen kann, weißt du? Ach so, ja. Aber wenn du den Supermarkt da unten sagst, dann werden die wahrscheinlich auch gleich wissen, wo du bist. Okay. Ja gut, ich bin jetzt hier, was sehe ich denn da, in der Bürgerstadt von das VPD, also das Service Police Department. Und ich hier. Mhm. Ja, genau. Ne, passt. Dann, bis gleich. Jawohl, bis gleich. Ciao. Ciao. Ja, ja, es ist der Ralf. Der Ralf, ach. Ich fahr jetzt, weil ich will Bier trinken. Fahr ich nach Hause. Und ich will, aber. Doch interessant, ne? Und wenn die heißen Britten spielen, das wird auch hier non-copyright, normalerweise, glaub ich. Darf ich auch verwenden. Schauen wir mal. Ich glaub, ich bin richtig. Wenn ihr jetzt grad mein Gesicht klingen könntet. So, sind wir doch mit dem Auto vorbeigefahren. Ach, boah, da ist ne Bushalte. Also bin ich schon mal nicht so falsch. Da bin ich schon mal vorbeigefahren mit dem Bus. Kommt mir auch. Da hinten, da hinten ist das Riesenrad. Da hinten. Ich muss ungefähr Richtung Riesenrad fahren. Dann bin ich richtig. Aber hier bin ich... Ja, da ist das Polizeidepartement. Hihihi. Ah, Entschuldigung. Yay. Wow. Ich möchte mich kratzen und hab mich angestoßen. Oh Gott. Schon wieder das so, ne? Oh Gott. Schon wieder das so, ne? Schon wieder das so, ne? Schon wieder das so, ne? eigentlich kann ich so herzeigen muss ich aber umstellen auf bildschirmaufnahme es ist hell ja wurde dort noch auf dem oreo Pastellas hinweggenzen ja hallo hey bist du schon drin? im Tiki Lala? ja ne ich bin noch mal kurz nach Hause weil ich noch mal was abliefern musste aber ich ruf mir jetzt nur ein Taxi und dann fahr ich hoch ja ok dann warte ich hier achso du bist schon oben? ja ich bin schon da im Tiki Lala achso sorry ich habe es gerade kurz verpeilt ne passt dann ne passt dann mach mal das ich bin sofort dann oben ja zack sie wenn dann gleich da ist dann bin ich oben alles klar bis gleich hallo äh hallo äh ich bräuchte ein Taxi zum äh also an der oh Gott Magellan Avenue 115 Magellan Avenue 15 das ist das Backsteinhaus unten das rote Backsteinhaus ja schicke ich hin alles klar gut danke bis gleich ciao ciao gut dann machen wir es nicht so dann schreibe ich die Bewerbung später fertig die Bewerbung der 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 Wie schnell ist denn der unterwegs gewesen? Ich mache jetzt dann auch gleich Spotify auf Pause. Wenn wir jetzt live Musik hören, dann ist alles gut. Dann sind das mal her. Dann spaien, dann spaien. Dann spaien, dann spaien. Vielen Dank. Vielen Dank. Tanz, Baby, tanz für mich. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Diesmal habe ich wirklich ein Taxi bestellt. Habe ich mir gedacht. Wo darf es hingehen? Zum Tiki Lala. Zum Tiki, alles klar. Sie wollen sich die Fritten angucken? Es ist mir jetzt schon viermal oder so empfohlen worden. Jetzt muss ich es mir jetzt hier angucken. Ja, jetzt haben Sie keine andere Wahl. Das stimmt wohl. Ja, ich bin heute auf Rundreise gewesen. Ich bin heute hier angekommen und ich bin schon ein paar Mal hier rumgefahren. Und ein Busfahrer hat gesagt, der schaut es sich an. Ich muss es mir auch anschauen. Dann die von Just Ride hat gesagt, ich muss es mir anschauen. Und einer von den Taxifahrern hat gesagt, ich muss es mir anschauen. Okay. Jetzt muss ich es mir anschauen. Ja, jetzt haben Sie keine andere Wahl. Richtig. Das stimmt wohl. Genau. Haben Sie den anderen Fahrer da noch gefunden, oder Fahrgast? Ja, nö. Die haben dann angerufen und haben abgesagt. Okay. Passiert. So aufrecht dann. Ja, früher wäre es schöner gewesen, aber naja. Wenigstens haben Sie Bescheid gesagt. Ja, sonst wären Sie wahrscheinlich immer noch da unten rumfahren. Sonst wäre ich immer noch im Kreis gefahren, klar. Ja, also ich bin halt einmal in der Southside gewesen, habe da die Sozialwohnung gleich gekündigt, die ich angetrefft bekommen habe. Und das haben wir Ihnen ja geraten. Ja, genau. Dann bin ich ja jetzt nach Westpotsch jetzt hier. Und ja, das ist ja auch schon. Genau, das hat schon gepasst. Die Wohnung ist echt schick, muss ich sagen. Ja, ist es auch. Also vor allem, sie reicht für den Anfang, reicht es vollkommen. Und besonders, ich habe da unten am Strand schon gesehen, kann man eigentlich nur rausgehen und gleich joggen gehen und so. Das macht dann, das ist schon gut für. Also da geht mein Sportlerherz auf. Ja, das ist ja das Schöne. Oh, da sind meine Kollegen. So, dann lasse ich Sie hier mal raus, was? Genau, Siebe, oh Gott, ich muss zum ATM. Wenn Sie warten, bleiben Sie sitzen, ich fahre mal ein Stück. Okay. Weil hier auf dieser wunderschönen rechten Seite ist ein ATM. Oh, wie praktisch. Ja, ich komme gleich wieder. Ja, alles klar. So, wie viel bekommen Sie? Äh, 16 bitte. 16, gut. So. Passt schon so. Dankeschön. Dann viel Spaß. Danke, Ihnen auch noch miteinander. Jo, tschüss. Hi, ho. Ah, da bist du ja. Ja, sorry, ich habe vollkommen verplant. Ich bin in die Wohnung kurz, weil ich was abgeliefert habe. Und dann habe ich gedacht, gucke ich noch kurz meine Unterlagen drüber. Und dann rufst du an und ich so, oh Gott, voll verpennt. Oh Gott, okay. Ja, ein bisschen verpeilt. Weil ich habe halt kein Schläfchen gehabt zwischendurch. Okay, du bist halt schon ein bisschen länger unterwegs, was? Ja, jetzt knappe sechs Stunden halt. Boah. Ja, und dann noch der fünf Stunden Flug davor. Das heißt, ich bin knappe zehn Stunden jetzt unterwegs. Wenn du jetzt knappe sechs Stunden unterwegs bist, oder das fünf Stunden Flug, da rechne nochmal nach. Ja, ja. Das sind nicht nur zehn Stunden. Ja, elf, fast. Elf, fast zwölf Stunden. Ja, irgendwie sowas. Aber ich habe wenigstens ausgeschlafen, bis um eins zu rum, und dann nehme ich erst einen Flughafen. Na, wenigstens etwas. Ja. So, wie viel zu essen, zu trinken hast du dabei? Wir dürfen nämlich gar nichts mitnehmen, habe ich gerade erfahren. Willst du noch einen Salat mit Hähnchen streifen? Ich habe noch zwei Fischbrötchen. Oh Gott, dann zwei. Und fünf Flaschen Wasser. Oh, zwei, oh Gott. Ja. Was hast du denn eigentlich gemacht, weil du gesagt hast, das bist du gewohnt? Äh, das ist, äh, robustere Sachen gewohnt? Ich war bei den Marines. Da muss man schon ein bisschen robuster sein. Ja, ich war Football-Spieler, ich war auch robust, aber zwar nicht so robust wie du, aber... Na, da liegen doch Wissen dazwischen. Ja klar, aber ich muss auch einstecken können. Das ist wichtig. Das ist so ein Bild, wo man eigentlich immer sieht. Ja, genau. Und einer von denen war ich. Ja, aber meine Verletzung habe ich mir im Training zugezogen, das war halt bitter. Aber passiert. Das war ohne Fremdeinwirkung einfach mal ein Muskelfaser, das passiert halt mal. Na gut, wenn du dich anstrengst, dann kann es schon sein, dass du Probleme bekommst. Wenn du überlegst, hier, äh, wir haben viermal die Woche trainiert und einmal gespielt, das ist halt Dauerstress quasi für den Körper. Ja, klar. Guter Unterschied, dass wir werden darauf trainiert, auf Dauerstress. Ja, ja. Das ist ja quasi bei mir dasselbe, dass ich dann auch dann mal raus kann und sowas. Ja, gut, aber du musst auch unter Stresskörper stehen. Und bei dir ist es halt ein anderer Stress. Bei dir ist es ein eher seelischer Stress. Ja, ja. Ja, genau. Wollen wir reingehen? Ja, ich bin so weit. Warte mal. Da gehst du jetzt gleich erstmal rein und dann gehst du gleich aufs Klo. Ja, da muss ich gleich auf jeden Fall pullern. Das war ja noch langsamer. Ich hab, ähm, gehört, dass wir, äh, gut mit, äh, ach Gott, äh. Im Fund House gibt's anscheinend gerade eine Aktion. Das ist da, boah, das ist so ein näher Stadtpark irgendwo. Ähm, dass wenn man da einkauft, dass man 10% oder sowas bekommt. Wenn man Klamotten oder sowas haben will. Ich weiß nicht wie die Auswahl da ist, aber ich hab auf jeden Fall eine Visitenkarte bekommen. Okay. Von dem hab ich, also von einem Mitarbeiter, oder, ich glaub es ist ein Mitarbeiter, hab ich das Fahrrad abgekauft. Aha, okay. Wer weiß nicht, wo du's her hast? Ne, ich, ich hab's von, von, also, ich bin zu Just Rides gefahren. Das ist da hier auch in der Nähe. Hier, ähm, mit dem Bus bin ich gefahren. Und dann hat, äh, hat er gesagt, hier oben Just Rides kannst du ja Räder kaufen. Und ich so, ja, okay. Bin dann halt so nach hoch. Und dann sagt die ja, hier, die hat halt grad nicht so viel Auswahl. Aber das Schwarze, was hier steht, äh, gehört einem Freund von ihr. Der will das gebraucht grad verkaufen. Äh, wir können hier mal zum Fund House fahren und dann kannst du mit ihm handeln. Und dann sind wir runter ins Fund House. Ja. Genau. Dann hab ich mit ihm quasi gehandelt. Und dann hat er, äh, dann hat sie mir noch ne Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und sie hat gesagt, sie soll auch hierher kommen. Also hier zum Tickilala oder was? Ja. Der Busfahrer hat's auch gesagt und ein anderer Taxifahrer hat's auch gesagt. Also muss ich quasi hierher. Wieso wollen ein guter Laden sein? Steht ihr an oder guckt ihr bloß doof? Wir stehen an. Wir stehen an. Okay. Man darf doch abstill halten. Ja. Das ist eine Diskretion. Dankeschön. Ich war auch noch im Krankenhaus und hab da eine Akte anlegen lassen. Weil das müssen wir auch machen. Mit Vorverletzungen, Allergien und so weiter und so fort. Wenn du Medikamente nicht verträgst. Okay. Kennst du ja wahrscheinlich auch von der Army oder von Marines. Ja, klar. Kenn ich. Hab ich aber nicht mehr dran gedacht. Man... Ja, zu... Ich bin vorhin in der City Hall eben gewesen auch. Und dann... Es da gegenüber ist da dieses Krankenhaus. Und dann hab ich mir gedacht, fahr ich da gleich vorbei. Ja, okay. Ja, ich hab schon eine kleine Rundreise gemacht heute. Geh du zuerst. Okay. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Schönen guten Abend alle zusammen. Sollten sie Essen und Trinken haben, würde ich sie bitten, das vorher wegzubringen. Ansonsten müssten wir sie gleich alle einmal durchsuchen. Und auch in die Brieftaschen einmal schauen. Hoffentlich hab ich nicht die Hosentasche mit dem Loch heute an. Mal tiefgreifen, aber. Ja, ja. Dann lauf der nächste her zu meinem Kollegen an die Bank hin. Na gut. Wunderschönen guten Abend. Und irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände bei sich an, denen ich mich verletzen werde. Ja. Bei euch auch. Das hört sich doch gut an. Ja, das passt auch bei Ihnen. Müsste ich einmal kurz in die Brieftasche schauen. Wäre super, wenn sie mir die einmal kurz aushändigen. Ja, das ist kein Problem. Direkte hinter der Tasche können sie ruhig rausziehen. Ey. Passt soweit. Dann dürfen sie einmal die Hände runternehmen. Und dann kriegen sie auch ihren Geldbeutel zurück. Bitteschön. Dankeschön. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Ihnen auch. Dann darf sich der erste zu meinen Kollegen gesellen. So. Bin gespannt. Ich auch. Okay. Ich habe heute schon mehrere Leute heute gesehen mit den ganzen Polis hier. Und die Polis sind komisch. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwas gelesen von heiße Fritten. Ich glaube, das ist so eine Band, die heute hier auftritt. Eine Band, die heute hier auftritt? Ja, hier ist Live auftritt heute. Was steht denn das? Was steht denn das? Es steht auf Venture, wenn du... Oh, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Warte, auf dieses Live-Ding. Und dann ganz oben. Guck. Die heißen Fritten. Live. 21 Uhr eintritt frei. Wahnsinn. Ah. Der Rest ist da für das. 22. 22 Uhr eintritt frei. Okay. Interesting. Es soll ja auch Leute geben, die Ravioli aus der Dose einfach so kalt essen. Ja, komm. Boah, ich glaube, als wir mal sagen, äh... Ja, komm. Die kotzt du wieder raus, weißt du? Na gut, die kotzt man auch so raus eigentlich immer. So, ich werde mir mal ein Bierchen holen. Hast du auch eins? Oh ja, ja. Klingt gut. Okay. Bötsch. Bis man hier mal rumgelaufen ist. Opa, jetzt mach mal eine Anzahl. Weiß ich aber nicht, wo die Schlange hier beginnt. Ja. Achso, jeder steht hier an. Achso, hier steht gar nicht an. Okay. Dann wäre das geil, ne? So als Moderator. Bitteschön. Ich danke dir. Da ist der Fritten-Fan. Ja, weil keiner andere kann. Die eine steht da oben. Die sind ja jetzt schon alle Fritten-Fans. Und Josh kann nicht. Und sonst hab ich niemanden gerade. Hm. Ja. 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 Ich muss auch weiter. Das war schon cool. Ja, viel Spaß euch. Hallo. Einen wunderschönen. Was kann ich für euch tun? Zwei Bierchen, bitte. Was habt ihr denn für Bier da? Eigene Baden haben wir heute da, ist wahr? Wir hätten das Logger, wir hätten Sevilla oder wir hätten auch das Business-Rassort. Okay, das kommt für dich. Dankeschön. Ich nehm dann noch lieber das Logger. Was willst du? Dann? Ich nehm's selber. Okay. Zwei Logger. Alles klar, komm sofort. Danke dir. Danke dir. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke. Mach dir die Männer. Mach dir die Männer. Warum frage ich eigentlich? So. Das wäre dann 10 Dollar pro Fest. 10 Dollar. 10 Dollar. Geil Neuer. Guck mal, da stehen zwei, die wir wichsen können. Hi. Dankeschön. Dann lasst euch schmecken. Dankeschön. Ja, cheers Larry. Hast du gleich mitgezogen? Prost. Ja, warte. Dankeschön. Ich hab schon bezahlt. Ich glaub, der ist nicht so ein Fritten-Fan. Hier sind halt so viele Leute, das ist... Guten Tag. Hab ich nicht erwartet. Ja, drei Bierchen bitte. Ja, Hallöchen. Dachte, wann geht's denn jetzt los? Oh ja, warte kurz. Eigentlich halt. Große. Na dann. Dankeschön und zum Wohl. Alles gut bei dir. Zum Wohl. Ja, klar, man lebt ja, wa? Ja. Ja, auf jeden. Dank dir. Was kriegst du denn? Ich hab was noch nie brauchen. Ja, Michael, du bist fürs Bezahlen zuständig, hab ich gehört. Na klar. Hast du gehört? 30. Ja, kriegste. Ja, alright. Grüß dich, Michael. Was läuft heut, Bruder? 21 Uhr, 21.30 Uhr, ja. Die Lucky-Verspätung halt. Grüß dich. Ja, hey. Grüß euch. Was wüsst du da auch nicht so? So, wie viel geht's? 30, was? Grüße. Ja, grüß dich. Alles klar, ja? Ja, komm mal am besten mal nach vorne da. Wie geht's denn los? Wo bleibt die Pommes? Wo bleibt die Pommes? Wo bleibt die Pommes? Ähm. Ja, einmal von Schwiegerei aber lohnen würde ich sagen. Ja, einmal von Schwiegerei aber lohnen würde ich sagen. Servus. Also, ich bin mal Reiz noch. Äh. Ich... Nehm zwei mit. Was habt ihr zuerst hier? Hey, ich mach auch mit. Ja, wo ist denn Jack hin? Haben wir schon mal warm? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist der direkt mal pissen gegangen, so. Warum? Ich mach das mal. Ähm. Ich nehm zweimal das Falter. Also, zwei mit und zweimal das... Wohlschoko-Ding da. Das ist auch ein Bier, Bruder. Genau. Ja. Also, die Pommes steht schon bereit, wenn ich das richtig sehe. Du könntest haben Sorgen, wie hab ich gehört. Nein. Ja, da vorne hat's dir schon eine angeboten, ja. Ja, da denn. Cheers. Ja, cheers. Jack, cheers. Also, ich hab halt schon eine lange Liste abgearbeitet, wie du mir gemerkt hast, aber... Umso mehr, dass ich vorarbeite, umso besser... Hey, T. Ich hab' mich mal freundlicherweise gesagt, wenn die was brauchen, sollen die mich anrufen, damit du hier oben vernünftig haben kannst. Weißt du, was ist denn hier los, ey? Ähm... Ne, äh... Unten. Ja, dass die mich dann anrufen, dass ich dann Bescheid gebe, dass du hier vernünftig machen kannst. Ah. Ja. Ja. Lange her, dass man, wie gesagt, im Endspiel. Oh, danke. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht gleich mal rausgehst, ob dir das zu viel ist, dass du dann wirklich den Sicherheitsleuten sagst, jetzt ist Feierabend. Oh, interessant, ne? Oh, interessant, ne? Oh, natürlich, was wir haben nicht. Wir haben nicht eine Pizza. Wir müssen wieder versorgen. Wir haben jetzt schon... Und eine Pizza. Ja, pass auf, ich geh jetzt noch mal raus. Ja, das ist auch so, aber... Die sind nicht so gut. Schau mal mal, was steckt hier gerade. Oh, okay. Je nachdem stellen wir noch was auf die Bühne. Ich mein, gestern haben wir auch für Wurme, für Programm gesungen. Nein. Da haben wir unser Talent bewiesen. Ja, das ist richtig. Ihr wart gestern schon hier. Ne, wir waren gestern im Opis. Da war Open Mic Day so. Keine Ahnung, der Abend, der war so. Das war alles ziemlich schnarchig so. Aber es ist nicht die Stimmung, als wir da gewesen sind. Und wir wollten dann nur so zwei, drei Böcher sich dann wieder an, dass wir dann gehen wollten. Da kamen direkt die Besitzer und die Bahnkräfte und so, ihr könnt auch jetzt noch nicht gehen. So habe ich gesagt, ja gut, also für noch eine Runde frei. Wir bleiben auf jeden Fall noch mal da kurz. Banu Groschen. Oh, weh auch nicht ab. Stopp, stopp. Hör auf. Gestanden mit fünf Mann Tornado auf der Bühne gezogen. Die Menge hat getobt, sage ich euch. Hat er mir auch schon gesagt? War aber nicht so ein Ritual wie letztens im Alley. Sieht vor uns, wie immer. Nee, so jetzt nicht. Meinst du, wir müssen gleich trinken, um das zu ertragen? Ja, wie gesagt, Ruizanus ist auch da, ne? Ich weiß noch nicht, ob mein Herr und Meisternärer auch noch auf. Ich hoffe, es wird versuch, mir Dämonen auszutreiben oder so. Achso, da war ich nicht da, ja, ja, okay. Wer ist wohl mein Herr und Meisternärer? Wird nicht festhalten. Das ist mal eine von den Wiedertreffen. Guckt ihr noch ein Stück Seele vom Übrigen. Warte, ich mach dann einfach so. Wird auf jeden Fall witzig. Oder du musst mich mitschleifen. Hättest du gedacht, dass es so faul wird? Ja. Ich schon. Das sieht komisch aus, ja? Bola! Äh, drei Tequila. Ein bisschen rüber. Perfekt. Hätt ich am besten fest, ich will das riesige Sekunde nicht eingeben. Kommt eure Herrschaften auch noch, oder? Oder ne? Brianna, ich will ein Kind von dir! Wie ist das, sag ich doch, Brianna trägt kein Pommes-Pullover. Na toll. Scheint los. Oh! Ist das andere davor, denn nur du bist gewesen, oder was? Die extreme Fanbase, oder was? Ich glaub, da ist noch ein Fanclub dabei. Das hat die Besten. Okay. Ich weiß nicht, ob man die hört. Oh Gott. Ich hab mein Herz gemacht. Ich glaub, wir müssen runter. Es lebe die Pommes! Es lebe die Pommes! Hey! Hast du? Hallo! Es lebe die Pommes! Es lebe die Pommes! Es lebe die Pommes! Es lebe die Pommes! Alles gut, ich bin da. Es lebe die Pommes! Pommes! Einen wunderschönen guten Abend Los Santos! Wir sind die heißen Fritten und wir sind zu euch gekommen, um euch den Weg zu Rock'n'Roll zu zeigen. Are you ready? Ja! Ja! Are you ready? Ja! Es lebe die Pommes! Können wir noch kurz warten! Pommes! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es geht nicht so schlimm, mag ich nicht. Man sollte sagen, wir sind eine Lektive. Ich kriege die Ich kriege die Freit, freit Wolf, somewhere in the distance You know that the last pinkies are mine Somewhere in the distance Ich kriege die How dare you be so bold Despite the love we found Also ich muss sagen, mir sind es nicht schlecht, ne? Das weinst du direkt? Ja, es hat geliebt, ne? Oh, some parentage dance, they got to dance. Sorry, das ist ein bisschen reinkt. Oh, some parentage dance, that's me. Oh, oh. Erste, der, der halt ich. Ich hör's, 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 ich hör's. Ich weiß nicht, dass ich das nicht mehr verabschiede bin. Ich weiß nicht, dass ich schon wieder verabschiede. Das ist schon so gut. Es ist schwer, dass ihr den richtigen Augenblick abpassen und dann die Trianne zu spielen. Vielen lieben Dank, Dekilala. Sani, du klapst. Ihr seid mega, mega gut drauf. Wie gefällt es euch bisher, Dekilala? Lasst mal was hören. Wow. Ihr rockt. Ich kann euch nicht hören, Dekilala, lauter. Oh Gott. All right. Gut. Das nächste Lied bedarf einer künstlerischen Meisterleistung. Diese künstlerische Meisterleistung nennt sich Timing. Das Problem daran ist folgendes. Keiner von uns hat Taktgefühl oder Timing und ja, wir versuchen jetzt auf Glück gleichzeitig einzustellen. Wir schaffen das. Wir sind guter Dinge. Helft ihr uns dabei? Nein. Na klar. Immer. Ihr müsst mit uns einzählen. Wir zählen. Eins, zwei, drei, vier. Schaffen wir das? Vielleicht. Nein. Ich bin zwei für den ersten. Wir schaffen das bestimmt. Okay. Okay. Zählt einfach mit. Also. Jetzt. Einen, zwei, zwei, drei. Zwei. Vier. Zehn. Wir haben wirkriegen. Das war's. Ich will hier leider die Schöne sein zu. Was ist mir noch 5 von den 0? Was ist mir noch 5 von den 0? Mehr 1. Ist hier in der Reihe jeden 30 Jahren. Ich weiß nicht. Du bist voll gut da. Ich kann dich jetzt auch nicht so gerne. Das ist ein Fütergericht. Ja, das ist ein Fütergericht. Ja, das ist ein Fütergericht. Ja, das ist ein Fütergericht. Bei der Junge. Ja, das ist ein Fütergericht. Das ist ein Fütergericht. Ja, da bitte. Danke. Hallo. Heißt du, ich halte die Lappen. Gleich. Danke. Danke. Ich war so vertieft in der Musik, ich habe gar nicht gut bekommen, dass du weg warst. Aber die sind nicht schlecht, finde ich. Die sind echt unbekommen. Das hat auch viel mehr Potenzial. Ja, das ist echt gut. Dankeschön. Das ist ein guter Gewicht aus, oder? Ja, zum Wohl. Danke dir. Okay. Es geht definitiv gut. Für mich persönlich die Welt sehe ich gut. Magst du mal auch mal in den Schatten? Dann hast du auch was zu essen da. Was ist denn Projotto? Vielen Dank. Ihr seid der Oberhammer. Dankeschön. Das freut uns natürlich. Ich glaube, jetzt ist gerade der passende Zeitpunkt, ein bisschen die Band näher vorzustellen. Zu meiner rechten, zu eurer linken Brianna an der Bassgitarre. Applaus für Brianna! Auszüllen! Zu meiner linken ganz drüben und zu eurer rechten an der E-Gitarre. Und so. Jeffrey Oliver Bordeaux. Oh was? Oh was? Und am Schlagzeug, und wir müssen uns wirklich beim Schlagzeug, der bekommt jetzt besonders Applaus, bitte. Weil der Schlagzeuger hat uns heute ja ein bisschen den Arsch gerettet. Es ist nämlich so, dass unser eigentlicher Schlagzeuger aus familiären, tragischen Gründen leider nicht anwesend sein kann. Aber er hat den da hinten eingeschult, eingeprügelt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ja, er hat mit Sticks auf ihn eingeprügelt, dass er das passende Timing hat. Heute für Jaden Crest an den Jumps Viktor Faber. Ausziehen! Und wie ihr merkt, wir machen ja auch ein bisschen Gesellschaftskritik, wie vorher ein bisschen den ganzen Scheiß-Kapitalismus ein bisschen kritisieren, wo vielleicht manche da oben glauben, sie können auch hier unten scheißen, und das ist vielleicht nicht ganz so cool. Das nächste Lied sorgt, wie soll ich es sagen, ich will dafür sorgen im nächsten Lied, dass die Leute ein bisschen weniger anfangen, sich zu hassen, aber es verkörpert genau das. Es verkörpert genau den Hass, den die Menschen immer fühlen, und ihr könnt eure ganze Wut bei diesen Folgen so raushebbergen. Er startet sehr ruhig, aber glaubt mir, er wird sehr heftig. Jeffrey, das ist dein Augenblick. Wie geil, das ist mir der Bastel-Tröte. Hi. Ja, durch die Hose. das ist mir der Bastel-Tröte. Aber das ist mir der Bastel-Tröte. People die, and children cry Tell me, my friend Will we stand? When will this war Come to an end? Tell me why we make something right Die nächste Zahl ich, habe ich gesagt Tell me why we must sometimes fight Tell me why so many people had to die Hi, hi, noch mal, es ist wohl locker Ja, war Ob man eigentlich eben kaum was zu futtern Ich habe gehört, dass die irgendwie was zu futtern Ich glaube, ich habe auch was gehört Also in den Zufall, ich lasse zu futtern hier Ja, wir hätten Pizzaecke Einmal Margherita oder Broschutto Oh, Broschutto hört sich besser an Nur für dich oder für Leute? Weiß nicht, ob du auch was willst Ich erstmal nicht Okay, bringe ich dir noch kurz, Moment Jawohl Who I cannot understand Perfekt, ich danke So, dann bekomme ich von dir 10 und von dir 18 Dollar, bitte Nee, von mir bekommst du Alles zusammen? Ach, das war's Ja, danke schön Ja, danke schön Ja, fast schon, fast schon Vielen Dank Das wird schmecken und viel Spaß noch Danke Gehen wir hier hin, oder? Ja Ja Zum Wohle Zum Wohle Ich muss jetzt kurz versuchen, wie er nochmal heißt It will never be a safe Like it was Before it all began Ah Tell me why Tell me why We make something right Tell me why We must have to fight Tell me why So many people had to die Tell me why I cannot cry With the bullet In my head Western life Western life In my chest Western life In my head Western life I cannot understand I cannot understand Look at that Oh my God The time has come Take that Take that Take that Take that Take that Take that The time to Run Das war's. 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 Ich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich finde sie halt echt gut. Ich bin ein Korn, in der Mitte der Taco Bell. Ich bin da falsch, und wusste ich kein Chilli-Bag. Ich bin ein Schweiß und fragte, was ich kann? Und wusste ich, dass ich kein Hilfe, kein Brat von dir. Sound of the Cuts, Beep in my nuts, Father of Fats, Throw me apart, You feet. Tacko. Ja. Der Bleu war so kind I was shaking in the bone Could I come again? Der Senor was too kind You'd be Tacos Rack Tacos Rack Ay, ay, ay Tacos Rack Arriba Tacos Rack Vamos Vamos Come over your chicken as a bone Come in all of them here Also das Lied hier, das soll über Tacos gehen und dem nachfolgen. Über Tacos? Hä, wie kommen die jetzt von Fritten zu Tacos? Ja, weil sie nicht nur auf Fritten stehen, sondern auch auf Tacos. Okay, das kann ich schon eher verstehen. Fritten, naja, aber Tacos, okay. Bei Burritos gehe ich auch noch mit Kontrollen. Okay, ja. Hier noch wieder? Definitiv. So ein Döner, der hier drauf ist. Ich habe vorhin tatsächlich keinen essen können, ne? Ich habe dir alle Hände voll zu tun mit meinem Koffer, weil der schon ziemlich, ja, vollgepackt war. Okay. Aber am Stadtpark ist anscheinend der Kiosk. Vielleicht ist er sogar noch offen. Ja, am Stadtpark ist er. Ich habe nämlich einen Taxifahrt gehabt, da war eine Klöner-Mitarbeiterin dabei. Willkommen nochmal? Ja, ich bin vorhin aus dem Flughafen raus und habe mich direkt mit der Mitarbeiterin angesprochen. Ja, ja. So bin ich nicht mehr zu dem Typen in dem Wohnen umgekommen. Ja, der, ähm, ich habe eine Taxifahrt gehabt und er ist eine Mitarbeiterin als Beifahrter dabei gewesen. Auch witzig, dass die Beifahrterin noch immer mit dem Dönerladen. Ja, ja, die gehört zum Inventar, das passt schon so. Hat der Taxifahrter gemeint. Wir lieben Essen. Wir lieben Essen, unglaublich. Es war, ich habe gerade vorhin draußen ein wunderspares Gespräch geführt über mexikanisches Wrestling, also über Lucha Libre. Und da hat er mir erklärt, der war früher ein Wrestler. Und das ist irgendwie, habe ich dann so nachgedacht, irgendwie total passend, weil wir haben zufälligerweise ein Lied über Lucha Libre Wrestling geschrieben. Über, über die Liebesgeschichte eines Wrestlers, der eine Frau liebt, der aber, aber, der aber einen anderen Wrestler liebt. Und sie müssen sich bekämpfen und der Sieger, der Sieger gewinnt das Herz der Frau. Also wie im echten Leben. Wie im echten Leben, der Sieger erhält das Herz der Frau. Vielleicht gibt es einen kleinen Blottwist und ich entschuldige mich für mein schlechtes Spanisch. Ich hatte ein paar Klassen in der Schule und habe dann mal so die Grundsteine des Songs geschrieben. Und ich entschuldige mich vorhin, falls etwas nicht ganz richtig ausgesprochen wird. Aber wir, wir zelebrieren das Lucha Libre jetzt gemeinsam. Also, Jeffrey, gib mir, gib mir ein A. Das ist die Geschichte über einen Mann. Born in the deep south of Mexico City. As his mother was giving birth to him. She already knew, she wasn't giving birth to a man, but to a legend. With a mustache, as big as I never saw one before. He grew up between love and a Lucha Libre. Oh, thank you. The world never knew his real identity. But the whole world will remember the legend of El Superfisto. Ephesians 2 ysradio.com sensors are some of the place for each family. And old arena, and Mexico, Ja. Bitte? Das ist so schnell, das ist so laut. Okay. Naja, mein Spahn ist so schlecht als seins. Ich weiß nicht, warum er sich entschuldigt. Er hört sich zumindest flüssig an, sag ich mal. Ja. Wahrscheinlich flüssiger als seins. Ja. Kommt vielleicht auch vom Taco, dass es so flüssig ist. Ach meinst du, wenn wir so ein Taco essen können, auch plötzlich spaßig oder was? Ja, kann gut sein. Kann ich mir gut vorstellen. Mal probieren könnte man. Ja. 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 Nee. Ja. Fue su asesino Hey, Superbisto El fuego atenti Hey, Superbisto Luchas por la mujer Que amas Hey, Superbisto Fight! Luchas por la mujer 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 wie es da aussieht, mit dem Praktikum, damit ich mir das zumindest mal angucken kann. Ich bin doch ein bisschen unterwegs heute sehen. Na gut, ich das schaffe wahrscheinlich sehr viel auf Aktenarbeit. Ja, denke ich auch, aber bei Staatsanwaltschaft ist man anscheinend ziemlich viel unterwegs und hat auch hier Zeugen gefragt und sowas. Das heißt, nicht nur rein Akten. Okay, danach wird uns entflammlich. Echt das? Ah, Staatsanwaltschaft, es sucht sogar gerade, ne? Nee, 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 nicht Staatsanwaltschaft. Ah, bitte. Rechts. Man kann sich theoretisch abgleich bewerben. Ich habe schon nachgefragt. Man muss nicht mal hier, ähm, was heißt es mehr? Man muss auch keinen Führerschnitt haben, aber man muss sich halt bemühen, dass man einen bekommt. Ja, das ist das kleinste Problem. Ja, also bitte, ich kann hier nicht ständig in den Rad rumfahren. Ja, ich muss immer wieder sagen, fertig machen. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich habe ein bisschen in die Akte geguckt, das ist von mir. Und so lange Lebenslauf und sowas rausgeholt. Und habe schon ein bisschen was zusammengestritten. Na gut, deswegen war das ich nicht bei heute Abend noch mal ein bisschen in den Rad. Mhm. Also, und, äh, genau, zu mir haben sie gesagt, ganz wichtig als Tipp, äh, Lebenslauf mit dranhängen, sonst wirst du gleich abgelehnt. Also gleich mit Lebenslauf. Komplett anschreiben und Lebenslauf. Da hat er zu mir gesagt, ich habe diese Info-Hotline angerufen. Willst du deine Nummer davon? Äh, das ist dreimal die neuen, die habe ich schon bekommen. Genau, die habe ich, äh, die habe ich online raus, also über den Venture rausgefunden, über die Sites. Hm, okay, ja gut, ich habe den direkt bekommen, ich habe hier, ähm, DOL, Downtown, Cap, LS, Taxi, äh, MD, MD Info, PD Info, PD und SD. Okay, ich habe da nicht so viele, aber. Die zweite, die, die zweiten heißen, äh, ich kann dir von, äh, von Dings von Führerscheinstelle, kann ich dir nochmal mal sagen. Von der Führerscheinstelle? Ja. Ja. Also es ist 11-8-3-3. Nee, Fahrschule, ne? Äh, Fahrschule, oh Gott, keine Ahnung wie die heißt. Ich habe Fahrschule eingegeben und dann habe ich das gefunden. Ja. 11-8-3-3. Ja. Und von Just Right, da wo du den Fahrrad holen kannst, willst du auch? Äh, ja. 1-8-3-3-3. Äh, ja. SD 76. 7-6. 7-6. 7-6. 7-6. Wow, hat Prinz zu Recht gesagt? 3-3-4-6. Entschuldigung. Willst du mich wohl flachsen, oder? Ja. 7-6. Ja. Okay, dann rufe ich dann morgen mal an. Wuhu! Das war... Wuhu! 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 Das war echt richtig. Wäre halt schon witzig, wenn wir dann beide Bewerbungen schicken und dann, falls wir beide genommen werden, so dann gleichsätt ich mal anfangen soll. Ja, das wäre was. Zumindest kennt ich da niemanden. Aber es ist ja allgemein hier. Neu entfangen. Stell dir vor, jetzt, Rosie und so wollen auch hin. Rosie wollen auch hin. Nee, nee, stell sie euch vor und dann sind wir alle, die hier dastanden, auf einmal da drinnen. Das wäre schon definitiv witzig, oder? Das wäre definitiv witzig, ja. Nee, nee, ich habe auch drei Monate, habe ich quasi, ähm, 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 ja, sagen wir PD-ähnlich gearbeitet. Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Was soll ich sagen? Na gut, ich war acht Jahre bei den Marines. Ja, natürlich, aber ich habe bei den United States Capital Police, habe ich, ähm, quasi angefangen. Drei Monate, die Grundausbildung habe ich abgeschlossen. Nur, was sind das ja, das waren lauter... Okay, wir kommen klar. Wir müssen da einmal kurz durch. Entschuldigung. Na, könntest du ruhig durch. Äh, ja, äh, ich war da dort bei den, äh, United States Capital Police, wie gesagt. Bin Grundausbildung durch. Nur dann, wie es ins Intensiv getrennt gegangen ist, hier mit, äh, Geiseln und so Zeug. Äh, die Ausbilder, naja, du bist ja nur hier, weil du der Quoten-Schwarze bist und so. Darf dich mal anhören. Ich hasse solche Aussagen. Und dann habe ich halt keinen Bock mehr gehabt, ne. Und dagegen vorgehen kannst du auch nicht, weil der Vorgesetzte dann so, nö, nö, sowas würden meine Ausbilder nie sagen und so. Ja, dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr gleich, habe alles stehen liegen lassen. Habe gesagt, glaub, tschau. Und bin dann halt, naja, habe dann mein, statt meinem, äh, hier, Police-Officer-Zeug, habe ich da, bin ich dann komplett interessiert gegen die Gang. Und bin dann den Dr. Judas eingegangen. Aber, äh, ja, die ja auch gut war es jetzt, ne. Äh, ich würde sagen, ich muss, äh, hier raus. Würde ich sagen, wir gehen, oder? Ja, genau. Okay. Einen schönen Abend. Weil, eine geile Stimmung. Schönen Abend hier. Haben dich schaffen, dass wir die Gegenstände dabei sind? Okay. Ja. Ja? Ich ruf mal an, kurz. Hä? Soll wir sein Klopp-Klopp schauen, dein Handy? Achso, warte, ich mach hier gleich. Äh, jetzt können wir gleich ein, ähm, willst du über den Stadtpark und dann, oder willst du? Wir können auch zuerst über den Stadtpark ran. Ein Wunderschön, wir brauchen ein Taxi zum Tickilala. Ja, alles klar. Bis gleich, ciao. Wir können auch zuerst über den Stadtpark fahren, ja? Ja, und eventuell einen Döner oder so holen. Wenn die noch aufhören. Ja, hätte ich jetzt voll Lust drauf. Auch zum Stadtpark, Döner holen, oder dann fahr ich nach Hause. Hat welche hast du angerufen, eigentlich? Die 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder die anderen? Äh, 3, 2, 2, 4, 6, 9. Achso. Ja, ich hab die anderen nicht. Ich hab nur die 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, das ist alles Taxi. Ich hab zwei Nummern bekommen. Einmal Downtown Cap und einmal ältes Taxi. Ey, frag mich nicht, ne? Die eine Beamtin, die war absolut verstrahlt bei mir. Die so redet wie eine Hexe? Oh ja. Ach, die hattest du. Oh ja. Ich bin zu Gleis 9,75 gerufen worden. Ach, du warst das? Nee, nicht zu Gleis 9,75. Quatsch mit Soße zu Stand 9,75. Ja, aber das war schon, ne? Dann hab ich nicht schlecht gewunden. Alle drehen sich hin. Ja, ich bin von der anderen aufgerufen worden. Dann hat sie mich immer her, oh Gott, wie hat sie mich genannt? Mitchell, Herr Mitchell. Herr Mitchell, wie ist denn Ihr Nachname? Hopkins. Herr Mitchell. Danke, Herr Mitchell. Wie ist Ihr Nachname? Was? Danke, Herr Mitchell, ne? Und dann schreibt sie Hopkins und dann buchstabieren Sie mal mit Hopkins und dann sage ich so, ja, hier, ich könnte Sie nach NATO-Alphabet, äh, buchstabieren. Ja, und dann sage ich, äh, sag ich halt so, ja, hier, äh, Romeo. Und dann so, hä, ich dachte, Sie heißen Patrick. Und dann, äh, 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 also, die, die war schon sehr anstrengend. Ich bin froh, dass man auf meinem Personalausweis der richtige Name draufsteht. Ja, wenigstens etwas. Äh, Patrick Romeo Mitchell Hopkins oder sowas. Hab ich schon gedacht, das steht drauf. Patrick Romeo Mitchell Hopkins, alles klar. Ja, das dachte ich wirklich, weil dieser Arbeitskollege anscheinend, der Kaffee gebracht hat, ich weiß nicht, der mit dem Pinken Hands, glaube ich, war das, der hat Mitchell geheißen mit Nachnamen und deswegen hat sie mich Mitchell die ganze Zeit genannt. Ah, da hast du hängen geblieben auf den anderen Namen. Ja, und dann hat sie irgendwann über Hopkins gesagt, ne, die ganze Zeit. Ich frag mich, der Nächste, der aufgerufen worden ist, ob der die ganze Zeit Hopkins genannt worden ist. Wahrscheinlich. Das hat mich schon interessiert. Die, die war, die war gut. Ich glaube, das Beste daran war, eher an Stand 9,75 gerufen zu werden. Ja, glaube ich auch. Hey, jeder träumt mal davon, auf Rockport zu kommen. Ja, das stimmt. Oder, ähm, na, gerade habe ich es noch gehabt. Hier von, von Percy Jackson. Das ist das Camp. Ah, ja, 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 ja. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich weiß gerade auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ist quasi dasselbe. Mit drei Autos. Ja, ja, quasi. Aber auch mit drei Autos. Ja, du hättest wahrscheinlich auch viel Zeit zu lesen, oder? Immer. So, zwischendrin. Ja, gut, zwischendrin, ne, weil man keinen Dienst hatte in dem Moment. Ja. Ich habe auch ein bisschen was gelesen, aber auch viel mit meiner Familie telefoniert. Was denn? Ach, das, das, ich, ja, ich, 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 ich habe, glaube ich, Geister gesehen. Dieses Auto, was gerade vorbeigefahren ist. Achso. Ähm. Ich glaube, da kommt unser, unser Taxi. Alles klar. Warte, 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 warte. Aha, so trifft man sich wieder. Na, wunderschön. Hallo. Einmal zum Stadtpark, bitte. Einmal zum Stadtpark, ja, natürlich. Machen wir. Welche Seite? Zum ATM muss ich. Ja, zum ATM und dann schauen wir. Mhm. Ja. Mhm. Wie war jetzt die Nummer von hier? Von Danton? 322469 Das ist so korrekt. Ich bin recht gut im Zahlenmerken. 322469 Ich habe nur die Nummer von den anderen Tagsunternehmen gehabt, deswegen... Ah, ok. Ok. Habe ich zumindest jetzt auch beide. Mhm, dann ist ja gut. Okay. 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 Oh, okay. Bei mir, wenn ich die drei sieht, dann je nach unten klatsbe. Alles sankt und versucht zu verraten unter expresion. Ei, oh, gut. So. Einmal ein ATM. Dankeschön. Soll ich mal kurz Geld holen? Oder holst du? Hier rechts ist einer oder was? Ja, da rechts ist einer. Hinter dem Blumen-Dinger. Achso, ich sehe es. Ja, ich hol kurz. Alter, es wird so teuer. So, wie viel macht es? Das macht einmal 16,21 Dollar bitte. So, Dankeschön. Vielen lieben Dank und euch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Danke. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das Döner-Dings noch da ist. Ich habe es gerade zumindest gesehen. Okay. Ja, ich war am Handy vertieft. Habe ich schon gemerkt. Es ist so. Bin ich der Schnellste am Handy? Da drüben sind zwei Stände. Wenn ich es richtig gesehen habe, der linke, da ist eine Dönerrolle drauf. Guck mal. So ein Fleischspieß oder wie man die Dinger nennt. Ja, müssen wir mal gucken. Die wollten mir heute ja auch einen Tee anbieten umsonst. Also einen kostenlosen. Kostenlosen Tee? Ja, warum nicht? Ja, ich hatte wie gesagt, ich hatte halt die Hände voll zu tun und... ...und Koffer. Hätte aber auch nicht Nein gesagt. Sieht so aus, als hätte der Dönerladen zu. Na, schade. Hm. Ja, schade halt. Dann gibt es morgen Döner. Ja, oder bei mir die Tage halt. Schauen wir mal, wie es das ergibt. Ich bin noch am Stein gedreht. Nee. Ah. Kennst du das, wenn du so ein Steinchen im Schuh hast? Kenn ich. Richtig doof. Es soll einfach deinen Schuh ausschütteln. Ja, warte. Okay. 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 Aber schön, wie es Schmack ist auf dem Boden, ja? Ach, dieses blöde Ding. Ja, ja. Jetzt. Jetzt. Na guck, da ist der Kiesel rausgefallen. Ja, ja. Richtig doof. Dickelhaft. Hm. Deswegen immer Ruhe und Schuh tragen. Dann kommen die nicht so leicht dran, ne? Ja. Also ich meine jetzt nicht hier hochhacke ich. Ich meine Stiefel schaffen. Ja. Mhm. Red ruhig weiter. Also, kennst du diese halbe Meter Plateau-Schuh? Das ist geil. Also so unten schön. Wo du unten ein halbes Aquarium reintun kannst. Gottes Willen. Du wolltest, dass du dich weiterrede. Ich weiß, was du meinst. Ekelhaft, diese Schuhe, Mann. Wolltest, dass ich weiterrede? Dass man auf solchen Dingern überhaupt laufen kann. Ich hab's noch nicht probiert. Ich will's auch nicht wissen. Damals in der Schule, Grundschule und sowas, ne? Ja, diese Stelzen laufen. Ich hab da immer gnadenlos versagt, muss ich dir sagen. Deswegen verstehe ich da auch nicht solche Leute. Kennst du diese Clowns und sowas, die in Großstädten immer rumlaufen mit diesen Riesenstelzen? Verstehe ich nicht, wie die das machen. Keine Ahnung. Ich bin da echt fasziniert davon, muss ich so sagen. Vor allem auch noch so hoch. Wie kommt man denn da hoch? Und ohne Festhalten mit dem Ersten. Gehst du halt so, ja, ich weiß es nicht. Genauso wie diese Riesen, äh, so, so, diese riesigen Räder. Diese riesigen Räder? Ja, hier mit diesem riesigen Vorderrad, wo du hier schon zwei Meter hoch musst und dann kannst du erst in die Pedale oder so. Verstehst du, was ich meine? So ein riesiges Vorderrad, ein richtig kleines Hinterrad oder so. Oder beide Räder richtig groß. Wo du auf zwei Meter Höhe bist und dann tritt es. So. Ja, verstehe ich auch nicht. Nee. Ich schwöre, dass die Dame da links mit den grünen Haaren, die verfolgt mich. Warum? Ich war, ähm, ich war, warte, wo war ich da? Ich war in der City Hall, da ist sie mir entgegengekommen. Ähm, ich war im Pfandhaus, da war die auch. Und jetzt ist die hier. Ich sag mal, das ist eine solche auffällige Farbe, die gibt es wahrscheinlich hier nicht so oft. Hm. Fragst du mal, ob sie dich verfolgt? Nee. Dennoch verfolgt sie mich wirklich. Die hat auch so hohe Schuhe an, schau sie an. Ach Gott. Ja gut, das ist ja doch, äh, wählt man das. Ja. Das ist wie auf normalen Hochhacking schon zu laufen. Und Plateau. Vorne an der Spitze. Mhm. Hm. Na gut. Wollen wir nach Hause? Ja. Dann suchen wir mal meinen, meinen Taxifahrer des Vertrauens. Warte, der müsste hier... Deinen Taxifahrer des Vertrauens. Okay. Hab ich doch schon gesehen. Warte, dann muss ich gucken, ob er da ist. Hier ist er. Der holt sich, glaub ich, grad einen Kaffee oder so. Unmöglich. Vorhin bei der Haustür vorbeigekommen. Sagt so, haben sie ein Taxi gerufen? Sag ich, nee, hab ich nicht. Ich hab grad telefoniert, hier war auch keiner. Dann fährt er wieder. Und danach hab ich irgendwie eine halbe Stunde danach, wo ich hier zum Zagilalo hoch bin, hab ich ein Taxi gerufen. Fährt er wieder vorbei? Hast du ein Taxi gerufen? Ja, diesmal hab ich's wirklich gerufen. War gegen Gleiber, wo frei ist. Aber ich glaub, der stellt sich grad an. Ich sag's ihm dann gleich. Warte. Hallo. Hi. Flüchen. Holst du wahrscheinlich grad einen Haare Kaffee, oder? Ich versuche es, aber er hört nicht auf zu reden. Ja, ganz recht, ne? Ja, wir würden dann gleich danach... Bitte Taxi. Wesen Sie, wir sind gerade quasi in Transformation. Wir können warten. Wesen Sie, jetzt ist nämlich so, die Kanzlei, Captain Lawrence, das wollen wir ja nicht verursachen. Das wollen wir ja nicht verursachen, ne? Ich schieb ihn mal in die Station, ne? Und stattdessen gründen wir grad neu. Der holt sich einen Kaffee, wie gesagt, ne? Nicht, dass er in so einem Steuer einschläft. Besser ist, wenn er in so einem Steuer nicht einschläft. Das können wir ja nicht verantworten, ne? Nee. Er ist Taxifahrer, ne? Mhm. Ich hab' ja heute mit dem Rad auch kurz verfahren. Dann fahr' ich so und dann so... Wo bin ich hier? Kenn' ich nicht. Und irgendwann seh' ich so zwischen den Häusern, da ist das Riesenrad. Ich muss in die Richtung ungefähr hin. Die fahren aber auch schön zügig hier durch. Mhm. Ein bisschen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall sag' ich so, oh, da hinten ist das Riesenrad. In die Richtung muss ich ungefähr. Und dann vor allem irgendwo weit, dann sind wieder lauter Häuser gekommen und ich so, wo ist das Riesenrad? Ach so, lernst du die Stadt kennen. Indem du dich verfährst. So, ihr wollt nach Hause? Ja. Wir wollen nach Hause. Sehr gut. Ja, dann los, ne? Ja, dann los. Äh, Backstein-Haus? Genau. Alles klar. Ich sag doch, du bist der Taxifahrer meines Vertrauens. Ja, ich hab sie auch abgeholt. Ja, genau. Ich weiß nur ihren Namen nicht, aber sonst ist alles gut. Ich bin Patrick Hopkins. Hi. Hi, ich bin Colin. Hi. Hi, ich bin Derek. Hi, Derek. Ich bin Colin. Hi, Colin. Ja, das... Ich hab' ihm die Geschichte erzählt von wegen ich steh' vor einem Haus. Haben sie ein Taxi gerufen? Äh, nee. Und danach... Ja, es ist... Manche Fragen sind komisch. Ja, ja. Weil die rufen dann ein Taxi und dann stehen sie nicht direkt an der Straße, die stehen dann irgendwo in so einem Hinterhof. Und man sucht sie. Und sucht. Und sucht. Ach, wunderbar. Ja. Ja, nach dem dritten Mal vorbeifahren, haben sie ein Taxi gerufen? Nö, nö. Ja, ein graues Haus. Das war das größte graue Haus, was ich finden kann. Graues Haus. Das ist die beste Beschreibung aller Zeiten. Ja, es gibt so wenige davon, ne? Ja, ja. Es sollte mehr davon geben. Ganz eindeutig. Ich sag mal so, die anderen, also der andere Taxi-Fahrer, als ich gesagt hab, ja, ich muss irgendwo Richtung Del Piero Pier, äh, so, da sollen's Häuser geben. Und der hat genau vor diesem Haus dann geparkt gehabt. Also der hat sich echt gut ausgekannt dann. Ja. Und weißt du was? Das war ich. Stimmt. Mit der Dönerfrau als Beifahrer, ne? Genau, mit der Döner-Lady. Sag ich doch, das war der Dönerfrau. Ich erwisch heute keinen anderen Taxifahrer. So, da sind wir. Perfekt. Äh, 13 sind das dann einmal. Magst du oder soll ich? Ich geb die mal weiter. Ja, kein Problem. Ab und zu passiert das, was das in den Innenraum fällt. Ab und zu. Voll mit Kleingeld. Ja, oder? Nee. Ich steck mal aus, ne? Nicht, dass die wieder nach hinten fallen. Dankeschön. Bitteschön. Schönen Abend noch. Dankeschön. Ciao, ciao. Ich hab dir die einfach wieder zurückgegeben, ne? Nicht, dass die sind dir hinten runtergefallen. Ja, ich muss ja nochmal nachzählen. Ja, nicht, dass ich dir aus dem 5 selbst eingesteckt hab. Richtig. Welches Apartment hast du? Ähm, 6D glaub ich. 6D. Willst du mit hoch, oder? Nee, nee, ich wollte nur fragen. Achso. Alles klar. Mein Apartment ist schon beschriftet. Wo ich schon mit einem Namensschildchen hingehängt. Ah, da. Ich seh's. Ja. Ja. Ich beschrift erstmal nicht. Ja. Weiß nicht. Sollen Leute... Ah, okay. Ich beschrift schon. Hier, Name. Passt. Ist auch beschriftet. Perfekt. Alles klar. Alles klar, gut. Dann bis die Tage, ne? Freu mich mal in die Ruhe, ja? Alles klar. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao. Ach, du Scheiße. Ja. War doch ein gelungener Abend. Würde ich mir behaupten. Ah. Ich würde mal sagen, wir gehen ins Bettchen, ne? Gut. Wir machen es jetzt nicht offen. Müll, weil sonst haut's mich raus. Schauen wir mal, wer online ist. Wen haben wir denn hier noch? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Den Panik-Mod. Mach mal einen Panik-Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin nächstes Mal am Dienstag wieder da. Mach aber nicht so lang. Schaut, dass ich wen von der Fahrstelle dann erreiche. Genau. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Ciao. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Vielen Dank.